Sie hören Nestekchen von Else Uri Band 1 Nestekchen und ihre Puppen Kapitel 1 Puppenmütterchen Habt ihr schon einmal unser Nestekchen gesehen? Es heißt Annemarie. Vater und Mutti aber rufen es meistens Lotte. Ein lustiges Stupsnäschen hat unser Nestekchen und zwei winzige Blondenzöpfchen mit großen hellblauen Schleifen. Rattenschwänzchen nennt Bruder Hans Annemaries Zöpfe, aber die Kleine ungeheuer stolz auf sie. Manchmal trägt Nestekchen auch rosa Haarschleifen und die Rattenschwänzchen als niedliche kleine Stecken über jedes Ohr gesteckt, doch das kann es nicht leiden, denn die alten Haarnadeln pieken. Sechs Jahre ist Annemarie vor kurzem geworden. ihre beiden Beinchen stecken in Wadenstrümpfen und hopsen meistens. Keinen Augenblick stehen sie still. Gerade so wie ihr kirschrotes München, das schwatzt und fragt den ganzen liebenden langen Tag, das lacht und singt und nur ganz selten mal verzieht es sich zum Weinen. So sieht unser Nestekchen aus und wenn ihr in Berlin lebt, könnt ihr es jeden Tag mit Fräulein in den Tiergarten gehen sehen. In einem schönen großen Haus wohnt Klein Annemarie, in einer langen Straße, durch die elektrische Bahnen bimmeln. Ein Gärtchen ist vor dem Hause, aber keiner darf hinein. Das erlaubt der Portier nicht. Er selbst aber kann so oft darin herumspazieren, wie er nur Lust hat, das Gras schneiden, die Beete gießen und sogar das Gitter mit schöner neuer Ölfarbe anstreichen. Darum glaubt Annemarie, dass der Portier beinahe so viel ist wie der Kaiser. Und wenn sie nicht Muttis Nestekchen wäre, dann würde sie am allerliebsten Portier sein, manchmal aber auch Konditor. Zwei große Brüder hat Annemarie, den wilden Klaus, der nur zwei Jahre älter ist als sie, und den großen Quartana Hans, der sogar schon Latein kann. Ihr Hänschen liebt die Kleine über alles, wenn er sie auch öfters mal neckt, während es mit dem Kläuschen nur allzu oft Krieg gibt. Ach, was ist das für ein schönes, warmes Nest, in dem das Nestekchen daheim ist, wenn der Vater abgespannt von der Praxis nach Hause kommt, denn Annemaries Papa ist ein vielbeschäftigter Arzt, und sein kleines Mädchen springt ihm jubelnd an den Hals. Dann hat er Annemüdigkeit vergessen, er lacht und scherzt mit ihr, ja, er setzt sie sogar auf seine Schultern und reitet mit dem jauchzenden Ding durch sämtliche Zimmer. Mutti sagt dann, du verwöhnst unsere Lotte zu sehr, Vater, sie ist schon viel zu groß dazu. Dann drückt er seinen Liebling nur umso fester ans Herz und meint lächelnd, es ist doch unser Kleinstes. Wenn aber der Vater manchmal davon anfängt, dass es nun auch für Annemarie bald Zeit sei, in die Schule zu gehen, dann bereitet Mutti ihre Arme um das Töchterchen und bittet, lass sie mir noch ein bisschen, noch ein Weilchen zu Hause, sie ist ja noch so zart, und doch, unser Nestekchen. Ja, Nestekchen wird von allen Seiten ein wenig verwöhnt, wenn Fräulein auch noch so viel zu tun hat. Sie wird nicht müde, Annemies tausend Fragen zu beantworten. Dafür hat die Kleine aber auch ihr Fräulein ganz schrecklich lieb. Hanne, die köcheln, schmunzelt über das breite rote Gesicht, wenn Annemie ein bisschen zu ihr in die Küche herauskommt, weil sich die Hanne so ganz allein am Ende langweilen könnte. Ob das kleine Fräulein ihr auch noch so zwischen den Töpfen, Löffeln und Quirlen kramt, Hanne wirft Annemie nicht raus, dabei macht sie doch mit den beiden Jungen nicht viele Umstände und bringt sie öfters mal auf Trab. Auch Frieda, das Stubenmädchen, lässt sich die Gesellschaft der Kleinen beim Plätten, Maschinennähen und Stubenwohnern gern gefallen. Der gute Bruder Hans findet trotz seiner vielen Schularbeiten noch Zeit, dem Schwesterchen Schiffchen zu machen und Kreiselstöcke zu fabrizieren. Nur Klaus meint, dass Annemie zu sehr verwöhnt wird und ist für strengere Erziehung. Aber meistens endet diese mit einer Bangelei. Puck, das niedliche Zwerkhündchen und Mätzchen, das zitronengelbe Vögelchen, ziehen ebenfalls eine besondere Vorliebe fürs Nesthäkchen. Puck lässt sich geduldig von ihm Ohren und Schwänzchen sausen und ist stets zu allen Spielen bereit. Mätzchen aber singt jubelnd mit der Kleinen um die Wette. Wer aber, glaubt ihr wohl, hat Klein-Anne-Marie am liebsten im ganzen Hause? Vater und Mutti natürlich! Und dann alle ihre Puppen, die ziehen den Mund vor Freude von einem Ohr zum anderen, sobald das kleine Mädchen in die Kinderstube tritt. Was ist Annemie aber auch für ein gutes Puppenmütterchen? Jedes Kind ihrer zahlreichen Puppenfamilie hat sie in ein zärtliches Herz geschlossen. Da ist zuerst Irenchen, das ist ihre Älteste, denn sie besitzt schon eine Schulmappe mit Schiefertafel und Heften. Irenchen macht ihrer kleinen Mama jetzt viel Sorge. Sie hat ihre schönen roten Backen verloren, seit dem Nesthäkchen ihr neulich das Gesicht mit Bimmstein abgescheuert hat. Das Puppenkind sollte zum ersten Mal mit Tinte schreiben und dabei hatte sie die Nase zu tief in das Schulheft gesteckt. Über und über hatte sie sich mit Tinte eingeschmiert. Das unbeachtsame Irenchen und die weiße Schürze ihrer kleinen Mama dazu. Annemarie schaltet auf Irenchen und Fräulein schallt auf Annemie. Fräulein begann Annemies Tintenschürze mit Zitrone zu bearbeiten und Annemie das Tintengesicht ihres Irenchens mit Bimmstein. Au, das tat weh, Irenchen schrie wie am Spieß, aber energisch rubbelte Nesthäkchen weiter, denn wer nicht hören will, muss fühlen. Ganz blass ist das arme Puppenkind noch davon und Annemie meint bekümmert zu Fräulein, ich glaube, die Schule bekommt dem Kinder nicht. Auch um Mariannchen, das zweite Töchterchen, sorgt sich Nesthäkchen, die Kleine hat seit einigen Tagen eine schwere Augenkrankheit und muss sicher nächstens in die Puppenklinik. Die Schlafaugen sind fest zugeklebt und gehen nicht mehr auf. Und das Schlimmste ist, dass die Kleine Mama selbst Schuld an der Krankheit trägt oder vielmehr Klaus, denn der hat ihr geraten, dem Kinder richtige Wimpern mit flüssigem Gummi anzukleben. Und nun sind Mariannchens Augen ganz verkleistert oder vielmehr vereitert. Wie der vierbeinige Dr. Puck mit bedenklichem Schwanzwedeln feststellte. Ja, solch ein kleines Puppenmütterchen hat schon seine Sorgen. Mit so viel Jören. Der Puppenjummen Kurt ist ein furchtbar wilder Strick. Kein Tisch ist ihm zu hoch. Um davon herunter zu springen, bald zerschlägt er sich die Nase, bald hat er ein tiefes Loch im Kopf und einen halben Fuß hat er sich auch schon abgeschlagen. Der Schlingel. Die schwarze Lolo, das Negerkind, muss wohl die Unsauberkeit und Unordentlichkeit aus ihrer Heimat Afrika mitgebracht haben. Wenn Annemarie sie eben erst sauber angezogen hat, im nächsten Augenblick hat sie sich schon wieder schmutzig gemacht. Bald verliert sie einen Schuh, bald einen Strumpf. Neulich sogar die Höschen. Denn mitten im Tiergarten war's. Klein Annemarie hat sich schrecklich geschämt, denn sehr weiß waren sie auch nicht mehr. Am bravsten ist noch Baby. Das lässt seine Mama die ganze Nacht ruhig schlafen. Höchstens am Tage schreit es mal. Aber auch nur, wenn es allzu sehr auf den Bauch gedrückt wird. Annemarie verzeiht dem Baby ein bisschen. Na, dafür ist es ja auch ihr Nesttäkchen. Aber trotz all ihrer Fehler liebt Annemarie ihre Kinder wie eine richtige kleine Mama. Den ganzen Tag plagt sie sich für sie. Kaum hat sie morgens früh ihr Rähnchen in die Schule gebracht und die anderen angezogen, verlangt Baby auch schon nach seinem Fläschchen. Dann sind die Betten der Kinder zu machen, die beiden Großen schlafen in dem weißen Himmelbett, die beiden Kleinen Lolo und Baby im Wagen und Kurt in der umgeklappten Fußbank. Die ist wenigstens nicht so hoch, wenn er rausfällt. Beim Aufräumen der Kinderstube hilft Nesttäkchen Fräulein fleißig. Es hat einen kleinen Besen mit Schaufel und einen Schrubber nebst Eimer und Scheuertuch. Auswischen tut Annemarie für ihr Leben gern, aber Fräulein erlaubt es nicht oft, denn sie setzt gerne die ganze Stube dabei unter Wasser. Es ist jedes Mal eine Überschwemmung. Beinahe wäre neulich ihr Kurt, der sich unterm Spielschrank versteckt hatte, dabei ertrunken. Eine reizende Puppenküche hat Klein Annemarie mit Kohlekasten, Wasserleitung und Spiritusherd. Aber Mittagbrot kochen kann sie ihren Kindern nur, wenn es regnet. Die Puppen sind auch so vernünftig, bei schönem Wetter keinen Hunger zu haben. Sie wissen, dass ihre kleine Mama, wenn die Sonne scheint, in den Tiergarten spazieren gehen muss. Oft nimmt ein Nesthäkchen eines oder zwei ihrer Kinder mit und fährt sie in dem feinen, weißen Puppenwagen mit der rosa Seidendecke aus. Dann setzt sie ihnen Spinat vor, frisch gepflückt vom Rasen. Auch Kieselsteinbraten vertragen sie merkwürdig gut, wenn er auch noch so zäh ist. Die Armen zu Hause Gelassenen aber werden in ihr Gärtchen aufs Blumenbrett gesetzt, damit sie auch ein bisschen Luft schnappen. Nur Kurt nicht. Der Bengel ist zu wild und würde sicher in den Hof herunter Purzelbaum schießen. Auch waschen und plätten muss Annemarie für ihre Kleinen. Ja, sie verbrennt sich sogar die Händchen dabei, vor lauter Eifer. Denn das kleine Plätteisen wird auf dem Herd heiß gestellt. Anders tut es das Hausmütterchen auch nicht. Nächstens soll es auch große Puppenschneiderei stattfinden. Annemarie hat zu ihrem Geburtstag eine allerliebste kleine Nähmaschine bekommen. Fräulein will ihr zeigen, wie man darauf näht. Dabei hat sie auch noch den Kaufmannsladen und die Mehlhandlung zu bedienen, wenn Klaus gerade keine Lust dazu hat. Oder sich die beiden gezankt haben. Und Mutti will ihr Nästhäkchen doch auch noch ein bisschen um sich haben. Wirklich. Annemarie weiß oft gar nicht, was sie von all ihren Arbeiten zuerst machen soll. Sie kann sich gar nicht denken, dass es kleine Mädchen gibt, die sich manchmal langweilen. Kapitel 2 Was der Osterhase bringt Es war am Montag, ganz früh am Morgen. Golden schien die liebe Sonne vom Himmel. Gerade in Nästhäkens Kinderstube hinein. Die Puppen lagen alle noch in ihrem festen Schlaf. Kurt schnarchte wie ein Murmeltier. Und auch Lottis Fräulein schlief noch. Na nun? Die Sonne begann erstaunt zu blinzeln. Was sollte denn das bedeuten? Aus dem weißen Kinderbett in der Ecke sprang vorsichtig nach dem schlafenden Fräulein herüberschauend ein kleiner Hemdenmatz mit zwei blonden Rattenschwänzchen. Eins, zwei, drei huschte er leise durch das Zimmer, geradewegs zum Fenster und kletterte dort behutsam auf den Kinderstuhl. Was hatte denn das Nästhäkchen bloß in aller Herrgottsfrühe schon auf dem Hof herumzugucken? Die Portierkinder, mit denen sie gut Freund war, schliefen doch alle noch. Die Sonne machte ein missbilligendes Gesicht. Den Tod konnte sich das kleine barfüßige Ding ja bei einer Frühpartie holen oder doch wenigstens einen tüchtigen Schnupfen. Nein, das gab die liebe Sonne nicht zu, dass klein Annemie an den Osterfeiertagen krank im Bett liegen musste. Schnell nahm sie ein Paar ihrer spitzen Goldstrahlen und begann Fräulein damit, unter die Nase zu krabbeln. Einmal noch und noch einmal. Hatschi! Nieste Fräulein und schlug die Augen auf. Da sah sie zu ihrer Verwunderung am Fenster auf dem Kinderstuhl ein ausgekniffenes Hemdenmätzchen thronen. Das Stupsnäschen gegen die Scheibe gepresst. Kind, Annemie, willst du wohl gleich wieder ins Bett? Es ist ja noch nicht mal sechs, rief sie ärgerlich. Ach Fräulein, Annemie fuhr erschreckt zusammen, warum bist du bloß aufgewacht? Ich wollte so schrecklich gern mal den Osterhasen sehen, ob er auch recht viele Eier für mich hat. Wenn du so unartig bist und heimlich aus dem Bett kletterst, bringt dir der Osterhase überhaupt keine Eier. Der kommt nur zu artigen Kindern. Flinkt zurück ins Bettchen, Annemie. Dass du nicht etwa krank wirst, mahnte Fräulein. Woher weiß der Osterhase denn, ob ich artig bin, erkundigte sich das Baufüßchen. Er lässt es sich von allen Muttis und Fräuleins erzählen, gernte Fräulein. Hat er dich auch schon gefragt? Ja. Fräulein gehnte herzzerbrechend. Wann denn? Nestekian spitzte die Ohren. Hör jetzt endlich mit dem ewigen Gefrage auf und geh in dein Bett, Annemie. Oder soll ich erst böse werden? Nein, nein. Aber mein liebstes, bestes, allersüßestes Zuckerfräulein, sag mir doch bloß, wann der Osterhase da gewesen ist. Dann gehe ich auch gleich wieder artig ins Bett, schmeichelte die Kleine. Heute Nacht? Fräulein konnte den Bitten der kleinen Schmeichelkatze nicht widerstehen. Heute Nacht? Da hast du wohl mit ihm aus dem Schlaf gesprochen, Fräulein? Verwunderte sich die Kleine. Aber als Annemie jetzt endlich den Rückzug in ihr Bettchen antreten wollte, da juchzte sie plötzlich laut auf, dass sämtliche Puppen entsetzt aus dem Schlaf hochfuhren und Kurt vor Schreck fast aus seiner Fußbank gekegelt wäre. Fräulein, der Osterhase, da ist er. Ganz deutlich habe ich ihn gesehen. Die Kleine wies aufgeregt aus dem Fenster. Schwarz war er und einen langen Schwanz hat er gehabt. Und mit einem Satz ist er über das Dach gesprungen. Du Schäfchen, das war sicher der schwarze Kater von unserem Portier. Jetzt musste Fräulein doch lachen. Der Kater? Bewahre, das war der Osterhase. Annemie ließ sich so leicht nicht etwas ausreden. Auch als sie wieder im Bett lag und ihre Blauaugen gerade müde zuklappen wollten, murmelte sie noch im Einschlafen. Und es war doch der Osterhase. Ein Weilchen darauf sperrte die liebe Sonne aufs Neue ins Kinderzimmer hinein. Ob dort nun endlich Ruhe herrschte? Da schlief die ganze Gesellschaft wieder und der richtige Osterhase konnte unbeobachtet kommen. Und von neugierigen Kinderaugen all seine Schokoladen- und Marzipaneier verstecken. Das war eine schwierige Sache für Fräulein, heute Nesthäckchen anzukleiden. Sehr still hielt der kleine Wildfang ja niemals. Aber heute war Annemarie in allen vier Ecken der Kinderstube zur gleichen Zeit. Am Ende hatte Fräulein bloß nicht aufgepasst. Und der Osterhase hatte doch ein paar Eier ins Kinderzimmer gelegt. Während Fräulein ihre blonden Kräuselhärchen entwirrte, was niemals eine sehr angenehme Aufgabe war, entwischte sie ihr dreimal. WUSCH! War sie in den Schuhschrank drin, wo sie sämtliche Schuhe und Stiefel nach Ostereiern durchstöberte. Fräulein mit Kamm und Bürste hinterdrein. Dann, als das erste Zöpfchen halb geflochten war, fiel es Annemarie plötzlich ein. Sicher würde sich etwas in der Puppenküche finden. Heidi! kramte sie auch schon dort, das unterste, zuoberst. Fräulein mit Kamm und Bürste hinterdrein. Aber als die Kleine plötzlich gerade da die große hellblaue Schleife das zweite Zöpfchen schmücken sollte, hast du nicht gesehen, auf den großen Tisch kletterte, um auf dem Ofen nach Ostereiern zu spähen. Da konnte Fräulein mit Kamm und Bürste nicht hinterdrein. Auf den Tisch konnte sie unmöglich klettern. Sie machte ein unzufriedenes Gesicht, bis Annemarie sich ihrem Fräulein mit Küssen und Streicheln an den Hals hängte und versprach, sich nun aber wirklich ganzartig anziehen zu lassen. Das tat sie auch, denn so klein sie auch war, das wusste die Annemarie. Was man verspricht, muss man halten. Na endlich ausgeschlafen, Lotte, begrüßte sie der Vater, als Nesthäkchen am Kaffeetisch erschien. Ach, Vatchen, ich habe heute Morgen schon den Osterhasen übers Dach springen sehen, erzählte Annemarie eifrig. So? fragte der Vater ernsthaft. Der Vorlaute Klaus aber rief, es gibt ja gar kein Osterhasen, bist doch noch ein dämliches Ding. Nur ganz gewöhnliche Hasen gibt es. Das ist nicht wahr, du lügst, begehrte das Schwesterchen auf. So etwas wollte sich der Klaus nun wieder nicht sagen lassen. Er griff nach Annemies frisch geflochtenen Zöpfchen und es wäre an dem schönen Ostersonntag wohl zu einer regelrechten Schlacht gekommen, wenn Mutti nicht gerade das Zimmer betreten hätte. Ei, Kinder, ist das unser Feiertagsfrieden? fragte sie vorwurfsvoll. Das ließen die kleinen Kampffähne beschämt voneinander ab. Und Nesthäkchen sprang zu Mutti, um sich ihren Guten-Morgen-Kuss zu holen. Gibt es wohl noch etwas Schwereres im Leben, als zwei große Tassen Kakao austrinken zu müssen, während man ganz genau weiß, dass im Nebenzimmer die schönsten Ostereier auf einen warten? Endlich, endlich war die Tasse leer. Und nun war klein Annemarie auch nicht mehr zu halten. Mutti, dürfen wir jetzt? Bitte, bitte lass uns gleich Ostereier suchen. Und kaum hatte Mutti der kleinen Ungeduld nur einem ganz klein wenig zugeblinkt. Bauts! Dann lag Nesthäkchen auch schon eine Länge nach drin im Wohnzimmer und am Sofa und strampelte vor Aufregung mit beiden Beinen. Hurra! Hurra! Drei Stück! Halt! Dort unterm Notenschrank! Ein ganz großes! Da! Unter der Blumentreppe! Wieder eins! Annemarie blieb in einem Jubel. Nein, Klaus! Das hier habe ich zuerst gesehen! Das gehört mir! Diesmal ging es ohne Kampf zwischen den beiden ab, aber nur, weil der große Hans inzwischen eifrig weitersuchte. Und dem wollen die zwei doch nicht alle anderen Eier überlassen. Gerade als Annemarie ein wunderschönes grünes Nest mit kleinem Marzipanküken bewunderte, bei dessen Auffinden der gute Vater ein wenig geholfen hatte und als er ihr vorlas, das auf dem angehefteten Zettelchen stand, für unser Nesthäkchen hörte man nebenan einen lauten Krach. Klirrrr! Da lag Muttis schöne Vase in Scherben. Der ungestüme Klaus war mit dem Kopf dagegen gestoßen. Zur Strafe wurde er von der Ostereiersuche ausgeschlossen und in sein Zimmer geschickt. Nesthäkchen aber dachte heimlich, Sicher hat der Osterhase das so eingerichtet, weil Klaus gesagt hat, dass es gar keinen gibt. Doch Annemarie hatte jetzt lange nicht mehr die Freude an dem lustigen Suchen wie vorher, obgleich sie noch viele schöne Eier fand, sogar eines mit Murmeln und eines mit Muppentässchen gefüllt. Sie musste immer fort daran denken, wie traurig der arme Klaus jetzt wohl im jungen Zimmer sitzen mochte. Er tat ihr ganz schrecklich leid, trotzdem er doch stets mit ihr Streit anfing. Als Kleinwinkelchen mehr undurchstöbert war und Annemarie in ihrem Körbchen 15 Ostereier zählte, eine ganze Mandel, wie Fräulein sagte, schläg sie sich heimlich in das jungen Zimmer. Klaus saß an seinem Arbeitspult und hatte die Fäuste in beide Augen gebohrt. Klauschen, die Kleine kam schüchtern näher, sieh mal, wie viele Ostereier ich habe, da suche ich dir welche davon aus. Weil ich doch solche Mängel gefunden habe. Der Junge sah erstaunt auf. Zuerst glaubte er, Annemie mache nur Spaß. Aber als das gute Schwesterchen ihm wirklich ihr Körbchen hinhielt, nahm er sich das Ei mit den Murmeln heraus und streichelte Annemaries rundes Gesichtchen. Du bist ein guter Kerl, sagte er dabei. Nun erst hatte Nestekchen volle Freude an den Gaben des Osterhasen, weil auch Klaus sich freuen konnte. Jubelnd tanzte das kleine Mädchen durch die ganze Wohnung. Hanne, ich habe eine ganze Mandel Ostereier gefunden, so klang es zur Küchentür hinein. Und im nächsten Augenblick sprang Annemie der mit dem Besen vorüberfegenden Frieda huckepack auf den Rücken. Friedchen, wenn Sie mich ein bisschen mit der Teppichmaschine auskehren lassen, schenke ich Ihnen eines von meinen 15 Ostereiern. Aber sie hatte keine Zeit mehr, Friedas Antwort abzuwarten. Denn Puck musste doch erfahren, dass sie 10 Schokoladeneier, vier aus Marzipan und eins mit Puppentästchen und dazu noch das süße Kükkennest gefunden hatte. War der arme Wicht doch schon den ganzen Morgen aus dem Zimmer geschwert worden, damit er nicht auf eigene Faust Ostereier suchen sollte und sie am Ende gar beleckte. »Puckchen, sieh mal, was ich hier habe!« Lachend kauerte Annemarie sich zur Erde und wies dem Hündchen ihre süßen Schätze. Aber Nestekchens Lachen wandelte sich plötzlich in Weinen, denn der undankbare Puck begnügte sich mit dem Anschauen. »Knapp« hatte er das größte Schokoladenei im Maul und verkroch sich damit unter das Sofa. »Du abscheulicher Puck!« Annemarie raste weinend hinter ihm her, um ihm den Raub wieder abzujagen. Aber Bruder Hans, der den kühnen Diebstahl mit angesehen und sich die Seiten vor Lachen hielt, zog sie an einem Wadenstrümpfchen wieder unter dem Sofa hervor. »Las in der Hundetöle das Osterei, Annemie. Du kannst es jetzt ja doch nicht mehr essen«, tröstete er. Doch als Nestekchens Tränen weiterflossen, holte der gute Hans eines von seinen eigenen Ostereiern und legte es in Schwesterchens Korb. Nun war endlich wieder Sonnenschein bei klein Annemarie. Spornstreichs ging es in die Kinderstube, um den Puppen ihre Ostereier zu zeigen. Die fraßen ihr sicher nichts weg. Da klingelte es. Mutti hatte streng verboten, dass Annemie selbstständig die Eingangstür öffnete, weil viele Patienten zum Vater kamen. Aber da das kleine Fräulein recht neugierig war, spähte es durch den Türschlitz, durch den Briefe geworfen wurden. Da sah es den einen dunkelgrünen Damenmantel und eine Hand mit einem silbergrauen Täschchen, das ihr merkwürdig bekannt vorkam. Und da die Hand überdies ein verheißungsvolles Paket hielt, fragte Nesticchen ganz leise durch die Tür, Wer ist da? Der Osterhase, klang es ebenso leise mit verstellter Stimme zurück. Frieda, schnell, Frieda, der Osterhase ist draußen. Die Kleine konnte es nicht erwarten, bis die Tür geöffnet wurde. Da stand zwar nicht der Osterhase, aber eine, die Annemarie ebenso lieb war. Großmama, Guten Tag, mein Herzchen, warum lässt du denn den Osterhasen nicht herein? Zärtlich hob Großmama das federleichte Dingelchen zu sich empor, weil Mutti es nicht erlaubt. Und du ja auch gar keiner bist, lachte das Enkelchen. So, wenn ich kein Osterhase bin, kann ich dir wohl auch kein Osterei bringen? Großmama versteckte scherzend das Paket auf dem Rücken. Ach, du bist meine liebste, beste Osterhasen, Großmama. Aber nun zeige mir auch bitte, bitte, was in dem Paket drin ist. Annemarie unterstützte ihre Bitten mit Streicheln und Küssen auf Großmamas grünem Mantel. Aber dessen hätte es gar nicht einmal bedurft, denn wer Nestekchens bettelnde Blauaugen sah, konnte nicht widerstehen, wenn er auch eine Großmutter war. Dauerte das lange, bis das dumme Papier endlich ab war. Ein großer Karton kam zum Vorschein, halb ängstlich, halb erwartungsvoll, hob Nestekchen den Deckel. Eine Puppe! Eine Osterhasenpuppe! Ach, ist die süß! Annemarie nahm die große Puppe, die in ein weißes Osterhasenkäppchen mit rosa Seidenohren trug, glückstrahlend aus der Schachtel und gab einen zärtlichen Willkommenskuss. Ich glaube, du freust dich gar nicht mit deinem neuen Töchterchen. Du hast am Ende schon zu viele Kinder, neckte Großmama, als sie Annemaries Mutterglück sah. Ach, Großmutterchen, ich danke dir tausendmal. Jetzt endlich fand Nestekchen auch Zeit an Großmama zum Dank, empor zu angeln. Das ist mein aller, aller, aller schönstes Osterei. Glückselig streichelte sie den roten Bäckchen, die blotten Löckchen und das weiße Stickereikleid mit der rosa Scherpe. Mutti, du hast ein neues Enkelchen bekommen. Mit der einen Hand zog Annemarie Großmama ins Zimmer, mit der anderen streckte sie der Mutter das neugeborene Kind entgegen. Mutti wusste nicht, wen von beiden sie zuerst begrüßen sollte. Wie wird denn mein neuestes Urenkelchen heißen? fragte Großmama. Nenne es doch Gertrud. Nach Großmama, schlug Mutti vor. Ach nee, Gertrud heißen doch nur alte Damen. Wandelte Nesthäkchen ein. So nenne es Gerda. Mutti wusste doch immer einen Ausweg und dabei blieb es. Gerda wanderte auf Annemaries Arm in die Kinderstube und wurde Fräulein und sämtlichen Schwestern und Brüdern vorgestellt. In der Nacht aber durfte sie bei ihrer neuen Mama im weißen Kinderbett schlafen, da dies keine Minute von der Kleinen trennen wollte. Baby war abgesetzt und Gertrud war von nun an Annemaries Nesthäkchen. Kapitel 3 Wie es Puppe Gerda bei Nesthäkchen gefiel Als Gerda das Puppenkind am nächsten Morgen ihre Schlafaugen aufschlug, schlief ihre neue kleine Mama noch. Neugierig sah Gerda sich ihr Mütterchen näher an. Mit roten Bäckchen lag es auf dem Steckerei besetzten Kissen und lachte im Schlaf. Gebiss träumte es von dem neuen Kinde. Die hübsche, kleine Mama, die fiel dem Puppenkinde sehr. Sicher würde es gut bei ihr haben. Gerda nahm sich vor, immer brav zu sein und Annemie nie zu ärgern. Dann aber falte sie ihre Zellulodienhände und flüsterte Lieber Gott, ich danke dir, dass du mich zu einem so guten Mütterchen gebracht hast. Klein Annemarie schlief noch immer und Puppe Gerda begann sich allmählich zu langweilen. Da summte eine Fliege über dem Kinderbett und setzte sich der Puppe gerade auf die Nase. Wie kommen Sie denn hierher, Fräulein? begann die Fliege die Unterhaltung. Ich wohne doch schon schrecklich lange zwei Tage in der Kinderstube, aber sie habe ich noch nie hier erblickt. Ich bin erst gestern hier eingezogen, antwortete die Puppe schüchtern und schielte herzklopfend auf ihre Nase, denn sie hatte in ihrem Leben noch niemals eine Fliege gesehen. Wo haben Sie denn früher gewohnt? erkundigte sich die Fliege in einer großen Pappschachtel, aber da war es lange nicht so hübsch wie hier. Stockdunkelweiß darin und die Luft war auch nicht besonders, erzählte Puppe Gerda, ein wenig zutraulicher. Und da sie sah, dass die Fliege es gut mit ihr meinte, setzte sie noch hinzu. Ich habe es doch fein getroffen, dass ich hierher gekommen bin, nicht? Ssss, ssss, sagte die Fliege, mal zur Abwechslung, legte eines der dünnen Vorderbeinchen an die Stirn und dachte nach. Ja, es sind recht anständige Leute, sie zeigen nicht mit Zuckerkrümelchen und hängen an die Kronen keine heimstückischen Leimbänder, an denen wir armen Fliegen zappelnd unser Leben lassen müssen. Ssss, 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 nicht wahr? Die kleine Annemarie ist gut, fragte die Puppe, denn das lag ihr mehr am Herzen als Zuckerkrümel und Leimbänder. Freilich, sohrte es zurück, die Annemarie tut keiner Fliege was zu leide, aber der Ssss, Klaus, ihr ältester Bruder, von dem nehmen sie sich in acht, Fräulein. Ssss, ssss, das ist der gefährlichste Mensch, den ich kenne. Ssss, ssss, wenn der sie mal fängt, quetscht er sie zu Apfelmus oder reißt ihnen Ssss, ein Bein aus. Mit einer, mit meiner guten alten Tante hat er es gerade so gemacht. Der tue nicht gut. Ich werde ihm möglichst aus dem Wege gehen, nahm sich die Puppe furchtsam vor. Doch, ich sah gestern Abend noch einen jungen Herrn, treibt es der auch so schlimm? Ssss, ssss, wie man es nimmt? Ssss, ganz so arg ist der Hans wohl nicht? Ssss, aber er hat manchmal eine große, bauchige Flasche in der Hand. Ssss, damit rückt er uns Abend fliege zur Leibe. Ssss, Spiritus ist darin, der steigt uns zu Kopf, dass wir geradewegs in die große Flasche hineinfliegen müssen und wer erst einmal drin ist, der kommt nicht wieder heraus. Ssss, ssss, elendig muss er darin im Spiritus ersaufen. Hüten Sie sich vor der Fliegenflasche, Ssss, Fräulein, Ssss, die Fliege summte so laut vor Empörung, das Nächstekchen sich zuwegen begann. Husch, war das Fliegchen auf und davon und Puppe Gerdas Nase leer. Annemiree aber streckte sich und regte sich und dann schlug sie endlich die Augen auf. Gerade als Puppe Gerda überlegte, ob es nicht das Gescheiteste wäre, vor den bösen, großen Brüdern Reißaus zu nehmen und davon zu laufen, ehe Annemiree noch erwachte, fühlte sie sich von zwei kleinen Kinderarmen innig umschlungen. Ein rotes Mündchen presste sich auf den ihren und ein warmes Herzchen pochte gegen ihren kalten Cellulodienkörper. So blieb und zärtlich, dass alle Angst vor dem gefürchteten Klaus und vor der großen Fliegenflasche bei Gerda verflog. Wohl behütet und geborgen fühlte sich Puppe Gerda bei ihrem Mütterchen. »Guten Morgen, mein einziges Gerdachen! Hat mein Nestikchen dann auch schön geschlafen?« klang es ihr liebevoll entgegen. Die Puppe nickte, denn ihr Kopf war mit Gummischnur befestigt. »Wollen wir uns denn nun anziehen und diese Zuckermilch trinken?« fragte das sorgsame Mütterchen weiter. Puppe Gerda lächelte erfreut. Sie hatte schon großen Durst und Zuckermilch war ihr Lieblingsgericht, aber vorläufig musste sie noch etwas gedulden, denn Fräulein trat ins Zimmer, um erstmal Annemarie anzuziehen, die schnitt ein Gesicht, das dumme anziehen. Sie hatte sich so darauf gefreut, noch ein bisschen mit ihrer Gerda im Bett zu spielen. Dann neigte sich Fräulein zu ihr ab und flüsterte ihr etwas ins Ohr. Das kleine Mädchen wurde rot und sah verlegen auf ihr Puppenkind. Hatte es Gerda auch bloß nicht gehört, dass Fräulein soeben gesagt hatte? Ob sie sich denn gar nicht vor ihrem neuen Kind schämte und dass sie jetzt immer sehr artig und gehorsam sein müsste? Um ihrer Gerda ein gutes Beispiel zu geben? Nein, Puppe Gerda machte ein ganz harmloses Gesicht und sah respektvoll zu ihrer kleinen Mama auf. Eins, zwei, drei. Da war die aus den Federn. Fräulein sollte sie nicht umsonst gemahnt haben. Gerda wurde in die Bettdecke gegeben und auf das Stickereikissen gesetzt und durfte bei Annemies Toilette zugucken. Und das war gut, denn Annemie nahm sich vor ihrem neuen Kind zusammen. Das sollte doch nicht wissen, dass seine Mama noch ab und an beim Waschen schrie, wenn das Wasser mal besonders nass war, fest bis die Kleine die Zähne zusammen, das ihnen kein Laut entschlüpfte, während Fräulein den großen Schwamm in Bewegung setzte und 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 hören ließ. Trotzdem der alte Kamm gerade heute tüchtig ziepte, schloss auch Fräulein Puppe Gerda in ihr Herz, denn die ganz allein hatte das Wunder zu Wege gebracht. Gerda mochte sich von ihrer kleinen Mama nun auch nicht beschämen lassen. Als Annemarie endlich Zeit fand, sie anzukleiden, bis auch sie ihre niedlichen Porzellanzähnchen fest zusammen, denn Annemarie rubbelte noch viel ekliger als Fräulein und riss noch viel doller an den goldblonden Flachsählchen, aber nein, nur nicht schreien, was hätten denn auch die anderen Puppen bloß von ihr gedacht? Die waren dem neuen Ankömmling sowieso nicht sehr freundlich gesinnt. Ich will angezogen werden, ich muss in die Schule, sonst kriege ich einen Tadel, rief Irenchen, schon zum dritten Mal hinter ihrer weißen Mulgardine ihres Himmelbettes hervor, aber die Kleine hatte nur Auge und Ohr für ihre Gerda. Annemie hat heute so gar keinen Umschlag auf meine schlimmen Augen gemacht. Trotzdem Dr. Puck es verordnet hat, jammerte auch Mariannchen. Ja, sie hat heute noch überhaupt nicht sich um uns gekümmert, aber den Sieraf mit dem blonden Flax Kopf, der erst gestern angekommen ist, küsst sie in einem fort, berichtete Irenchen durch die weiße Mulgardine lugend, eifersüchtig. Dabei habe ich noch viel schönere und vor allem ganz echte Zöpfe. Wie sieht denn die neue aus? Ist sie denn wenigstens hübsch? erkundigte sich Mariannchen Gar zu gern hätte sie ihre verklebten Augen aufgemacht, um Puppe Gerda zu betrachten. Ich finde, sie sieht recht gewöhnlich aus, meinte Irenchen geringschätzig. Rote Backen hat sie, wie ein Bauernmädel. Wenn man vornehm sein will, muss man so blass sein wie ich. Auch in dem weißen Puppenwagen morrte es. Lolo, das Negerkind, hatte mit der steifen Porzellanhand die Wagengardine ein wenig zur Seite geschoben, um besser sehen zu können. Unerhört! Das war doch... Da wusch und kämpfte die kleine Puppenmama, das Neugeborene und sie selbst, die noch tausendmal schmutziger aussah und einen Wuschelkopf aus schwarzer Wolle hatte. Sie musste so liegen. Aber plötzlich schrie Lolo, die ein kleines Wutteufelchen war, erbost los und trampelte sogar mit den Füßen gegen die Wagenwand. Mein Spitzenschürzchen, meine hübsche Sonntagsschürze, mein Sonntagsschürzchen, bindet sie dem fremden Plag um. Wirst du mir wohl meine Schürze nicht mausern? rief sie so laut, dass auch Baby neben ihr im Steckkissen die Auglein aufmachte. Und das Mönchchen weinerlich verzog. Mama, Mama, rief Baby. Ich will mein Fläschchen mit süßer Zuckermilch. Aber klein Annemarie hörte nicht das Weinen und Rufen ihrer Kinder. Die fütterte gerade Puppe Gerda mit der süßen Zuckermilch, die eigentlich Baby sonst bekam. Schmeckt es dir, mein Gerdachen? fragte sie liebevoll und tat noch einen Löffel Zucker aus der Puppenküche zu. Die Puppe schüttelte den Kopf. Nein, es schmeckte ihr gar nicht. Trotzdem sie süße Zuckermilch so gern trank und trotzdem Annemarie ihr schönstes rosa Tässchen mit Goldrand dazu genommen hatte. Wie sollte es Gerda da auch munden, da Baby unausgesetzt nach ihrer Zuckermilch schrie. Da Lolo immer noch über ihre gemauserte Sonntagsschürze schimpfte, die Annemarie noch dazu mit Milch bekleckert hatte. Auch Irenchen gab keine Ruhe und rief in einem fort, dass sie heute bestimmt in der Schule nachbleiben müsse. Am liebsten hätte sich Gerda die Ohren zugehalten, um all die hässlichen Worte, die ihr galten, nicht zu hören. Aber das konnte sie nicht, obgleich sie eine Gelenkpuppe war. Sie machte sich steif und wollte nicht mehr trinken, um dem armen, durstigen Baby noch ein bisschen übrig zu lassen. Aber Annemarie war eine ebenso gute wie strenge Mutter. Wenn du nicht trinkst, wirst du nicht groß und stark, mein Liebling, sagte sie in demselben bestimmten Ton, mit dem Mutti sprach, wenn sie selbst mal nicht ihren Kakao trinken wollte. Da trank Puppe Gerda gehorsam ihr Rosatäßchen aus, aber es schmeckte ihr kein bisschen. Und als sie jetzt in den Puppenstuhl gesetzt wurde, da war sie auch dort ihres Lebens nicht froh. Aus der umgekippten Fußbank zu ihren Füßen hob sich ein kurzlockiger Puppenjungenkopf mit einem großen Loch und Kurt, der nicht nutzt, bläckte ihr die Zunge heraus. Soweit er nur konnte, aber nur, weil Annemarie gerade aus dem Zimmer gegangen war, um selbst ihren Kakao zu trinken. Da kam das kleine Mädchen zum Glück zurück und auf Fräulein mit Annemaries blauen Matrosenmantel und weißem Hütchen. Fräulein machte Annemarie zum Spazierengehen fertig und das Puppenmütterchen setzte ihr Gerda, ihrer Gerda, die Osterhasenkappe mit den rosa Ohren auf. Nun bist du fein, mein Liebling. Nun wollen wir in den Tiergarten fahren. Damit warf Nestekin Lolo aus ihrem Puppenwagen heraus und Baby wanderte hinter dreien auf die harte Puppenkommude. Nicht einmal, dass Babys gestrickte Windelhöschen das waren, sah die Annemarie. In dem weißen Wagen wurde Gerda gesetzt. Sie wurde sorgsam mit der rosa Seidendecke zugedeckt und bekam Irenchens schönen roten Sonnenschirm in die Hand. Noch auf der Treppe hörte Gerda, das empörte Irenchen hinter ihr her schimpfen. Da war ihr auch die Freude am Spazierengehen gestört. Die kleine Mama aber schwatzte und lachte in einem Fort. Die dachte mit keinem Gedanken an die armen, vernachlässigten Puppenkinder. Zu Hause. Sie zeigte ihrer neuen Gerda die Sehenswürdigkeiten von Berlin. Den Portier vor der Haustür, der beinahe so viel war wie der Kaiser. Die tutenden Autos, die Schokoladenautomaten und die goldene Puppe hoch oben auf der Siegessäule. Nicht wahr? Es ist fein auf der Welt? Fragte sie ihre Puppe mit strahlendem Gesicht. Die lächelte gezwungen. Oh ja, es konnte einem schon gefallen, wenn nur die übrigen Puppen nicht so hässlich zu ihr gewesen wären. Ei, Annemie, hast du denn ganz vergessen, deine anderen Kinder heute in den Garten aus das Blumenbrett zu schicken? Fragte Fräulein, als sie wieder nach Hause gekommen waren. Ach, die Alten, lautete die gleichgültige Antwort. Ich habe jetzt ein neues, süßes Nesthäkchen. Das hörte Mutti, die gerade ins Zimmer trat. Denk mal, Lotte, sagte sie ernst, wenn ich mich nicht mehr um Hans und Klaus kümmern würde, weil ich ja dich, mein Nesthäkchen, habe, das wäre doch traurig für die beiden, nicht? Die Kleine nickte und wurde rot. Dann griff sie stillschweigend nach ihren alten Puppen und spedierte eine nach der anderen in den Garten, auf das Blumenbrett hinaus. Sogar Kurt den Schlingel, aber die rechte Liebe fehlte dabei. Auch als nachmittags, während Annemie mit ihrer Gerda Großmama besuchte, ein Platzregen herniederprasselte, blieben die Ärmsten da draußen, in dem Hundewetter, und noch dazu ohne Schirm. Erst Frida, welche die Fenster schloss, brachte die Puppen ganz durchweicht wieder in das Kinderzimmer zurück. Irenchen nieste, sie hatte sich einen tüchtigen Schnupfen geholt. Mariannchen zitterte vor Kälte. Lolo bekam Schüttelfrost. Kurt klagte über Gliederkreisen. Und Baby hustete. Aber Annemie, die sonst solche gute kleine Puppenmutter gewesen, sah sich nicht einmal nach ihren kranken Kindern um. Sie musste ihr ihrem Nesthäkchen das Abendbrot bereiten. Muttis Mahnung war wieder vergessen. Gerda allein vernahm das Niesen und Husten. Das Weinen, Jammern und Schimpfen der armen Puppen. Die Neue muss wieder aus dem Haus. Hatschi! Hatschi! So ein Kindi-Kindibild! So ein Drecksloch! Resonierte Irenchen. Kaum hat sie ihre Nase hier in die Kinderstube gesteckt, da hat sie uns auch schon Annemaries Liebe gestohlen. Wir wollen sie so lange ärgern, bis sie Reißaus nimmt. Die fremde Krabbe! Hatschi! Hatschi! Ich gehe ja ganz von selbst, wollte Puppe Gerda traurig antworten. Aber da schob ihr Annemarie gerade einen Bissen Apfel in den schon geöffneten Mund. Am Abend, als die zwei Nestekchen und ihre Gerda wieder zusammen in dem weißen Gitterbettchen lagen, wälzte sich die Puppe herum, ruhelos, hin und her. Annemie schlief längst, aber die arme Gerda fand keinen Schlummer. Sie sollte heimlich davonlaufen, damit kein Annemie sich wieder um ihre anderen Kimmer kümmern konnte. Ach, sie hatte ja ihr Mütterchen selbst schon so lieb, so lieb. Die Trennung brach ihr fast das Herz. Laut aufschluchzte die Puppe. Annemie regte sich. Warum warst du mein Liebling? Fragte sie im Traum. Ich muss wieder fort von dir, jammerte Gerda. Weshalb denn bloß? Ganz erschreckt fragte es klein Annemarie. War ich schlecht zu dir? War ich liederlich mit deinen Sachen? Oder habe ich am Ende zu sehr geziebt? Oh nein, flüsterte Gerda, ihr ins Ohr. Du warst sehr gut gegen mich, viel zu gut. Aber du hast deine anderen Kinder, die dich doch auch lieb haben, ganz über mich vergessen. Die sind traurig und schimpfen auf mich. Darum ist es das Beste. Ich gehe wieder. Eine Träne kullerte über Gerda, über das Porzellangesicht. Nein, ich lasse dich nicht weg, rief Annemie im Traum und presste ihr Nestekchen fest ans Herz. Ich will ja gut gegen meine anderen Puppen sein. Mutti hat ja auch all ihre Kinder lieb. Bleib du nur bei mir, da nickte Puppe Gerda und lächelte unter Tränen. Und dann schliefen sie alle beide. Kapitel 4 Wir reisen nach Amerika. Hurra! Zwei Wochen war Puppe Gerda nun schon bei ihrer kleinen Mama. Und von Tag zu Tag gefiel es ihr besser. Annemarie hatte gehalten, was sie ihrer Puppe im Traume versprochen. Sie war auch für ihre anderen Kinder wieder ein gutes, treu sorgendes Mütterchen geworden. Die Puppen waren voll Dankbarkeit gegen sie. Und sie übertrugen diese auch auf Gerda. Ob sie das nächtliche Gespräch der beiden belauscht hatten, oder ob Puppe Gerdas Bescheidenheit und Freundlichkeit ihr das Herz der anderen fünf gewonnen, darüber äußerten sie sich nicht. So war wieder Frieden in die Kinderstube eingekehrt. Alle hatten sie die gute Gerda liebgewonnen. Und diese hätte ganz glücklich in ihrer neuen Heimat sein können. Wenn, ja, wenn es nicht einen im Haus gegeben hätte, vor dem sie ganz schreckliche Angst gehabt hätte. Das war nicht etwa Puck, trotzdem sie den kleinen Vierfüßler auch stets misstrauisch von der Seite anblickte. Sogar wenn er ihr die Hand leckte. Um seine freundschaftliche Gesinnung kundzutun, sah sie ängstlich nach, ob er ihr auch keinen Finger abgebissen. Das war auch nicht Bruder Hans mit der großen Fliegenflasche. Die konnte Gerda nicht lange bange machen. Sie war ja nicht viel größer als die. Und Hans hatte sie und ihre kleine Mama neulich freundlich gestreichelt und hatte ihnen allen beiden Helme aus Zeitungspapier gemacht. Oh nein, vor denen hatte Gerda keine Angst. Ihre Fult galt eilzig und allein. Demjenigen, vor dem die Fliege sie gleich am ersten Morgen gewarnt hatte. Dem achtjährigen Klaus. Dem gefährlichsten Menschen auf Erden. Sobald der die Kinderstube betrat, hätte sich die Puppe am liebsten in den äußersten Winkel verkrochen. Denn es gab jedes Mal Streit und Geschrei. Gleich der Empfang war wenig verheißungsvoll. Als Klaus die neue Puppe erblickte, verabfolgte er erst mal als Wilskommensgruß einen Nasenstüpser. Darauf setzte er sie auf ein großes Schaukelpferd und ließ es in solch rasantem Galopp laufen, dass der armen Gerda hören und sehen verging. Sie wäre unfehlbar herabgestürzt und hätte sich das Genick gebrochen, wenn nicht ihr Mütterchen Annemarie sie mit lautem Geschrei errettet hätte. Ein andermal war es ihr noch viel schlimmer ergangen. All seine Soldaten mit Pferden und Kanonen hatte der Bösewicht gegen das Puppenkind aufmarschieren lassen. Feuer! Kommandierte er mit Feldherrstürme. Die Puppe Gerda durch Mark und Bein drang. Da donnerten die Kanonen. Und die Papierkugeln pfiffen dem verängstigten Puppenkind nur so um den Kopf. Ich bin tot! Mau ist tot geschossen, rief sie und verlor die Besinnung. Da fand Annemarie ihr Nesthäkchen und ihre Küsse und Tränen brachten die Lockenpuppe wieder zu sich. Die Soldaten mit ihrem fürchterlichen Kanonen waren abmarschiert, aber der Krieg war deshalb noch nicht aus. Nein, der tobte nur umso toller. Und zwar zwischen Klaus und Annemarie. Mit geballten Fäusten verteidigte die Kleine ihr Puppenkind, bis Fräulein dazu kam und den stören Fried Klaus aus der Kinderstube beförderte. Nun zitterte Gerda, sobald sie nur die Stimme des wilden Jungen von Ferne hörte. Frieda machte das Wohnzimmer rein und Annemarie half. Natürlich musste Puppe Gerda auch dabei sein. Die saß auf dem Sofa wie eine Dame und sah zu, ob die beiden auch ihre Sache gut machten. Frieda rieb die Fenster blank und das kleine Mädchen klopfte mit ihrem Puppenklopfer die Sessel. Lustig tanzte der Klopper auf den Polstern. Bumm, 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 Bumm machte, machte das. Das machte Spaß, besonders weil Gerda so bewundernd zuschaute. Aber nach einer Weile fand Annemarie es noch lustiger, Fenster zu putzen, wie Frieda. Das nasse Leder quietschte so wunderschön auf den Scheiben. Bitte, Frieda, wir wollen tauschen. Ich putze die Fenster und sie klopfen die Möbel? Schlug die Kleine vor. Bewahre, Annemariechen, du fällst aus dem Fenster. Denke mal, zwei Treppen hoch, da kommst du nicht lebendig unten an, sagte das Mädchen erschrocken. Der Portier würde mich schon auffangen, wenn er gerade unten im Garten ist, meinte die Kleine. Er isst aber nicht. Damit ließ Frieda ihr Leder wieder quietschen. Und der liebe Gott würde schon auf mich aufpassen, dass ich nicht herausfalle, überlegte Annemarie weiter. Der liebe Gott hat so viel zu tun, der kann nicht noch auf jedes unvorsichtige kleine Mädchen Acht haben, sagte Frieda. Und rief die Scheibe blank. Der liebe Gott kann alles zu gleicher Zeit sehen. Der hat vorne und hinten Augen. Nicht wahr, Gerda? rief die Kleine eifrig. Die Puppe nickte mit dem Kopf. Ja, das war auch ihre Ansicht. Aber dass Annemarie nicht auf das Fensterbrett klettern sollte, darin stimmte Puppe Gerda wieder mit Frieda überein. Es fiel ihr ordentlich. Ein Zentnergewicht vom Herzen, als Frieda vorschlug. Weißt du, Annemariechen, kehre lieber den Teppich mit der Teppichmaschine ab. Das leuchtete auch Annemarie ein. Die Teppichmaschine quietschte noch viel schöner als das Fensterleder. Denn sie war lange nicht geölt. Brrrr, ging es über den blauen Teppich. Die Maschine rumpelte, quietschte und pfiff. Und Annemarie jubelte. Brrrr, zehnmal im Kreis herum. Da machte die Kleine endlich Halt. Willst du mitfahren, Gerda? fragte das erwartungsvoll das sitzende Puppenkind. Das streckte ihr beide Arme entgegen. Eine Sekunde später saß Gerda auf dem braunen Rumpelkasten. Jetzt fährst du Karussell. Halt dich fest, mein Liebling, rief Annemarie. Und da ging es auch schon los. Gerda hätte ihrer kleinen Mama gern gesagt, dass es Karussell hieß. Aber sie hatte genug damit zu tun, sich festzuhalten und nicht herunterzupurzeln. Brrrr, zehnmal im Kreis herum. Da stand das Karussell endlich still. Das war fein. Annemarie und Gerda sahen sich beide mit glänzenden Augen an. Wollen wir nun mal nach Amerika fahren, Gerdachen? Die Puppe machte ein erschrockenes Gesicht. Sie hatte Angst, seekrank zu werden. Ach, du fürchtest dich wohl so ganz allein auf dem großen Schiff, du Dummerchen? Lachte ihr Mütterchen. Na warte, ich hole dir Gesellschaft. Damit war Annemarie auch schon zur Tür hinaus. Aber es dauerte nicht lange. Da erschienen sie wieder. In einem Arm Iränchen und Mariannchen, in dem anderen Lolo und Kurt. Und in der zusammengerafften Schürze noch das strampelnde Baby. So, sagte sie. Die Herrschaften wollen auch nach Amerika fahren? Bitte nehmen sie Platz, meine Damen. Fräulein Gerda und Fräulein Iränchen erster Klasse. Damit setzte die beiden auf die eine Seite der Teppichmaschine und Lolo nebst Mariannchen auf die andere, in die zweite Klasse. Iränchen als Älteste bekam das Baby auf den Schoß. Ich bin der Kapitän. Und du? Kurt, kannst du Steuermann sein? Stelle dich hier an den Mastbaum des Schiffes. Damit band Annemarie den Puppenjungen mit ihrem blauen Haarband an den blauen, braunen Holzstiel der Teppichmaschine. Haben sie alle Fahrkarten, meine Herrschaften? Na dann kann die Reise ja losgehen. Der blaue Teppich ist das Meer, oder vielmehr der große Ozean. Ich habe erst gestern gehört, wie Hans das für die Geografiestunde gelernt hat, sagte der Herr Kapitän würdevoll zu seinen Passagieren. Es heißt Ozean und nicht Hahn, wollte Iränchen, die schon in die Schule ging und schrecklich klug war, den Herrn Kapitän belehren. Aber da tutete das Schiff bereits. Tut, tut. Die Maschine rumpelte, quiekte und pfiff. Und der Herr Kapitän schrie, Wir fahren nach Amerika. Hurra! Mitten durch das blaue Meer ging die Reise. Das stolze Schiff schaukelte und schwankte so sehr, dass die Reisenden einer auf den anderen purzelten. Wir reisen nach Amerika. Hurra! Der Kapitän kämpfte wacker gegen Sturm und Wogen. Frieda aber stand auf der Trittleiter am Ufer, wie auf einem hohen Leuchtturm, und hielt sich die Seiten vor Lachen. Den Passagieren drehte sich das Herz im Leibe herum. Bei der gefährlichen Fahrt. Gerda ward es schwarz vor Augen. Mariannchen wurde kreuzelend, und Iränchen sah noch blasser aus als sonst. Denn es war ihr schrecklich übel. Aber immer weiter ging's. Wir reisen nach Amerika. Hurra! Mann über Bord! schrie Frieda plötzlich vom Leuchtturm herab, während Iränchen entsetzt die Hände hinter ihren ins Meer gefallenen Baby streckte. Kurt, der mutige Steuermann, sprang da das blaue Haarband, mit dem er festgebunden war, inzwischen gerutscht war, beherzt hinter dreien. Aber der Herr Kapitän ließ sie alle beide ertrinken, denn das gehört zu einer richtigen Reise nach Amerika. In der Tür erschien, angelockt von dem Lachen und Jubel, neugierig Puck. Willst du mit nach Amerika reisen, Puckchen? Dann darfst du mein neuer Steuermann sein. Ehe das Zwerghöntchen noch ja oder nein hätte bellen können, hatte der Herr Kapitän es auch schon beim Wickel und auf seinem neuen Posten an den Mastbaum gestellt. »Wir reisen nach Amerika! Hurra!« »Wum! Wum!« blaffte der neue Steuermann wütend dazwischen, denn es düngte ihn höchst ungemütlich auf dem schwankenden Schiff. Puppe Gerda, die sich schon seit geraumer Zeit seekrank fühlte und die Augen, weil ihr so elend war, geschlossen hielt, blinzelte ängstlich zu dem kläffenden Steuermann hin. »Lieber Gott, dass er mich nur nicht beißt!« flüsterte sie. »Wums!« Da war das Schiff gegen ein Felsenriff den Eimer gefahren und wäre bei einem Haar gescheitert. Der gewissenlose Steuermann hieß seinen Posten im Stich und rettete sich mit einem ersteckten »Wum! Wum!« ans Ufer. Die Passagiere aber, Fräulein Gerda, Fräulein Irenchen und Mariannchen stürzten sich kopfüber in die blauen Fluten. Nur Lolo, das Negerkind, reiste jetzt noch einsam auf dem großen Schiff weiter nach Amerika. Da kamen Hans und Klaus aus der Schule. Als die das Schwesterchen bei ihrem lustigen Spiel sahen, schlug Hans vor »Komm, Animi! Ich mache dir noch ein Schiff aus Papier! Das bindest du dann als Rettungsboot hinten an!« »Ach ja, Hänschen!« jubelte Annemarie und lief hinter dem großen Bruder her. Klaus ließ seine Augen inzwischen über die verunglückte Besatzung des Schiffes schweifen. Puppe Gerda bibberte schon an allen Gliedern, weil sie den gefährlichen Klaus nur im Zimmer wusste. Wie aber wurde ihr erst zumute, als sie sich von tintenbeschmierten jungen Händen plötzlich roh am Arm emporgezogen fühlte. »Himmel! Jetzt muckst du mich ab!« dachte sie herzklopfend. Die Leiter, die Frida soeben verlassen hatte, um frisches Wasser zu holen, kletterte der Nichtsnutz mit der armen Puppe empor. Immer höher und höher ging es. Will er mich etwa gleich selbst in den Himmel befördern? Kaum vermochte die Puppe vor Aufregung noch diesen Gedanken zu fassen. Aber jetzt wurde halt gemacht. Rupp! Da saß sie vor Angst halbtote Gerda hoch oben auf dem Ofen, der noch dazu an dem kalten April-Tage geheizt war. »Au! Ich hab mich verbrannt!« schrie Puppe Gerda. Aber hohlenlachend rutschte der wilde Klaus die Leiter herunter. Weinend thronte die Puppe auf ihrer einsamen Höhe. »Ach Gott! Ach Gott! Wie soll mich mein Mütterchen bloß je im Leben hier wiederfinden?« Da kam Annemarie glückstrahlend mit ihrem Rettungsboot zurück. Sie band es an die Teppichmaschine und fischte die Ertrunkenen wieder aus dem Ozean heraus. »Na nun?« »Wo ist denn mein Gerdachen hingekommen?« verwunderte sie sich. »Habt ihr Gerda nicht gesehen?« wandte sie sich an die übrigen Fahrgäste. Iränchen wies mit dem ausgestreckten Arm in die Richtung des Ofens, aber die Kleine achtete nicht darauf, auch nicht auf das feine, weinende Puppenstimmchen, das sie von oben rief. Sie stürzte in die Jungenstube, denn sie ahnte sogleich den Täter. Dort saß Klaus mit dem harmlosesten Gesicht der Welt und machte seine Rechenaufgaben. »Klaus, hast du meine Gerda genommen?« fragte sie krampfhaft. »Lass mich mit deiner Zummenpuppe entfrieden!« brummte er und steckte die Nase noch tiefer ins Buch. Die Kleine hielt es für ratsam, andere Seiten aufzuziehen. »Kläuschen, liebes gutes Kläuschen, ach, gib mir doch meine kleine Gerda wieder!« bettelte sie. »Such sie dir!« brummte der Puppenräuber. »Also hast du sie doch genommen! Du abscheulicher Junge! Na warte! Annemaries schon zum Boxen erhobene Ärmchen, sanken aber wieder herab. Sie jagte aus dem Zimmer. Die Mutterliebe war stärker als die Rauflust. »Sie ist nach Amerika geschwommen, wenn sie nicht unterwegs einen Haifisch verschluckt hat!« rief der ungezogene Klaus noch hinter dem Schwesterchen her. Im Wohnzimmer durchsuchte Annemarie in Gesellschaft mit Frieda jeden Winkel. Gerda blieb verschwunden. Bitterlich weinen stand die kleine Puppenmutter unten, während oben auf dem Ofen ihr Kind ebenso bitterlich weinte. Da rief Frieda, welche die Kronglocken säuberte. Plötzlich von der Leiter herab, »Ich sehe sie!« »Da guckt ein Bein über den Ofenrand! Na, hoffentlich ist sie nicht aus Wachs, sonst ist die da oben bestimmt geschmolzen!« Sie rückte die Leiter an den Ofen und rettete das arme Puppenkind vor dem Verbrennungstod. Das Herz klopfte der kleinen Annemarie inzwischen bis in den Hals hinein. »Lieber Gott, würde ihre Gerda ihr süßes Nesthäkchen auch nicht geschmolzen sein oder am Ende sogar so braun gebrannt wie die Negerpuppe?« Da hielt sie ihr Kind endlich wieder im Arm. Fest, ganz fest. Nein, es war noch genauso schön wie vorher. Nur ein bisschen erhitzt fühlte es sich an. Selig küssten sich die beiden, als ob Gerda wirklich aus Amerika angereist gekommen wäre. Von nun an aber hatte Puppe Gerda noch viel größere Angst vor dem bösen Klaus. Kapitel 5 Nestekchen macht schlechtes Wetter. Die Bäume im Tiergarten hatten ihr neues hellgrünes Maikleid angelegt. Die Vögelchen pfiffen und flöteten ihre Frühlingslieder. Herrlich blühte der Flieder. Auf den Bäumen krabbelte es von Maikäfern und auf den Spielplätzen von kleinen Buben und Mädchen. Aber so lustig es auch im Tiergarten war, es kostete Annemarie jedes Mal einen Kampf von zu Hause fortzugehen, denn dort war es jetzt noch tausendmal lustiger. Da wurde der alte, hässliche Winterstaub aus allen Ecken und Winkeln gejagt, mit großen Besen und Scheuerbürsten und wahren Fluten von Seifen Wasser. Hanne und Frieda, die hatten es gut. Die brauchten nicht mit Fräulein in den Tiergarten spazieren zu gehen. Die durften den ganzen Tag nach Herzenslust klopfen, bürsten und fegen, seifen und panschen. Ach, wie Annemie die beiden beneidete, besonders da Mutti auch meistens dabei hilf. Bist du sehr traurig, Fräulein, dass du nicht mit Reine machen darfst, fragte sie mitleidig, als es wieder mal in den Tiergarten ging. Nein, ganz und gar nicht, lachte Fräulein. Ha, ich gehe viel lieber spazieren, du doch auch, Annemiechen. Ach, wo, rief die Kleine und lachte ebenfalls, denn sie glaubte, ihr Fräulein mache nur Spaß. Sie konnte sich nicht denken, dass jemand noch etwas anderes schöner finden könnte, als Reine machen. Ich wollte, es regnete, alle Tage, dass ich zu Hause bleiben müsste, sagte sie mit Inbrunst. Das kann schneller kommen, als du denkst, Liebling, denn das Barometer scheint zu fallen. regnet regnet es denn, wenn das Barometer fällt, erkundigte sich die Kleine angelegentlich. Ja, dann gibt es jedes Mal schlechtes Wetter, belehrte sie Fräulein. Heute war Annemarie mit ihren Gedanken gar nicht zurecht beim Spiel. Gerda bekam keinen Spinat zu essen, der Ball blieb in seinem roten Wollnetz und selbst der große Reifen lief nicht wie sonst den vorübergehenden gegen die Knie. Annemarie hatte anderes zu tun, die musste in den blauen Himmel hinauf gucken und die kleinen Flatterwölkchen, die wie weiße Wolkenschäfchen dort oben hervorbeizogen, zählen. Ob die wohl Regen brachten, als die Kleine heute vom Spaziergange nach Hause kam, war ihr erster Weg nicht wie sonst in die Kinderstube zu den Puppen, mit Hut und Männchen lief sie Vaters Sprechzimmer zum Barometer. Nein, es war noch nicht gefallen, es hing noch ganz fest an der Wand. Da hatte sie sich umsonst gefreut. Morgen wird eine Kinderstube reingemacht, meine Lotte, sagte Mutti nach Tisch zu dem Töchterchen. Auf Wein, da kann ich nicht spazieren gehen. Annemarie vollführte vor Freude einen Luftsprung. und Gerda, die sie gerade auf dem Arm hatte, mit. Mutti hatte eine andere Ansicht. Du bist durchaus dazu nicht nötig, mein Herzchen. Wir werden gut ohne dich fertig. Im Gegenteil, noch schneller, wenn du uns nicht nicht im Wege stießt. Aber meine Puppenküche muss ich doch rein machen. Da darf die Hanne nicht ran. Die zerschlägt mir bloß meine Teller. Du hast erst gestern gesagt, Mutti chen. Die Hanne zerschlägt alles. Ich werde die Puppenküche selbst übernehmen. Bist du nun zufrieden, Lotte? fragte Mutti lächelnd. Nein, gar nicht. Nestekchen machte ein langes Gesicht. Wenn meine Kinderstube reingemacht wird, muss ich dabei sein. Im Kaufmannsladen weißt selbst du nicht so gut Bescheid, Mutti und meine Puppenbetten muss ich mir auch selbst klopfen und frisch beziehen. Ach, wenn es doch morgen bloß regnen wollte. Alle paar Minuten lief klein Annemarie an das Fenster, um zu sehen, ob denn noch immer keine schwarzen Regenwolken kiemen. war und blieb blau und die Sonne lachte die Kleine noch obendrein aus. Du sollst wenig auslachen, du dumme Sonne, rief Annemarie und ließ dabei ein ganz klein wenig ihr rotes Zünglein sehen. Aber schnell verschwand es wieder, denn Puppe Gerda hatte ihre kleine Mama ganz erschrocken angeguckt. Doch als auch am Nachmittag noch immer keine Wolken heraufziehen wollten, da fasste das kleine Mädchen einen kühnen Entschluss. Annemie wollte selbst schlechtes Wetter machen. Herzklopfend schlich sie sich mit ihrer Gerda in Vaters leeres Sprechzimmer. Hatte Fräulein nicht gesagt, wenn das Barometer fiel, regnete es? Dann war es sicher so, denn Fräulein wusste alles. Da hing das Barometer. Auf Zehenspitzen näherte sich die Kleine. Gerda machte ein ängstliches Kinderhändchen an dem Barometer. Das begann ärgerlich hin und her zu schaukeln. Tu's nicht, lass sein, wollte Puppe Gerda gerade warnend rufen. Zu spät. Schon hatte Annemie dem Barometer einen starken Stoß gegeben. Es schwankte, es hopste, und da sprang es erschreckt von seinem Nappel herab und fiel zur Erde. Dort lag es nun. Das Glas war der Zeiger verbogen, und davor stand das kleine Mädchen und weinte bitterlich. Ja, jetzt gab es mit einem Male Regenwetter, freilich, nur bei Annemie. Draußen aber schien noch immer die Sonne. Scheu schlich sich die kleine Wetter war. Nach einer Weile hörte sie die Stimme des inzwischen heimgekehrten Vaters. Sie klang aufgebracht. Nun möchte ich bloß wissen, wer mir das teure Barometer wieder kaputt gemacht hat. Das ist doch sicher beim Reinemachen passiert. So rief er denn. Er war dem Scheuerfest lange nicht so gewogen wie sein Töchterchen. Mutti und Fräulein eilten dabei und sahen erschreckt auf das verdorbene Barometer. Sie hatten keine Ahnung wer das wohl verbrochen haben könnte. Hanne und Frieda wurden gerufen aber auch die beteuerten ihre Unschuld. Schicken sie mir die Jungen in mein Zimmer werden sie aus der Turnstunde kommen Fräulein gebot der Vater noch immer ärgerlich. Das kleine Mädchen konnte es deutlich hören denn die Türen standen offen. Sicher ist es einer von den Schlingeln gewesen. Na die können sich freuen. Zweimal hatte Puppe Gerda Annamie bereits am Ärmel ihres roten Musselinkleidchens gezupft. Die tat als merkte sie nichts. Aber als die Puppe jetzt zum dritten Mal noch stärker zupfte und sie dabei auch noch vorwurfsvoll ansah stieß Annamie hervor. Ja doch ja doch ich gehe ja gleich und da stand sie auch schon mit niederschlagenden Augen in ihres Vaters Sprechzimmer ihr Puppenkind krampfhaft ans Herz gepresst. Na Lotte was willst du? Vaters Zorn verflog im Umsehen als er seine Neste Kinder blickte. Ich ich druckste die Kleine und wäre am liebsten wieder davon gelaufen wenn sie nicht von ihrem Kinde geschämt hätte. Na was hast du denn auf dem Herzen meine kleine Lotte liebevoll zog Vater sie zu sich heran da schlang Annamie ihre Ärmchen um Vaters Hals und Puppe Gerda tat dasselbe beide verbargen sie ihr Gesicht an Vaters Schulter ich habe das Barometer fallen lassen flüsterte es leise ganz leise du Vaters Gesicht wurde ernst er schob die kleine Sünderin ein Entchen von sich ab was hast du denn an meinem Barometer zu suchen Anne Marie Anne Marie sagte der Vater und nicht Lotte wie sonst immer nun hatte er sie ganz sicher nicht mehr lieb ich wollte doch so schrecklich gern dass es morgen regnet weil doch meine Kinderstube reingemacht wird und Freudein hat gesagt wenn das Barometer fällt gibt es schlechtes Wetter schluchte sie im tiefen Schmerz und darum hat meine dumme kleine Lotte es fallen lassen Vater biss sich auf die Lippen um das Lachen zu verbergen auch Mutti und Fräulein mussten sich umwenden weil es in ihren Gesichtern vor verhaltenem Lachen zuckte Anne Marie aber sah das alles nicht die hörte nur dass Vater wieder Lotte zu ihr gesagt hatte Gott sei Dank dann war er nicht mehr so schrecklich böse dann nahm Dr. Brown sein Nestekchen an die Hand und wies auf die Zahlen welche auf dem Barometer verzeichnet waren siehst du Lotte der blaue und der goldene Zeiger hier die jetzt verbogen sind die zwei sind schrecklich klug sie wissen genau schon im voraus was es für Wetter gibt wenn die Witterung schön wird steigen sie aus eine höhere Zahl wird das Wetter schlecht so rücken sie auf eine niedrigere Zahl und dann sagt man das Barometer fällt aber das bleibt trotzdem ruhig an der Wand hängen so belehrte sie der Vater bist du auch nicht mehr böse Vatien ich will es auch nie nie mehr wieder tun bat Annemie noch ganz schüchtern da drohte Vater lächelnd dass du mir nicht wieder an meine Sachen gehst und dann gab er ihr endlich den Verzeihungskuss aber das Wetter machen überlasse künftig nur lieber unserem Herrgott Lotte rief er dem erleichtert davon springenden Töchterchen noch nach das tat klein Annemarie auch abends im Bettchen faltete sie erst Gerda die Hände und dann ihre eigenen und betete lieber Gott mach du dass es morgen regnet hagelt und schneit weil doch das Barmeter nun kaputt ist und nicht mehr dafür sorgen kann Amen Kapitel 6 Maikäfer fliege der liebe Gott musste wohl Annemaries Gebet erhört haben zwar hagelte und schneite es nicht am nächsten tage aber es goss in strömen vom himmel herab und immer neue regenwolken zogen auf keiner war glücklicher als Annemie Hurra schrie sie und drückte ihre Gerda fast tot vor Seligkeit Mutti war weniger erfreut denn ihr Nesthäkchen war nicht aus der Kinderstube heraus zu bekommen und war jedem im Wege dabei fand das kleine Fräulein dass es alle Hände voll zu tun hätte in ihrem kleinen Eimer holte Annemarie Sodawasser und scheuerte ihre Küche bis auch kein bisschen mehr von dem hübschen braunen Papier mit dem der Fußboden beklebt war darauf zu sehen war dann ergoss sich eine Sintflut über die Puppenstube und verdarb den hübschen roten Plüschteppich den Annemarie vorher wegzunehmen vergessen hatte aber als in das so eben sauber aufgefegte Kinderzimmer plötzlich ein Regen von Grieß Reis Kaffee Rosinen und Mandeln herniederprasselte weil die kleine Scheuerfrau die Schubfächer ihres Kaufmannsladen zum Ausseifen leer haben wollte zog Mutti ihr Töchterchen energisch aus dem Zimmer in die Jungenstube nebenan ging es wohin auch die Puppen bereits gewandert waren Puppe Gerda strahlte über das ganze Gesicht als sie ihres Mütterchens ansichtig wurde denn sie graulte sich sehr in dem Zimmer des gefährlichen Klaus trotzdem der jetzt in der Schule war aber Annemie sah ihre Kinder nicht an die rief jammernd Hanne wird überhaupt gar nicht fertig ohne mich sie hat es selbst gesagt und Friederchen möchte mich doch auch so schrecklich gern darin behalten aber da Mutti das Zimmer bereits wieder verlassen hatte schlich sich die kleine ausgewiesene schließlich doch zu ihren Puppenkindern und ließ sich von ihnen in ihrem Schmerz trösten nicht lange dauerte es da öffnete sich behutsam wieder die Tür die vom Jungen Zimmer in die Kinderstube führte durch die Spalte schob sich ein winziges Stupsnäschen zwei blonde Rattenschwänzchen folgten und gleich darauf stand das Nestierkind wieder dreist und gottesfürchtig auf der Schwelle darin war es jetzt über alle Begriffe schön Hanne wartete auf Holzpantin in einem See von Seifenwasser und scheuerte den Fußboden wie Annemie vorher ihre Puppenküche nur dass die Farbe nicht gleich mit dem Schmutz abging vorsichtig setzte klein Annemie die äußerste Spitze ihres Füßchens in die Nässe Ach wer doch auch da so herumpanschen dürfte und noch dazu auf Holzpantin du bekommst nasse Füße und dann wirst du krank geh zurück Annemie rief Frieda die gute Hanne aber welche die sehnsüchtigen Blicke der kleinen sah trocknete sich die Seifenhändchen an der Schürze ab und schwupp da saß Nestäkchen auf dem großen weißen Kinder Stubentisch mitten in dem See wie auf sie klatschte in die Hände und rutschte vor Freude hin und her dass Hanne Angst hatte sie könnte jeden Augenblick in den Scheuereimer fliegen Mutti aber die gerade vorbeiging drohte dem kleinen Eindringling na warte wenn du nicht ganz brav bist wirst du wieder in die Luft gesetzt Lotte nebenan in der jungen Stube herrschte weniger Freude vergeblich hatte Puppe Gerda die Arme hinter ihrem Mütterchen her gestreckt denn ihr ahnte nichts Gutes und richtig da kam auch schon polternd und pfeifend der Klaus aus der Schule er schleuderte seine Schulmappe auf das Arbeitspult und stellte sogleich eine Zigarrenkiste auf den Tisch darin kribbelte und krabbelte es von gefangenen Maikäfern denn sein Schulweg führte durch den Tiergarten jetzt hatte er die Puppen ein Quartierung erblickt und zugleich durchzuckte den Schlingel ein Gedanke er nahm behutsam eines der kribbelnden Wesen aus der Schachtel holte sich einen langen Faden und band denselben dem Maikäfer an das Bein das Ende das Ende des Fadens behielt er in der Hand der Maikäfer spazierte erst ganz gemächlich über die Wachstuckdecke des Tisches mit ängstlichen Augen sahen sämtliche Puppen seinem Spaziergange zu besonders Gerda klopfte das Herz denn sie war ja noch nicht ein Jahr alt und hatte daher noch nie einen Maikäfer zu sehen bekommen plötzlich schien sich der braune Spaziergänger seiner Freiheit bewusst zu werden er breitete prüfend seine Flügel aus zählte bis 100 und da brummte er durch das Zimmer gegen das Fenster die Puppen fielen verschreckt beinahe auf den Rücken Gerda zitterte wie Espenlaub solche Angst hatte sie vor dem großen braunen Käfer aber es sollte noch schlimmer kommen Klaus zog den gegen das Fensterscheiben surrenden Maikäfern an seiner Leine zurück dann ließ er ihn wieder fliegen diesmal brote der schlanke Maikäfer Jüngling geradewegs auf die sich ängstlich zusammenscharrenden Puppen los denn er mochte junge Damen gern die kreischten vor Entsetzen aber nur der Maikäfer vernahm es der dumme Klaus verstand die Puppensprache nicht doch der unternehmungslustige Maikäfer ließ sich durch die abwehrend erhobenen Hände der jungen Damen erst flog er zu dem blassen Irenchen die vor Schreck blutrot wurde und kritzelte sie an der Nase dann brurrte er vor Marianchens noch immer verklebten Augen und schließlich setzte er sich auf Gerdas blonden blonden locken locken schopf und begann ihr zärtliches Gesicht zu krabbeln denn sie war die allerschönste aber Gerda wusste liebkosungen nicht zu schätzen Hilfe rief sie Hilfe und dann fiel sie in Ohnmacht ihrem braunen Kavalier aber zog Klaus an dem um sein Bein geschlungenen Faden wieder in die Kekka zurück auch Puck machte heute einen großen Bogen um den gefährlichen Klaus denn sobald er die Zigarren Kiste sah wusste er was die Glocke geschlagen hatte es war Puck unerklärlich dass die Menschen die sonst so klug sein sollten den Mai den Wondemonat nannten und ihn so gern hatten er selbst verabscheute ihn ganz geradezu kein anderer Monat scheute ihn so aus der Ruhe wie der Monat der Maikäfer bald hatte ihm Klaus solch kribbelndes Ding aus die kalte schwarze Hundeschnauze gesetzt bald in das lange weiße Seidenfell und so viel das Zwerghündchen auch schnappte und kläffte die frechen Maikäfer und der noch frechere Klaus ließen sich nicht stören ihn zu peinigen selbst Hans der sonst harmlos seiner Wege ging bekam jetzt manchmal den Maikäfer Koller und zopfte ihn nein Puck schwärmte für den Wornemonat die größte Angst aber vor den braunen Viechern noch mehr als sämtliche Puppen und Puck hatte Nesthäkchen das schrie wenn Klaus ihr seine nichts Gutes verheißene Zigarrenkiste nur von weitem zeigte dann bestürmte sie Fräulein ihr lange Strümpfe anzuziehen denn sie wusste ganz genau dass Klaus und die Maikäfer es vor allem auf ihre in Wadenstrümpfen gesehen hatten Annemie wagte sich heute nicht mehr in die Jungenstube hinein sie blieb den ganzen Tag in Muttis und Fräuleins Schutz die arme Gerda musste sich ganz allein vor ihrer Ohnmacht erholen am Abend als die Kinderstube fix und fertig war und es nur so blitzte vor Sauberkeit als die neuen weißen Mulgardinen an den Fenstern leuchteten und alle Betten sogar die Puppen blütenweiß bezogen waren schlich sich der arge Klaus mit seiner Malkäfer Schachtel heimlich zur Kinderstube gerade unter das Bett des Schwesterchens stellte er die Kiste vorsorglich aber ließ er den Deckel ein ganz klein wenig offen damit die Gefangenen nicht erstickten mitten in der Nacht war es alles schlief im Kinderzimmer da begann es sich in der Zigarrenkiste zu regen Sellen marschierte durch die Luft Spalte in die Freiheit und da brote der ganze Schwarm gegen die neuen weißen Mulgardinen jetzt ging es lustig in der Kinderstube umher vier flogen zu Annemaries Bettchen drei zu Fräulein und ein halbes Dutzend Brote um den Puppenwagen das kribbelte und krabbelte Annemie juckte sich im Schlaf das Näschen denn dort hatte gerade ein Maikäfer Großpapa Platz genommen Fräulein fuhr mit den Händen in der Luft umher da hatte sie einen Maikäfer zwischen den Fingern Puppe Gerda aber riss erschreckt die Augen auf als sie das fürchterliche Brorren und Sohren vernahm und weckte weinend ihre kleine Mama die stimmte denn auch sogleich in das Geplär ihrer Puppe ein Fräulein das Luftschiff muss hier im Zimmer sein hör nur wie es so 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 schrie sie Fräulein hatte schon Licht gemacht da sah sie entsetzt den gefangenen Maikäfer in ihrer Hand und Maikäfer wohin sie auch blickte im Gitterbettchen aber umgeben von lustig bohrenden Maikäfern stand nebst Gerda und schrie wie am Spieß Fräulein beruhigte erst liebevoll ihre kleine brüllende Anämie dann machte sie beide Fenster auf und da war die ganze bruchende Gesellschaft auf und davon auf nimmer wiedersehen in der soeben erst reingemachten Kinderstube jedoch sah es am nächsten morgen lustig aus schwarz die schönen weißen Mulgerdienen schwarz getupft die frisch bezogenen Betten alles hatten die Maikäfer wieder schmutzig gemacht klaus aber bekam seine wohlverdiente strafe kapitel 7 herr doktor mein kind ist so krank auf dem spielplatz waren eines tages drei niedliche kinder ein knabe und zwei mädchen erschienen annemie sah sie erst von weitem an und schob sich und ihren puppen wagen dann näher und näher aber als eines der fremden kinder gerade fragen wollte kleine willst du mit mir spielen da begann dasselbe zu husten so sehr hustete das kleine mädchen dass es krebsrot im gesicht wurde es konnte gar nicht wieder aufhören nun an der bank packte fräulein ihre handarbeit zusammen band der kleinen das graue spielschürzchen ab und setzte ihr den roten südwester auf mit ungeheurem erstaunen verfolgte klein annemarie fräuleins gebaren aber als diese sie jetzt an der hand nahm und mine machte den spielplatz zu verlassen kam wieder leben in die vor verwunderung ganz erstarrte kleine mein puppenwagen meine gerda rief sie und wollte sich von fräuleins hand losreißen um den bei den fremden kindern vergessenen puppenwagen zu holen aber fräulein ließ sie nicht fort du wartest hier auf mich annemarie ich fahre den annemies staunen stieg noch auch gerda machte große augen wie noch nie fräulein fuhr eigentlich den puppenwagen nie fräulein fuhr eigenhändig den puppenwagen aber als die kleine über den komischen anblick hell auflachte sah fräulein so ernst rein dass annemie erschrocken schwieg war sie denn unartig gewesen annemie zog nachdenklich die Stirn kraus und überlegte angestrengt sie konnte sich beim besten willen nicht darauf besinnen fräulein begann die kleine schüchtern nachdem sie eine ganze weile stumm neben ihr hergetrabt war sei doch wieder gut zu mir fräulein ich will es auch nie wieder tun was denn annemariechen jetzt war die reihe ein erstauntes gesicht zu machen an fräulein war ich denn nicht unartig fragte annemarie zweifelnd warum bist du denn so böse und gehst mit mir nach hause ich bin nicht böse herzchen nur ängstlich bin ich dass du dich angesteckt haben könntest wir gehen noch nicht nach hause sondern nur in einen anderen teil des tiergartens an an dem spiel Wagen nicht selbst fahren. Du darfst heute den ganzen Tag weder an den Wagen noch an deine Gerda heran. Wir müssen ihn erst gründlich reinigen, damit du dich nicht etwa daran ansteckst. An meiner Gerda? Ist dir denn auch ein Korchustenkind? Nesthäkchen sah ihre Puppe prüfend an, aber die machte einen ganz munteren Eindruck und hatte kein einziges Mal bisher gehustet. Sie schien sich über Fräuleins Vorsichtsmaßnahmen auch sehr zu wundern. Zu Hause angelangt, musste sich Puppe Gerda aber noch viel mehr wundern. Ihre kleine Mama zog sie nicht aus, sondern sie wurde, wie sie war, mitten auf den Balkon in die Sonne gesetzt. Da saß sie nun den ganzen lieben Tag und hatte keine andere Gesellschaft als den langweiligen Puppenwagen. Aber als es dunkel wurde und Annemarie noch immer nicht kam, um ihre Gerda auszuziehen und mit ins Bett zu nehmen. Da war die Puppe sehr ärgerlich auf ihr Puppenmütterchen. Sie war doch ganz gesund, aber hier draußen in der Nachtluft musste sie sich ja erkälten. Ach, Puppe Gerda wusste ja nicht, dass ihre kleine Mama sich ganz genauso nach ihr bangte und Fräulein bestürmte, das arme Kind doch endlich wieder hereinholen zu dürfen. Aber Mutti und Fräulein bestanden darauf, dass Gerda heute im Freien schlafen sollte. Und Vater, der sein Nesthäkchen doch so selten eine Bitte abschlug, meinte auch, für alle Fälle ist es besser. Am nächsten Tag durfte Annemarie sich endlich wieder ihr Kind holen, nachdem Fräulein demselben andere Sachen angezogen und sie mit einem abscheulichen Parfüm besprengt hatte. Pui, Gerda, du riechst ja wie Vaters Sprechzimmer. Annemarie, die ihren ausgesetzten Liebling noch eben freudestrahlend in die Arme schließen wollte, wandte Nasendrüppen den Kopf fort. Das nahm Puppe Gerda ihr übel. Sie konnte doch wahrlich nicht dafür, dass man sie mit dem abscheulichen Zeug Lysol hatte, Fräulein es genannt, einparfümiert hatte. Sie drehte den Lockenkopf ebenfalls zur Seite und sah ihre kleine Mama nicht an. Zum ersten Mal in ihrem Leben waren die beiden miteinander böse. Annemarie nahm ihr Rähnchen nach Tiergarten mit und Puppe Gerda saß heute steif und stumm auf ihrem kleinen Stuhl und tat, als ob Annemarie Luft für sie wäre. Aber als Annemarie abends ausgezogen wurde und traurig zu Fräulein sagte, ich würde Gerda ja gern mit ins Bett nehmen, wenn sie nur nicht so grässlich riechen würde. Da durfte die Puppe trotzig. Ich schlafe überhaupt nie wieder bei dir. Ich will gar nichts mehr von dir wissen. Du alte Annemarie. Und dann weinten sich alle beide, das kleine Mädchen, in ihrem Bettchen und die Puppe auf ihrem Stühlchen in den Schlaf. Auch den nächsten ganzen Tag waren die zwei noch miteinander böse. Aber am dritten Morgen, als Gerda immer noch kein freundliches Gesicht machen wollte, nahm die kleine Mama sie auf den Schoß. Hast du nichts zu sagen, Gerda? fragte sie das Nesthäkchen, ganz wie Mutti, wenn sie selbst unartig gewesen. Gerda schwieg verstockt. Sie wollte nicht abbitten. Aber da die Kleine selbst kein ganz reines Gewissen ihrem Puppenkinde gegenüber hatte, gab sie ihm trotzdem einen Versöhnungskuss, denn der Lysolgeruch war inzwischen verflogen. Gerda aber war eigensinnig. Sie machte sich steif und wollte sich nicht küssen lassen. »Fräulein, ich weiß gar nicht, was ich mit dem ungezogenen Kinder anfangen soll.« »Es ist so schrecklich bockig«, sagte die Puppenmutter ratlos und stellte Gerda in die Ecke. »Vielleicht ist sie krank?«, begütigte Fräulein. »Krank?« »Ja, das ist möglich. Am Ende hat sie den Korchhusten?« Gerda wurde wieder aus ihrer Sofaecke hervorgeholt. Die kleine Doktortochter fühlte ihr den Puls und legte ihr Babys Puppenthermometer unter den linken Arm, um zu sehen, ob sie Fieber habe. »Fräulein, sie hat 76 Grad! Das Kind hat schrecklich hohes Fieber. Es muss sofort ins Bett!« Ehe Gerda wusste, wie ihr geschah, war sie ausgezogen und lag im Bett, von Iränchen und Mariannchen, trotzdem sie sich ganz gesund fühlte. Das Unangenehmste aber war, dass Anne-Marie ihr den triefenden Waschlappen als kalte Kompresse auf die Stirn legte. Ach, wäre sie doch bloß artig gewesen und hätte abgebeten. Anne-Marie aber fand, dass Gerdas Fieber noch immer stieg und das Badethermometer 99 Grad anzeigte. Da schickte das besorgte Mütterchen ihren Puppenjungen Kurt zu Dr. Puck. Der lag auf dem Sofa, auf dem er eigentlich gar nicht liegen durfte, und hielt sein Mittagsschläfchen, aber er wollte nachher mit herankommen, um nach der Kleinen zu sehen. Nein! Was bekam Gerda für einen Heidenschreck, als sich plötzlich die Mullgardine des Himmelbetts zurückschob und das weißbärtige Gesicht des Dr. Pucks erschien. Ich bin ja gar nicht krank, ich bin ja ganz gesund, rief sie, aber keiner hörte auf sie. Dr. Puck legte ihr seine kalte Pfote auf die Stirn, sah sie aufmerksam an und sagte dann, Axel zuckend, wow, wow, das hieß auf Deutsch, ja, ich weiß auch nicht, was ihr Kleinen fehlt. Da beschloss Anne-Marie, einen ganz berühmten Doktor zur Rate zu ziehen, damit Gerda-Chen nur nicht sterben musste. Es war nach der Sprechstunde und die Patienten schon alle wieder gegangen. Da klopfte es, bescheiden an der Tür von Dr. Brauns Sprechzimmer. Der Arzt erhob sich und öffnete die Tür zum Warteraum. Hatte er etwa einen Patienten vergessen? Vor ihm stand eine kleine Dame mit einem Mantel, der eine lange Schleppe hatte. Auf dem Kopf hatte sie einen schönen Federhut, der Dr. Braun sehr bekannt vorkam. und unter welchem zwei winzige Rattenschwänzchen hervorluckten. Im Arm aber hielt sie etwas Längliches in ein großes Tuch geschlagen. Guten Tag, Herr Doktor, mein Kind ist so krank, sagte die kleine Dame mit verstellter Stimme und machte ein bekümmertes Gesicht. Oh, das tut mir aber leid. Treten Sie näher, gnädige Frau, bitte setzen Sie sich. Damit wies Dr. Braun auf den Patientenstuhl. Selig nahm Annemie, denn sie war die kleine Dame mit Muttis schönem Federhut Platz. Zeigen Sie die kleine mal her, gnädige Frau, gebot der Arzt. Das große Tuch wurde auseinandergeschlagen und Gerda kam zum Vorschein. Na, mein Herzchen, was fehlt dir denn? fragte der Doktor sie freundlich, dass Gerda nicht lange so vor ihm fürchtete wie vor dem Dr. Puck. Ich glaube, das Kind hat den Korchusten, sagte die kleine Mama an ihrer Stelle. Hustet sie denn sehr? Nein, gar nicht, aber sie hat 99 Grad Fieber. Na, dann werde ich ihr Töchterchen mal schnell wieder gesund machen, gnädige Frau, sagte der berühmte Arzt. Er zog sein schwarzes Hörrohr vor, setzte es Puppe Gerda auf die Brust und legte sein Ohr an die andere Seite des Hörrohrs. Dann beklopfte er sie noch, während Annemie stolz dachte, Vater untersucht viel feiner als Puck. Darauf sagte Herr Doktor beruhigend, die Kleine scheint sich nur erkältet zu haben. Nicht einmal Keuchhusten? Die Mutter schien damit nicht recht zufrieden. Nein, sie hat nur etwas Drüsen. Ich werde ihr einen Verband machen. Dann ist sie morgen wieder ganz gesund. Doktor Braun holte Verbandszeug und machte Puppe Gerda einen so schönen Verband, dass sie den Kopf nicht mehr bewegen konnte. Mit andächtigen Augen sah ihre kleine Mama zu. Sie beneidete ihr Kind sogar ein bisschen, um den feinen, richtigen Verband. So, gnädige Frau, nun ist die Kleine fertig. Aber die gnädige Frau erhob sich noch nicht. Sie sah den Arzt mit bettelnden Augen an. Wünschen Sie noch etwas, gnädige Frau? Ich möchte so schrecklich gern auch einen solch einen Verband haben. Es kam mit einem sehnsüchtigen Säufer von den Lippen. Der Kleinen Dame Sie, gnädige Frau! Der berühmte Arzt sah mit einem Male merkwürdig lustig drein. Aber Sie sind doch ganz gesund? Oder fehlt Ihnen irgendetwas? Ich? Meine Däume tun mir so weh. Das kann am Ende eine Lungenentzündung werden, meinte die Kleine Dame besorgt. Dabei wies sie dem Herrn Doktor ihre Däumchen, die zwar etwas schwärzlich, aber durchaus heil waren. Ich werde Ihnen ein Rezept verschreiben, gnädige Frau. Nehmen Sie tüchtig Waschungen mit Seife vor, verordnete der Arzt. Aber damit war Annemie nicht einverstanden. Sie wollte ihren Verband haben. Was war sie denn schlechter als Gerda? Die gnädige Frau sagte sehr wenig freundlich, Adieu, Herr Doktor, und vergaß sogar zu danken. Aber die Tür hatte sich noch nicht lange hinter der Patientin geschlossen. Da vernahm Dr. Braun ein durchdringendes Geschrei. Erschreckt eilte er hinter dreien. Da stand im Wohnzimmer die kleine Dame. Mit dem schönen Federhut in der rechten hielt sie eine Schere, während sie die Linke da mit jämmerlichem Geschrei ihm entgegenstreckte. Au, au, es blutet! Und gleich darauf, unter Schmerzen lächelnd, nun muss ich doch einen Verband haben. Du dumme kleine Lotte, sagte Dr. Braun und vergaß allen Respekt. Wie kommst du denn zu der Schere? Du solltest doch keine anfassen. Ach, ich wollte doch so furchtbar gern einen richtigen Verband haben. Und weil meine Däume doch so schrecklich heil waren, wollte ich mir nur so ein ganz klein bisschen schneiden. Aber die olle Schere hat gleich so doll geschnitten. Au, au, es tut ja so weh. Siehst du, Lotte, das ist die Strafe dafür, dass du die Schere angefasst und dich mit dem Willen geschnitten hast. Nun musst du die Schmerzen ertragen, sagte der Vater ernst. Aber er nahm sein weinendes Nesthäkchen doch mit in das Sprechzimmer und machte ihr einen Verband. Der war noch viel schöner als Gerdas. Ach, wie stolz war Annemie darauf. Nun tat es lange nicht mehr so weh. Am nächsten Tage durfte Puppe Gerda ihren Verband abnehmen und war wieder ganz gesund, während ihre kleine Mama noch mehrere Tage mit verbundenen Händchen gehen musste. Den Keuchhusten aber bekamen sie alle beide nicht. Kapitel 8 Dudel-Dudel-Leierkasten Klein Annemarie saß mit ihren sämtlichen Kindern in ihrem Gärtchen, draußen auf dem Blumenbrett. Davor waren Eisenstäbe angebracht, da sie nicht herausfallen konnte. Wunderschöne Blumen hatte Annemie in ihrem Gärtchen gesät. Winde, Bohnen und Kresse. Leider merkte man aber vorläufig noch gar nichts davon. Nicht das kleinste grüne Spitzchen wollte sich in den Ziergartenkisten mit brauner Erde zeigen. Das kam daher, weil Annemie jeden Tag die gesäten Bohnen wieder ausgrub, um nachzusehen, ob der noch immer nicht anfangen wollte, grüne Blättchen zu treiben. Den Puppen gefiel es aber trotzdem in ihrem Gärtchen. Die Sonne schien so hell und warm. Dass Irenchens blasse Wangen sich leise zu röten begannen, und Mätzchen, der ebenfalls seine Sommerwohnung auf dem Blumenbrett bezogen hatte, schmetterte und jubilierte so lustig, dass selbst die Schwarzaugen gegen Spatzen, die sich auf dem Dach herumzankten, andächtig lauschten. Ach, was gab es hier draußen nicht alles zu sehen? Puppe Gerda reckte sich fast den Hals aus. Um ihre kleine, neugierige Mama tat dasselbe. Drüben bei Müllers plättete die Auguste am offenen Fenster und eine Treppe tiefer bei Geheimrats rührte die dicke Köchin eine Speise ein und sang dazu, beinahe so schön wie Mätzchen. Gegenüber aber im Kinderzimmer presste Annemies Freund, der kleine Rolf, der erst kürzlich krank gewesen und noch blasser ausschaute als Irenchen, sehnsüchtig das Näschen gegen die Fensterscheibe. Der arme kleine Kerl durfte noch immer nicht ausgehen. Wie gern hätte er wenigstens bei Annemies und ihren Puppen auf dem Blumenbrett gesessen. Annemies nickte ihren kleinen Freunden einem Gruß zu und sämtliche Puppen nickten ebenfalls. Dann aber hatten sie alle noch etwas viel Schöneres zu sehen. Der Portier drunten im Hof drehte heute zum ersten Mal in diesem Sommer den kleinen Springbrunnen wieder auf. Der mitten in dem runden Rasenplatz, mit dem der Hof geschmückt war, stand. Ein kleiner, steinernern Lackedei spritzte aus seinem Munde lustig das Wasser heraus. Annemies glaubte, er spüle den Mund und sämtliche Puppen dachten dasselbe. Ja, Gerda wunderte sich, warum der Steinjunge sich denn mitten auf dem Hof die Zähne putzte. Und ein Hemdchen oder ein Nachtröckchen hatte er auch nicht mal an. Das war doch nicht anständig. Um den Springbrunnen hatten sich sämtliche Portierkinder versammelt. Auch noch ein paar kleine Freunde aus der Nachbarschaft hatten sich dazugestellt. Denn das war ein Ereignis, wenn der Springbrunnen zum ersten Mal wieder anging. Annemies sah von ihrem luftigen Sitz voll Andacht auf den Portier, der dieses Wunder vollbracht. Jetzt stand es bei ihr bombenfest. Wenn sie mal groß war, wollte sie aber ganz bestimmt Portier werden. Es war gut, dass das Blumenbrett Gitterstäbe hatte, sonst wäre Annemies schon längst auf den Hof geplumpst. Die kleine Neugierige kniete auf dem Blumenbrett, um besser sehen zu können, und steckte das Stupsnäschen durch die Eisenstäbe. Auch alle Puppen hatte sie an dem Gitter aufgestellt, denn da unten war es jetzt einfach herrlich. Karle, der krummbeinige Portierjunge, ließ ein Papierschiff in dem Springbrunnensee schwimmen. Paule, sein Bruder, peitschte den Kreisel, dass er von einer Ecke des Hofes in die andere hopste. Amanda lief auf Rollschuhen einher, dass es sich wie ein Schnellzug anhörte, und die übrigen Kinder umstanden die schwarze Grete, die geschwätzige Elster, die in einem Käfig an der Portierloge wohnte, und so stolz tat, als ob sie selbst der Pförtner sei. Sobald einer das Haus betrat, rief sie mit krächtzender Stimme höflich, »Worhen wünschen Sie, mein Herr?« und gleich darauf weniger höflich, »Halt den Dieb! Halt den Dieb!« Ach, wer doch auch da unten sein dürfte! Mutti erlaubte es nicht, dass ihr Nesttierkind auf dem Hof spielte, und das fand es dort doch tausendmal lustiger als im Tiergarten. Plötzlich wurde die kleine Gesellschaft drunten noch lebhafter als zuvor. Das Interesse für die schwarze Grete war mit einmal verflogen. All die blauen, grauen und braunen Kinderaugen wandten sich mit seligem Aufleuchten einem ziemlich zerlumpten alten Manne zu, der den Hof betrat. Auf dem Rücken trug er einen großen Kasten und in der Hand ein hölzernes Gestell. »Der Leiermann! Der Leiermann ist da!« klang es jubelnd vom Hof herauf. Auch Annemie klatschte vor Freude in die Hände, und sämtliche Köchinnen machten ihre Küchenfenster auf und guckten heraus. Der Leiermann stellte sein Gestell auf, setzte den Kasten darauf und drehte die Kurbel. »Dudel, Dudel, Leierkasten!« Und da begann das Konzert auch schon. Erst ein lustiger Walzer, die Kinder drunten im Hof, umschlugen sich paarweise und begannen zu tanzen. Geheimratsdicke Köchin wiegte sich bei ihrer Speise in den Hüften. Die Auguste ließ ihr Plätteisen über die Wäsche tanzen. Der blasse Rolf trommelte dazu an die Fensterscheibe, und selbst die schwarze Grete schlug ziemlich mit den Flügeln den Takt. Annemie aber drehte ihre Puppen nach der schönen Musik und dachte voll in Brunst, »Ach, wenn ich doch nicht die Annemarie Braun wäre, sondern ein Portierkind wäre und da unten mittanzen könnte.« Als der Leiermann geendet, flogen aus vielen Fenstern in Papier gewickelt Geldstücke herunter, die er dankend aufsammelte, wobei ihm die Kinder halfen. Auch Annemarie lief zu ihrer Mutti, die mit Fräulein die Wintersachen gegen Motten verrate. Da roch es ganz abscheulich nach Kampfer und Pfeffer und krabbelte in dem Näschen. »Hatschi! Hatschi!« Nieste die Kleine. »Mutti, ach bitte, schenke mir doch einen Sechser für den Leiermann unten!« »Oh, Hatschi! Hatschi!« Mutti lachte über ihr niesendes Töchterchen und gab Nestikchen das gewünschte Geldstück. Eifrig lief die Kleine dann mit zu ihrem Gärtchen zurück. Sie wickelte das Geld in Zeitungspapier. »Und, hast du nicht gesehen, da sauste es durch die Luft, dem kleinen steinernen Nackedei im Springbrunnen gerade an den Kopf. »Hops!« ging die Reise weiter in den Springbrunnen hinein, das das Wasser aufspritzte. »Mein Geld! Mein Geld ist ertrunken!« schrie Annemarie herab zu den dudelnden Polkaklängen. Der krummbeinige Portier Kahle hörte mit Tanzen auf, fischte das Geld aus dem flachen See und legte es auf den Leierkasten. »Schönen Dank auch, kleines Fräulein!« rief der Leiermann herauf und nahm sogar seinen verbeulten Hut ab. Dann spielte er einen feinen Galopp. »Hoppla!« »Wie die Böcklein sprangen, die Jören unten auf dem Hof.« »Durcheinander! Hoppla!« »Noch viel ausgelassener, hopsten oben die Puppenjören.« Gerda galoppierte mit dem wilden Kurt das Blumenbrett entlang. Da rief sie plötzlich, »Mein Schuhchen! Mein Goldkäferschuhchen!« Sie sowohl wie ihr Mütterchen sperrten erschreckt durch das Eisengitter. Da sahen sie gerade noch ein kleines goldbraunes Ding unten auf dem Rasen landen. Ratlos sahen die beide sich an. Annemie fand zuerst die Sprache wieder. »Das kommt davon, Gerda, wenn man so wild ist!« »Nun kannst du sehen, wie du dein hübsches Schuhchen wiederbekommst!« Am Ende, denkt der Leiermann noch, es ist Geld und wirft es in seine Büchse. So schallt die kleine Puppenmama. Die Puppe machte ein ganz zerknirschtes Gesicht. Es zuckte weinerlich um ihre Mundwinkel. Da tat Annemie ihr Nesthäkchen leid. Sie nahm es auf den Arm und sagte, »Komm, wir wollen Hanne bitten, dass sie dir das Schuhchen wiederholt.« Aber die Küche war leer. Hanne musste einholen gegangen sein. Auch Frieda war nirgends zu erblicken. Noch einen Augenblick überlegte Annemie zaudernd. Dann stand sie an der Küchentür und »HUSCH! HUSCH!« Da war sie auch schon mit ihrer Gerda die Hintertreppe hinab. Ihr Herz klopfte so laut, dass Gerda es hören konnte. Denn die Kleine wusste sehr wohl, dass sie etwas Verbotenes tat. Aber sie beschwichtigte die Stimme ihres Gewissens, die sie warnte und ihr riet, »Umkehren!« »Ach was, ich bin ja gleich wieder oben!« »Fräulein merkt es überhaupt nicht, gar nicht, bei ihren Motten!« Als Annemie jedoch auf dem Hofe unter den ausgelassenen Kindern war, da hörte sie überhaupt nicht mehr auf die mahnende Stimme ihrer kleinen Brust. Nein, war das Fidel hier unten. Noch tausendmal lustiger, als es sich vom Blumenbrett aus angesehen hatte. Längst hatte Gerda ihr Goldkäferschuhchen wieder an und wäre am liebsten schnell wieder hinaufgelaufen. Aber ihre kleine Mama dachte nicht daran. Die ließ sich laut jauchzend von den kleinen, steinernen Nackedei im Springbrunnen bespritzen. Und auch Gerda bekam eine Dusche ab. Dann drehte sie sich mit dem krummbeinigen Kale im Polka. Darauf tanzte sie mit Paule sogar einen Two-Step. Und schließlich hopsten die nackten Beinchen von Doktors Nesticien am übermütigsten unter all den anderen Kinderbeinen umher. Amanda hatte Gerda auf den Arm genommen und strich bewundernd über ihr feines Kleid. Und all die anderen kleinen Mädchen standen herum und blickten voll Neid auf die schöne Lockenpuppe. Aber Gerda konnte sich über die Bewunderung der fremden Kinder nicht freuen. Sie hatte ein zu schlechtes Gewissen, weil Annemarie gar nicht mehr daran dachte, umzukehren. Denn schließlich trug das entsprungene Goldkäferschuhchen doch all die Schuld an ihrem Fortlaufen. Himmel, wenn man sie beide von oben vermisste! Der Leiermann hatte inzwischen seinen Kasten wieder aufgeschnallt und machte Miene, ein Haus weiterzugehen. Die Kinder liefen alle hinterdrein. Annemarie, die sich gerade mit der schwarzen Grete unterhielt und sich darüber todlachen wollte, dass diese »Mein Herr« zu ihr sagte und überlegte keinen Augenblick. Sie fasste ihre Gerda an die Hand, trotzdem dieselbe durchaus nicht mitwollte, und lief hinter den fremden Kindern her. Nicht an Muttis Verbot dachte das unartige Kind, nicht an ihre Angst und Sorge. Annemarie dachte einzig und allein an den Leierkasten. Währenddessen trat Fräulein oben in die Kinderstube und sagte »So, Annemariechen, jetzt bin ich fertig. Nun wollen wir uns anziehen und spazieren gehen.« Aber keine Annemarie saß auf dem Blumenbrett. Gewiss hatte sich der Kobold wieder irgendwo versteckt und Fräulein sollte sie suchen. Aber weder unter dem Blumenbrett noch hinter dem Spiegelschrank, ja nicht einmal hinter dem Garderobenvorhang oder doch den beliebtesten Versteck bildete, war Annemarie zu finden. Ob Fräulein auch noch so viel rief »Annemariechen, Kind, es wird zu spät!« Keine Annemarie kam zum Vorschein. Fräulein begann das Herz vor Angst zu schlagen. Vom Blumenbrett konnte das Kind nicht heruntergefallen sein. Es war ja bis oben hin vergittert. Der Hof war leer. Nur die schwarze Gräte saß dort im Sonnenschein. Hätte Fräulein bloß die Puppen nach Annemarie gefragt, die hätten schon gewusst, wo ihr Mütterchen geblieben war. Aber daran dachte Fräulein nicht. Die lief in höchster Aufregung zur Mutter und rief »Glädige Frau, unsere Annemarie ist fort!« Mutti wurde ganz blass vor Schreck. Dann aber sagte sie sich selbst beruhigend »Ach was, Fräulein, das Kind wird bei den Mädchen sein!« Die Mädchen sind beide mit der Wäsche zur Rolle gegangen. Trotzdem jagte Fräulein in die Küche. Und Frau Doktor voll Sorge hinterher. Da fanden sie die offen gebliebene Küchentür. Nun, es war ja klar. Annemarie war fortgelaufen. »Ich gehe gleich zur Polizei, mein Nesthäckchen, meine Lotte, wo mag sie bloß sein?« jammerte die Mutter und hatte bereits den Hut auf. »Vielleicht hat der Portier sie gesehen. Wenn sie die Hintertreppe hinuntergelaufen ist, wir wollen ihn doch jedenfalls fragen«, rief Fräulein. Damit eilten beide Damen die Hintertreppe hinab. Der Portier hatte viele Kinder auf dem Hofe gesehen, aber ob Doktors Kleine dabei gewesen, das wusste er nicht genau. Da erschienen gerade, als Mutti in ihrer Angst zur Polizei laufen wollte, Hanne und Frieda mit ihrem Wäschekorb auf dem Hofe. Und wer lief nebenher, mit heißen Wangen und glänzenden Augen, das ausgekniffene Nesthäckchen mit ihrer Gerda, das die Mädchen auf der Straße aufgelesen und mit heimgebracht hatten. »Mutti, Muttchen, das war fein!« »Wir haben nach dem Leierkasten getanzt. Ich kann schon Two-Step«, rief die Kleine selig, ohne auf Muttis und Fräuleins besorgte Miene zu achten. Mutti aber nahm ihr Töchterchen fest an die Hand, als ob sie Furcht hätte, dass sie ihr aufs Neue entwischen könnte, und sagte mit einem Gesicht, das nichts Gutes verhieß, »Wir sprechen uns oben!« Ach, das wurde eine ernste Unterhaltung zwischen Mutti und ihrem Nesthäckchen. Und die Rute hinterher, hinter dem Spiegel, sprach auch ein Wörtchen mit. Die zeigte, dass sie genau so schön tanzen konnte wie Annemarie, und das Schlimmste war, dass ihr Kind, ihre Gerda, die Schmach mit ansah. Die kleine Ausreißerin durfte mittags nicht zu Tisch kommen. Sie musste in ihrem Kinderzimmer allein mit Gerda essen. Wie schämten sich die beiden vor Vater und den Jungen? Am meisten aber schämte Annemarie sich vor der schwarzen Grete, denn sobald der Vogel sie jetzt erblickte, rief er, dass es durch das ganze Haus schallte, »Halt den Dieb!«, »Halt den Dieb!«, »Halt den Dieb!«. Kapitel 9 Morgen wird gefegt Es war schon spät. Annemie hatte bereits ihre sämtlichen Kinder zu Bett gebracht. Und nun war es auch für sie die höchste Zeit, schlafen zu gehen. Denn der Mond stand schon am Himmel. Aber das kleine Mädchen mochte davon nichts wissen. Erst wollte sie noch ganz schnell mit Irenchen beten. Dann mussten Mariannchens Augen noch mit Salbe eingeschmiert werden. Und schließlich hatte sie vergessen, ihrer Gerda den Gute-Nacht-Kuss zu geben. Annemie, wenn du jetzt nicht ganz brav bist und dich schnell ins Bett bringen lässt, gehen wir morgen nicht auf den Platz, wo die Kinder so schön kreisspielen, drohte das Fräulein. Das half. Denn Annemies sehnlichster Wunsch, mit dem sie Fräulein schon tagelang quälte, war, sich an den Spielen der lustigen, singenden Kinder beteiligen zu dürfen. Ich muss nur noch Mutti schnell Gute-Nacht sagen. Fräulein, dann bin ich gleich wieder da. Das ließ sich hören. Aber an der Schwelle zum Wohnzimmer, das sie durchschreiten musste, um ins Esszimmer zu kommen, begieb die Kleine unschlüssig stehen. Es war schon so dunkel darin, so schrecklich dunkel. Das dumme kleine Mädchen fürchtete sich. Fräulein, rief sie zurücklaufend, liebes, gutes, einziges Fräulein, komme doch bitte mit mir mit. Warum denn? fragte diese. Musst du denn von hier bis ins Esszimmer Reisegesellschaft haben? Nein, aber, die Kleine schämte sich jetzt doch ihrer dummen Furcht. Dann gehe nur so ins Bett, sagte Fräulein, welche die schwache Seite der Kleinen kannte, und löste ihr bereits die Haarbände aus den Rattenschwänzchen. Nein, das geht doch nicht, ereiferte sich Nestekchen. Wenn man seiner Mutti keinen Gute-Nacht-Kuss gegeben hat, kann man überhaupt nicht einschlafen, nicht wahr, Gerda? Annemie trat an ihr Gitterbett, aber Gerda hatte die Augen bereits fest geschlossen und antwortete nicht mehr. Bitte, liebstes, allerbestes Fräulein, geh doch mit mir mit, bat die Kleine, schmeiche Katze aufs Neue, Kletterte auf den Stuhl, schlang die Arme um Fräuleins Hals und schmiegte ihr süßes Gesichtchen an Fräuleins Wange. Da war es schwer, Klein Annemie etwas abzuschlagen. So sag wenigstens. Warum du nicht alleine gehen willst, verlangte Fräulein. Es ist so grässlich dunkel im Wohnzimmer und ich graule mich so doll, gestand das Angsthäschen. Du graulst dich? Ja, aber vor wem denn bloß? Vor, vor. Klaus könnte am Ende wieder als Rotkäppchenwolf hinter einem Sessel sitzen und mir Angst machen. Fräulein öffnete die Tür zum Jungenzimmer. Klaus sitzt hier ganz artig bei seinem Abendbrot. Siehst du, der denkt gar nicht daran, dir einen Schrecken einzujagen. Du kannst ruhig gehen, Annemie. Zeige, dass du ein großes, ständiges Mädel bist. Aber Annemie wollte nicht groß und verständlich sein. Fräulein sollte lieber mitkommen. Denn am Ende, am Ende ist der schwarze Mann drin im Wohnzimmer, flüsterte die Kleine scheu und verbarg das Gesicht hinter den Händchen. Aber Annemie, jetzt wurde Fräulein wirklich böse. Wie kommst du denn auf solchen Unsinn? Es gibt keinen schwarzen Mann. Nein, bloß einen braunen, gab Nestikchen breitwillig zu. Auch keinen braunen, du Dummerchen. Woher hast du denn nur diesen Unfug? Frieda hat es doch gesagt. Neulich, als du abends im Theater warst, Fräulein, und ich gar nicht einschlafen wollte, sondern immerzu im Bett mit Gerda umhertobte. Da drohte sie mir. Der schwarze Mann kommt. Er wäre schon im Wohnzimmer, sagte sie. Das ist sehr Unrecht von Frieda, dir so etwas vorzureden. Aber von meiner kleinen Annemie ist es ebenso Unrecht, solch ein dummes Zeug zu glauben. Du weißt doch, dass der liebe Gott überall bei dir ist und dich beschützt. Ja, aber vielleicht hat er an dem Abend schon geschlafen. Der liebe Gott schläft nie. Der beschirmt die Menschen auch in der Nacht, Herzchen. Kommt denn der Sandmann gar nicht zum lieben Gott? Nein, Kind, Fräulein musste lächeln. Na da möchte ich auch lieber Gott sein und niemals abends in das olle Bett gehen müssen, sagte Nestekchen mit einem tiefen Säufzer. Aber sie hatte es doch durchgesetzt, dass Fräulein ein Licht anzündete, um dem dummen, dummen kleinen Mädchen zu beweisen, dass es im Wohnzimmer nichts, aber auch rein gar nichts gab, wovor man sich schürchten konnte. Und nachdem Annemie nun endlich ihren Gute-Nacht-Kuss von Mutti erhalten hatte und in ihrem Bettchen lag, da war sie doch eigentlich schrecklich froh, dass sie nicht der liebe Gott war und die ganze Nacht auf die fehlenden, vielen Menschen aufpassen musste. Denn die Augen fielen ihr fast zu. So müde war sie. Am nächsten Tage ging Fräulein mit der Kleinen auf den Spielplatz, wo die Kinder Kreis zu spielen pflegten. Wie sie es versprochen, nachdem sie sich noch überzeugt hatte, dass keines von den singenden Kindern irgendwie verdächtig hustete, bekam Annemie endlich die Erlaubnis, teilzunehmen. Frag du, ob sie mich mitspielen lassen wollen, Fräulein, bat die Kleine schüchtern. Nein, Kind, du hast ja selbst einen Mund. Wenn du Lust hast, mitzuspielen, musst du auch allein darum bitten. Ich schorniere mich so, flüsterte Annemie und senkte den Blondkopf fast bis zur Erde. Du brauchst dich nicht zu genieren, verbesserte Fräulein. Geh nur, Herzchen! Aber dazu konnte sich Annemie nicht entschließen. Sie stand mit ihrer Gerda dicht neben dem herumhopsenden Kreis und alle beide machten sie sehnsüchtige Augen. Man sang gerade, es ging ein Bauer ins Holz. Ach, wie gern wären die zwei auch das Kürbisweib gewesen oder wenigstens Knecht oder Peitsche. Doch als jetzt gespielt wurde, wollt ihr wissen, wie der Bauer. Da fand Annemie das so wunderschön, dass sie ihre Schüchternheit überwand. Du? Darf ich vielleicht mitspielen? Fragte sie rotwerdend ein Kind, das ihr zunächst stand. Das aber sang statt zu antworten. Mit plärrender Stimme. Seht ihr so, der Bauer fährt so, seht ihr so, der Bauer fährt so, seht ihr so, 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 fährt der Bauer seinen Gaben vom Feld. Und dann fuhren sie alle, als Erntewagen im Kreis umher und fuhren, die sehnsüchtig daneben stehende Annemarie, sogar über. Au! schrie diese, grieb sich ihr getretenes Füßchen und fing an zu weinen. Aber sie weinte nicht vor Schmerz, sondern weil man sie nicht mitspielen ließ. Da wurde ein größeres Mädchen auf das weinende kleine Ding aufmerksam. Komm, weine nicht kleine, sagte sie tröstend. Spiele lieber mit uns. Und sie nahm Annemie an die Hand. Die strahlte trotzdem ihr immer noch Tränen über die Backenkullatten, sofort vor Glückseligkeit. Mit der rechten Hand fasste sie das nette Mädchen an, mit der linken Puppe Gerda, die ihre Hand wiederum einem kleinen Jungen reichte, der ebenso dick wie lang war. So ging es ausgelassen im Kreise umher, während sie sangen. Wann fahren wir auf der See, wo die Fischchen schwimmen? Annemarie war Goldfisch und Gerda Tintenfisch. Aber als der Tintenfisch jetzt den anderen Fischen folgen und die vorhergehende hinten am Kleid anfassen sollte, da zeigte es sich, dass Gerda noch zu dumm dazu war. Annemie nahm sie auf den Arm und sagte entschuldigend, die Kleine ist noch nicht einmal ein Jahr alt. Es ist nämlich mein Nesthäckchen. Und als man darauf die traurige Geschichte von Mariechen saß auf einem Stein spielte, hatte die dumme Gerda Angst, dass sie mit Mariechen zusammen totgeschossen wurde. Sie war froh, dass ihre kleine Mama sie dabei dem gefährlichen Spiel Katze und Maus, was dann vorgenommen wurde, zu Fräulein in Sicherheit brachte. Friedlich, als sie sah, wie vergnügt die Kinder später lange, lange Leinewand und Vogelverkauf spielten, wie sie Zieh durch, ziehe durch, durch die goldene Brücke sangen, da wäre Puppe Gerda für ihr Leben gern mit durch die goldene Brücke gezogen. Aber ihr Puppenmütterchen schien sie ganz vergessen zu haben. Das war jetzt nicht mehr schüchtern, sondern jubelte und juchzte mit am allerseligsten von allen. Aber mit einem Mal erschien Annemie wieder bei Fräulein und Gerda an der Bank. Sie machte ein ängstliches Gesicht und wollte nicht mehr mitspielen. Hast du dich mit jemandem gezankt? erkundigte sich Fräulein, der die Sache nicht ganz geheuer vorkam. Ach wo, beteuerte Annemie. Mir ist bloß so heiß. Sie zog ihr kleines Taschentuch vor und fächelte sich Kühlung zu. Da schallte es jauchzend von dem Kinderchor herüber. Wer fürchtet sich vom schwarzen Mann nicht für'n roten Heller? Nun wusste Fräulein gleich, was die Glocke geschlagen hatte. Ei, Annemie! Sagte sie bedeutungsvoll. Du fürchtest dich doch nicht etwa noch immer vom schwarzen Mann, dass du nicht mitspielen magst? Die kleine schwieg verlegen. Puppe Gerda aber dachte höchst respektlos. Meine kleine Mama ist noch zehnmal dämlicher als ich. Weiß doch jetzt, dass es gar keinen schwarzen gibt, Annemie, fragte Fräulein wieder. Na, warum spielen die dummen Jören es denn, wenn es keinen gibt? Stießt das kleine Mädchen unbehaglich heraus. Es ist eben nur ein Spielherzchen. Eine goldene Brücke gibt es ja auch nicht. Und eine Leinewand, die Beine hat und von allen wegläuft, noch viel weniger. Spiele nur ruhig mit, dann wirst du sehen, wie hübsch das Spiel ist. Und dass mein kleines Dummchen darf Huren nicht bange zu sein braucht. Annemie zögerte noch ein wenig. Als der Jubel der Kinder aber noch immer mehr stieg, da stellte sie sich wieder ein. Doch als Schutz nahm sie sich jedenfalls Puppe Gerda mit. Bald klang die Stimme von Dr. Storbrauns Nestekchen am allerkeckesten aus dem Kinderchor. Nicht für'n roten Heller. Nein, Annemie fürchtete sich jetzt nicht. Nicht für'n roten Heller. Mehr vor dem schwarzen Mann und Gerda schon lange nicht. So fein war es noch nie im Tiergarten gewesen, wie heute. Aber alles hat einmal ein Ende. Und schließlich auch ein Vormittag. Ein Kind nach dem anderen nahm Abschied. Und auch Annemie gab jedem die Hand und versprach, morgen wieder zu kommen. Nicht wahr, Fräulein? Wir gehen doch morgen wieder her. Bat sie auf dem Heimweg. Freilich, wenn du heute brav bist, versprach Fräulein. Da gab sich Annemie Mühe, ganz musterhaft artig zu sein. Denn sie wollte gern wieder mit den Kindern spielen. Als Fräulein am Nachmittag einen Geburtstagsbrief an ihre Mutter schrieb, ging Annemie in ihrer musterhaft in Artigkeit. Lieber aus der Kinderstube, um Fräulein nur ja nicht zu stören. Bei Hanne in der Küche war es auch sehr hübsch. Sämtliche Puppen nahmen die Kleine mit sich. Dass nur keine bei Fräulein drin Lärm machte. Vor allem der wilde Kurt. Freuen Sie sich, Hanne, dass wir Sie ein bisschen besuchen? fragte Nestekchen und hielt ihren Einzug in der Küche mit Kind und Kegel. Na hopp! Hanne lachte über das ganze rote Gesicht und scheuerte weiter ihre Töpfe. Als sie sich nach einem Weilchen wieder umschaute, weil Annemie sich geradezu beängstigend artig und ruhig verhielt, da lachte sie nicht mehr. Herrje! Wie sah ihre schöne, saubere Küche aus? Den ganzen Sandkasten hatte der kleine Besuch auf die Fliesen geschüttet und sämtliche Kinder hineingesetzt. Mit einem Löffel und einem kleinen Topf backten sie dort nach Herzenslust Kuchen. Wir sind nämlich hier im Tiergarten, Hanne, auf dem Spielplatz, erklärte die Kleine schnell, als sie das entsetzte Gesicht der Köchin sah. Schimpfte sie auch nicht? Nein, die gute Hanne hatte Nestekchen viel zu lieb, um böse zu sein. Sie fegte nur den verstreuten Sand zusammen und meinte, weißt du was, Annemiechen, spiele lieber was anderes. Damit war das kleine Mädchen auch einverstanden, denn es wollte ja heute musterhaft artig sein. Nun wurden Hanne zum Dank, dass sie nicht geschimpft hatte, in Gesellschaften mit den Puppen all die schönen Spiele vorgeführt, die Annemarie heute im Tiergarten gespielt hatte. Leider stellten die Puppen sich recht dumm dabei an. Auch zanken sie sich miteinander. Kurt mochte ihr Rähnchen nicht anfassen und Lolo wollte durchaus Mariannchen auf dem Stein sein und sich ihr goldenes Haar kämmen, trotzdem sie doch schwarze Negerhaare hatte. Mariannchen stolperte über ihre eigenen Füße und schlug sich eine Beule an der Stirn. Da machte Annemie kurzen Prozess und setzte die Puppen als Zuschauer auf den Küchenschrank. Nur Gerda durfte mit ihr Vorstellung geben. Hanne, haben Sie etwa Angst vor dem schwarzen Mann? fragte Nestekchen vorsorglich, ehe sie an das schöne Spiel ging. Ibe Wade, schmunzelte Hanne. Na, wer auch nicht, nicht wahr, Gerdachen? Und mit schalender Stimme, dass alle Töpfe wackelten, ertönte es, wer fürchtet sich vom schwarzen Mann, nicht von roten heller. Es klingelte an der Haustür, aber bei ihrem begeisterten Sang hatte die Kleine es überhört. Erst als Hanne öffnen ging, kam Nestekchen neugierig näher. Huuu, der schwarze Mann, laut aufkreischend vor Schreck, fuhr die Kleine zurück und verkroch sich in die entfernteste Ecke. Ja, da stand er, der schwarze Mann, eine Leiter auf der Schulter und einen Besen in der Hand. Morgen wird gefegt, rief er mit lauter Stimme. Aber als er die Furcht des dummen kleinen Mädchens sah, da lachte er, dass die weißen Zähne im schwarzen Gesicht blitzten. Haha, du hast doch nicht etwa Angst vor mir, Kleine? fragte er gutmütig. Und Annemie, die eben noch so keck, nicht von roten heller gesungen hatte, verbarg zitternd das Gesicht hinter der Schürze. Du Dummerchen, das ist doch bloß der Schornsteinfeger, beruhigte die gute Hanne. Da nahm Annemie endlich die Schürze vom Gesicht, doch sie schielte noch immer misstrauisch zu dem schwarzen Mann hin. Die Puppen aber saßen auf dem Küchenschrank und lachten ihre kleine, dumme Mama tüchtig aus. Kapitel 10 Der Mohrenkopf Wir kriegen Besuch! Tante Albertinchen kommt heute! Jubelnd tanzte Annemie durchs Zimmer. Tante Albertinchen war eine alte Dame, die nur selten den weiten Weg machen konnte. Aber Annemie freute sich jedes Mal, wenn sie zu Besuch kam. Erstens hatte sie ihren umfangreichen Perlpompadour, immer irgendetwas Süßes für das Nesthäkchen. Zweitens durfte die Kleine ins Speisezimmer kommen, guten Tag sagen und auch ein Weilchen drin bleiben, weil sie Tante Albertinchens Liebling war. Und drittens, und das war die Hauptsache, gab es jedes Mal Kuchen und Schlagsahne. Auch heute hatte Nesthäkchen, bevor die Tante eintraf, prüfend den Kaffeetisch in Augenschein genommen. »Mmm«, der große Mohrenkopf und daneben die prächtige Marzipankartoffel. Die beiden stachen der Kleinen am meisten von allen Kuchen ins Auge. Annemie klopfte sich vor Vorgeschmack der verlockenden Dinge den kleinen Bauch. Wenn sie doch auch eine alte Tante wäre und sich nach Herzenslust etwas von der Kuchenschüssel aussuchen dürfte. »Mutti, kriegen wir heute auch Kuchen?« erkundigte sie sich erwartungsvoll. »Wenn Tante Albertinchen noch etwas übrig lässt,« lächelte Mutti. »Och, das kann sie doch gar nicht alles alleine aufessen. Denn alte Damen haben überhaupt immer einen schwachen Magen. Da ist sie morgen bestimmt krank,« prophezeite Nestikchen. »Menschenfreundlich.« Allerdings, der Weg, den Tante Albertinchen bis hierher zu machen hatte, war weit. Da konnte man schon ordentlichen Hunger kriegen. »Weißt du, Mutti, jetzt hatte das angestrengte Nachdenken die kleine Mädchen endlich einen Ausweg gefunden. Du könntest ja vielleicht an den Mohrenkopf oder an die Marzipankartoffel oder vielleicht auch an beides ein Zettelchen mit meinem Namen ankleben, damit Tante Albertinchen gleich Bescheid weiß, dass sie für mich bestimmt sind. »Sie sind aber gar nicht für dich bestimmt, Lotte, sondern für die Tante,« lachte Mutti. Damit musste sich Annemie bescheiden. Sie lief ins Kinderzimmer, stellte sich ans Fenster, blickte fromm zu dem blauen Himmel und faltete ihre Händchen. »Lieber Gott,« so betete sie, »du siehst doch alles und kannst alles machen. Sorge doch bitte dafür, dass Tante Albertinchen nur Streuselkuchen und Brezel nimmt und den Mohrenkopf und die schöne Marzipankartoffel für mich übrig lässt. Amen.« Etwas beruhigter ging Annemarie darauf zu ihren Puppen. Gerda musste fein gemacht werden, denn sie sollte mit hereinkommen und die Tante begrüßen. Tante Albertinchen hatte ihr Nesthäkchen Gerda noch gar nicht gesehen. Sie würde sich gewiss freuen, Gerdas Bekanntschaft zu machen. »Sei nur nicht vor,« laut Gerda. »Antworte nur, wenn die Tante dich etwas fragt. Aber schüchtern und verlegen brauchst du auch nicht zu sein. Und dich auch nicht zu schonieren. Und nimm dein hübsches Schürzchen. Ich habe es selbst mit meinem kleinen Plätteisen geplättet. Und dann schiede bloß nicht immer nach der Kuchenschüssel hin. Das sieht so schrecklich verfressen aus. Hörst du, Gerda?« So gab Annemarie ihrem Kind Ermahnungen für sein erstes gesellschaftliches Auftreten. Gerda nickte zu allem mit dem Kopf. Sie fuhr schon höchst damenhaft benehmen. Die kleine Mama wurde nun selbst fein gemacht. Ihr Gesicht sah ewig verschmiert aus. Und wo die schmutzigen Händchen bloß immer her kamen, war Fräulein vollends ein Rätsel. Die blonden Löckchen sprangen stets widerspenstig aus den geflochtenen Rattenschwänzchen heraus, wenn sie auch eben erst frisiert worden war. Heute steckte Fräulein ihr Tante Albertinchen zu Ehren Schnecken über den Ohren und band eine rosa Schleife hinein. Annemie war das gar nicht recht, weil sie dabei so lange stillhalten musste. Aber in dem verheißungsvollen Gedanken an den Mohrenkopf auf der Küchenschüssel drin ließ sie alles ruhig über sich ergehen. So, nun mache dich ja nicht schmutzig Annemiechen. Ich muss den Damen den Kaffee auftragen, sagte Fräulein, nachdem sie der Kleinen noch ein weißes Stickereischürzchen vorgebunden hatte, ermahnend. Annemarie fühlte sich fast in ihrer Ehre gekränkt. Das wusste sie doch schon längst. Sie hatte es Gerda sogar schon beigebracht. Was spielen wir denn nun, bis Fräulein wiederkommt? wandte sich Annemie an ihre Puppen und sah sich unschlüssig in der Kinderstube um. Radau dürfen wir nicht machen, weil Tante Albertinchen schon so alt ist und das gewiss nicht mehr aushalten kann. Da flog ihr Blick über ein kleines Büchelchen, was zwischen den Baukästen hervorlugte. Au ja, Abziehbilder! Großmama hatte ihr neulich das Büchlein mitgebracht, aber da die Kleine bei dem schönen Wetter jetzt stets spazieren ging, war sie noch gar nicht dazu gekommen, die Bilder abzuziehen. Dabei tat sie das doch so schrecklich gern. Erst das feine Punchen und dann die Aufregung, in was für ein Bild sich das weiße Papier wohl verwandeln würde. Annemie schleppte geschäftigt ihren Seifennapf mit Wasser zum Kindertisch und drückte Gerda mit ihrem Stühlchen heran, damit sie zugucken konnte, wie schön ihre kleine Mama das verstand. Ein Läppchen zum Befeuchten hatte sie gerade nicht zur Hand. Ach was, sie nahm einfach Babys Windelhüschen, die zum Trocknen auf dem Blumenbrett hing. Schwieriger war schon die Frage, wo sie ein Bogen Papier zum Abziehen der Bilder hernehmen sollte. Bruder Hans, der sonst bei solchen Verlegenheiten seines Schwesterchens steht gutmütig aushalf, hatte Nachmittagsschule und Klaus mit dem mochte sie lieber gar nicht erst anfangen. Aber wozu denn der kleine Tisch so wunderschön weiß? Der ging doch gerade so gut wie der schönste Bogen Papier. Schwapp, da klebte bereits das erste Bild auf dem Tischchen. Annemie punchte unbekümmert um Puppe Gerdas durchweichte Locken den ganzen Inhalt des Seifennäpfchens über das Bild. Das ließ sich ja wieder füllen. Dann drückte sie mit Babys Windelhöschen auf das nasse Papier. Aber da die Höschen winzig klein waren und nicht genügend deckten, nahm Annemie unbekümmert ihr reines Steckereischürzchen zur Hilfe und drückte nun mit ihrer ganzen gewichtigen kleinen Person so sehr sie noch konnte. So, jetzt vorsichtig, ganz behutsam, ein Eckchen des nassen Papiers heben. Siehst siehst du Gerda, so musst du das machen. Mit heißen Bäckchen zog Annemie das Papier herunter. Hurra, der Struwelpeter. Er war zwar nicht ganz vollständig geworden, die langen Nägel fehlten und auch die Wuscheltolle war nur halb mit herauf gekommen. Aber er prangte doch immerhin unverkennbar auf dem Kindertischchen. Annemie wies der bewundernden Gerda stolz ihr Kunstwerk und ging ans zweite Bild. Der böse Friedrich mit Schwester Gretchen erschien über dem Struwelpeter. Es war nur schade, dass sich das Papier verschoben hatte und dass der Hund und die schöne Leberwurst dadurch statt auf den Tisch auf Annemies weißen Schürzchen gerutscht waren. Auch der Zappelt Philipp zappelte vom Tischchen herunter und auf Annemies rosa Batist Ärmelchen. Die nassen leeren Papiere aber klebte das Doktortöchterchen sich und Gerda auf die Bäckchen und auf die Stirn. Die gaben herrliche Pflaster. Gerade als die kleine Künstlerin in ihrer Eifer das ganze Seifen Näpfchen mit Wasser über sich und Gerda statt über das Bild ausgegossen hatte, erklang Fräuleins Stimme aus dem Esszimmer. Annemiechen, du sollst reinkommen und der Tante guten Tag sagen. Die Kleine ergriff ihre tiefen Gerda und eilte Spornstreichs ins Esszimmer. Der Mohrenkopf und die Marzipankartoffel Himmel, die hatte sie ja über ihre Abziehbilder ganz vergessen. Ein schneller Blick zum Kuchenkorb. Die Marzipankartoffel war fort, aber der Mohrenkopf thronte noch in seiner ganzen braunen Herrlichkeit auf dem schon etwas zusammengeschmolzenen Kuchenvorrat. Annemie, Lotte, wie siehst du denn aus? Mutti und Fräulein riefen entsetzt wie aus einem Munde, noch ehe die kleine Vortante Albertinchen ihren Knicks machen konnte. Ich, ach Gott, ich hab mich wohl etwas nass gepanscht, aber das trocknet ja wieder. Guten Tag, mein Herzchen. Da aber zog die Tante ihre feine geerderte Hand schnell zurück, denn das Kinderhändchen, das sich ihr bot, war nass und klebrig. Aber Annemie, was hast du denn bloß inzwischen angestellt, rief Fräulein wieder, die sich erst allmählich von ihrem Schreck erholte. Ich habe einen feinen Abziehbilder gemacht, den Strufelpeter und den Zappel Philipp. Du wirst dich freuen, Fräulein, sagte die kleine stolz. Den Zappel Philipp genießen wir hier bereits. Mutti hielt Annemaries rosa Batist Ärmelchen vorwurfsvoll in die Höhe. Nun lass dich bloß erst mal menschlich machen und nimm das schmutzige Papier vom Gesicht. Du siehst hier aus wie ein verwundeter Krieger. Schämst du dich denn gar nicht, dich so vor Tante zu zeigen? Annemarie wurde rot, bis zu den blonden Löckchen. Ja, sie schämte sich vor der Tante, doch nicht wegen ihres wenig besuchsmäßigen Aufzuges, sondern weil Mutti sie vor der Tante tadelte. Aber als sie jetzt einen scheuen Blick zu Tante Albertinchens lieben alten Gesicht hin wanderten, sah sie, dass die Tante ihr belustig zulächelte. Da war sie wieder getröstet. Ach Tante Albertinchen, war ja so gut, die aß ihr auch sicher nicht den Mohrenkopf fort. Sie hatte ja schon die Marzipankartoffel. Fräulein führte Nesticchen ins Kinderzimmer zurück und machte ihr unterwegs ebenfalls noch Vorwürfe. Annemie sah betrübt rein, dass ihr Fräulein so böse auf sie war. Ja wirklich, Fräulein hatte Recht, sie war ein ganz unachtsames kleines Mädchen. Da hatte sie erst Gerda Vorhaltungen gemacht und sie dann selber nicht befolgt. Aber Fräulein würde schon wieder gut werden, wenn sie erst ihre schönen Abziehbilder darin sah. Doch zu Annemaries größtem Staunen äußerte sich Fräulein durchaus nicht freudig bei dem Anblick ihrer schönen Bilder Um Himmels Willen du bist ja heute ein ganz schreckliches Kind nicht nur dass du ein hübsches Kleid und deine Schürze beschmutzt hast jetzt hast du auch dein Kindertischchen total verdorben zur Strafe dürftest du jetzt eigentlich gar nicht wieder zur Tante rein schalt Fräulein aufgebracht ach liebes Fräulein ich kann doch nichts dafür wenn gerade kein Bogen Papier da war und das Tischchen sei Frieda wieder ab und die Tante wäre ja schrecklich traurig wenn ich nicht wieder reinkäme am Ende stirbt sie sogar davon weil sie schon so alt ist weinte Annemarie der letzte Grund schien Fräulein zu rühren sie begann Annemarie wieder besuchsfähig zu machen aber das war ein schwieriges Stück Arbeit die aufgeklebten Pflaster lösten sich nur schmerzhaft ab doch Annemarie schrieb bloß ganz leise damit Tante Albertinchen nicht in Ohnmacht fiel nun noch Gesicht und Hände sauber waschen das Blümchen Kleid übergezogen und Annemarie war wieder fertig aber sie ging noch nicht erst musste Fräulein wieder gut sein das hielt die ihr Fräulein böse auf sie war die Versöhnung fiel dann auch von Annemarie Seite so stürmisch aus dass die Haarschnecken ins Rutschen kamen nachdem sie wieder befestigt konnte Annemarie endlich wieder mit ihrer Gerda antreten was meinst du Gerda ob der Mohrenkopf wohl noch da sein wird flüsterte sie ihrer Puppe aufgeregt auf dem Weg ins Ohr sie machte ein zweifelhaftes Gesicht aber da lag er noch Annemie wusste es ja Tante Albertinchen war gut jetzt ergriff auch die Tante ohne zögern die kleine Hand und küsste ihren Liebling herzlich so gefällst du mir Annemie also das ist eine neue Gerda guten Tag mein Kind Gerda machte einen wohlerzogenen Knicks wie alt bist du denn kleine Gerda schwieg verlegen sie schon jetzt sich erklärte ihr Mütterchen nachdem die Tante sich ein Weilchen mit Annemie und Gerda unterhalten hatte bandte sie sich wieder Mutti zu Nesthäkchen stand daneben und tat das was sie vorhin ihrem Kind streng verboten hatte sie ließ ihre blauaugen zwischen dem Mohrenkopf und Tante Albertinchens umfangreichen Perlpompadour hin und her wandern die Tante schien ihre Gegenwart augenscheinlich ganz vergessen zu haben Annemie fand es für angemessen sich wieder in Erinnerung zu bringen es dauerte lange Tante Albertinchen sagte sie mit schelmischem Lächeln was denn Herzchen mein Besuch nein aber ein entsprechender Blick auf den Perlpompadour vollendete den Satz aber Lotte rief Mutti wer wird denn betteln doch das gute Tante Albertinchen lachte das ist recht Herzchen dass du mich daran erinnerst wenn man erst so alt ist wie ich da vergisst man manches sie zog zu Annemaries Begeisterung eine große Tüte Schokoladenplätzchen aus dem Pompadour die Kleine dankte mit einem seligen Knicks es war doch besser dass sie Tante Albertinchen erinnert hatte nun hätte Annemie eigentlich wieder in ihr Kinderzimmer gehen können aber da war ja noch etwas was sie fesselte der Mohrenkopf warum Mutti auch die Tante so viel aufforderte zuzulangen jetzt bot sie ihr gerade wieder die Kuchenschüssel Annemies Herz zitterte nein Tante Albertinchen war gut die nahm eine Brezel aber morgen würde sie ganz sicher an dem verdorbenen Magen im Bett liegen hast du gar keine Angst dass du sterben musst Tante fragte die kleine teilnehmend meinst du weil ich schon so alt bin Herzchen erkundigte sich die Tante verwundert nein wegen des vielen aber Muttchens verheißender Blick ließ Annemie ihre gastfreundliche Rede nicht zu Ende bringen es ist Zeit für dich wieder ins Kinderzimmer zu gehen sagte Mutti nachdrücklich Tante bat für ihren Liebling lass sie mir und zog der Stückchen an sich so musste Annemie aus nähster Nähe mit ansehen wie sich die Tante die Brezel schmecken ließ was das bloß für eine dumme Mode war dass Kinder immer nur den übrig gebliebenen Kuchen erhielten wieder reichte Mutti der Tante den Kuchen Korb wieder zitterte klein Annemaries Herzchen Tante wollte durchaus nicht mehr nehmen aber Mutti quälte nur noch ein Kindchen griff während sie sich mit Mutti weiter unterhielt ohne hinzusehen nach dem Kuchen Nestekens Augen wurden schrecklich weit und auch Gerda schaute entgeistert rein da lag der schöne Mohrenkopf auf Tante Albert Tinchens Teller grenzenlose Enttäuschung quoll in klein Annemarie empor mit Tränen erstickter Stimme rief sie mein Mohrenkopf das ist meiner Gerda war erstarrt über die Ungezogenheit ihrer kleinen Mama noch viel erstarrter war aber Mutti die kannte ihr sonst so artiges Nesthäkchen heute gar nicht wieder Tante Albertinchen jedoch wandte sich freundlich um ach den wolltest du wohl haben und mit dem gütigen Lächeln reichte sie der Kleinen ihren Teller mit dem ersehnten Mohrenkopf da aber legte sich Mutti ins Mittel Annemie hat heute keinen Kuchen verdient sie war zu unartig ich hatte ihr die Marzipankartoffel verwahrt aber das ist nur was für artige Kinder so fiel auch das gute tante 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 albertinchen für nestek bat mutti blieb fest die marzipankartoffel bekam hans und den mohrenkopf den tante nun auch nicht mehr essen mochte wanderte in den magen von klaus annemarie aber hatte das zusehen ätsch das kam davon kapitel elf knabber knabber mäuschen selten hatte auf annemi eine strafe solchen nachhaltigen eindruck gemacht wie der verlust des erträumten mohrenkopfes tagelang dachte nestek noch mit tiefem bedauern an sein schönes braunes schokoladenkleid ihr liebstes spiel war seitdem konditor die mehl und vorkost bude wurde in einem konditor laden umgewandelt annemi machte einen knoten in jede ecke ihres taschentuches da hatte sie die feinste konditormütze auch ihr kurt bekam eine taschentuch mütze er war der konditor junge und wurde fritze mit der zipfel mütze genannt auf dem ladentisch der mehlbude aber baute der herr konditor gerade verlockende sachen auf da gab es sandtorten in allen größen jenen jeden tag jenen tag frisch gebacken und dick mit zucker bestreut aus einem von mutti erbetteten apfel fabrizierte annemi apfelkuchen apfelstrudel und apfeltorte in ihrer kleinen runden backform aus pappel wurden kleine tortlets ausgeschnitten und mit kirschkernen belegt schokoladen plätzchen ergaben tadellose schokoladentorten statt marzipankartoffel wurde eine richtige schalkartoffel auf durchbohrtem tortenpapier ausgestellt aber der mohrenkopf wo sollte sie den bloß hernehmen denn ohne mohrenkopf war ein konditorladen doch undenkbar annemi kam auf seltsamste ideen es hätte nicht viel gefehlt dann hätte es ihre kinder ihrer lolo den kopf abgedreht denn die negerpuppe hatte doch einen mohrenkopf aber zum glück für die arme lolo fiel nestig ins blick auf fräuleins strumpfkorb das braune wollknäuel dort das ergab ja einen prächtigen mohrenkopf da würden sich die puppen alle finger nach lecken nun konnte das spiel beginnen her konditor setzte seine mütze auf stellte puppentischchen und die jemand in der konditorei kaffee oder schokolade zu trinken wünschte und ließ fritze mit der zipfelmütze als kellner antreten klingeling da ging schon die türstelle die erste kundin kam hereingetrippelt es war irenchen aber sie stellte eine alte dame vor und sprach mit zitternder stimme was wünscht die gnädige frau der herr konditor denierte höflich bis zur erde ich möchte ein kirschtotlett mit schlagsahne bestellte die alte dame und zitterte so sehr mit der stimme konditor und gäste in einer person spielen musste ganz heiser wurde jawohl gnädige frau bitte einen augenblick schlagsahne wird zugleich frisch geschlagen die alte dame nahm an dem kleinen tischchen platz und der konditor nebst fritze mit der zipfelmütze rastend zur waschtoilette dort schlug der herr konditor mit seinem kleinen schneeschläger aus der puppenküche im seifen napf herrlichen schlag schaum der wurde über das kirschtotlett aus pappe gekleckst und von fritze serviert leider tauchte ein zipfelchen seiner etwas großen zipfelmütze dabei in die schlagsahne aber das störte die alte dame durchaus nicht sie ließ es sich trotzdem schmecken der herr konditor aber schon wieder neue kunden zu bedienen diesmal war es ein niedliches kleines schulmädchen gerda hieß es und hatte ihren schulmappe aufgeschnallt aber da gleich hinterher noch ein schönes fräulein die ladenglocke in bewegung setzte die sogar einen roten sonnenschirm hatte bediente der herr konditor erst das fräulein denn die kinder können warten was bekommt die dame wandte er sich höflich an die zuletzt gekommene für 20 pfennig streuselkuchen verlangte das fräulein und zeigte mit der porzellanhand auf den apfelkuchen das ist apfelkuchen meine dame darf es vielleicht der sein fragte der konditor diensteifrig ja bitte ich bin nämlich so kurzsichtig entschuldigte sich mariannchen mit den verklebten augen denn sie war das schönste fräulein sonst noch etwas gefällig meine dame schicken sie mir zum morgen noch eine schokoladentorte mein name ist fräulein magenweh gleich um die ecke adieu damit verschwand das fräulein empfehle mich empfehle mich meine dame annemie machte ganz genau die stimme des dicken konditors der nebenan wohnte nach aber da sie die ähnlichkeiten noch nicht treffend genug fand stopfte sie sich noch ein puppenbett unter die schürze um eben wohlbeleibt so auszusehen na spielt meine lotte schön siehst du heute bist du achtig da kann man dich lieb haben lobte die durchs zimmer kommende mutti sie unterzog mit fräulein die sommergarderobe ihrer drei sprösslinge einer gründlichen musterung darum musste die kleine sich allen allein beschäftigen nestekchen strahlte über das ganze gesicht bei muttis lob es hatte ihr doch schwer auf der seele gelegen dass mutti neulich als tante albertinchen zu besuch war so unzufrieden mit ihrem töchterchen gewesen war gleich aber erinnerte sich annemie wieder ihrer würde und sagte mit einem tiefen diener entschuldigen sie gnädige frau sie irren sich ich bin nämlich der herr konditor und nicht ihre lotte wünscht die dame vielleicht einen mohrenkopf mutti drohte mit vielsagendem lächeln in erinnerung an die mohrenkopf geschichte und der herr konditor wandte sein glühendes gesicht schnell einer anderen kunden zu hätte er doch bloß nicht von dem dummen mohrenkopf angefangen aber als mutti jetzt das zimmer verließ klang es so täuschend mit der stimme des dicken konditors hinter ihr her empfehle mich beheeren sie bald wieder dass mutti ein lachen nicht unterdrücken konnte der herr konditor hatte sich inzwischen zu dem kleinen schulmädchen gewandt nanu kleine warum weinst du denn fragte er erstaunt weil ich gar nicht herankomme ich war viel eher da als das kurzsichtige fräulein magenweh und die gnädige frau mutti und wenn sie alle ihre kunden so schlecht bedienen wie mich dann gehen wir einfach zu dem neuen konditor in der anderen straße ei du bist ja eine ganz freche jöre sagte der herr konditor mit recht empört geh doch geh aber so viel kuchen krümel gibt's da nicht für einen sechser wie hier bei mir das schien auch puppe gerda einzusehen denn sie kaufte obgleich sie so geschimpft hatte ihre kuchen krümel doch lieber in diesem laden nachdem das dreiste ding die konditorei verlassen hatte kam eine ganze weile keiner der herr konditor ließ sich müde von all der anstrengung auf seinen stuhl nieder und verzehrte zur erfrischung selbst eine ganze schokoladentorte fritze mit der zipfelmütze sah neidisch zu klingeling klingelte es wieder ein herr es war ein Ausländer er musste wohl geradewegs aus Afrika gekommen so schwarz war er und hieß Herr Lolo merkwürdigerweise schienen die Herren in Afrika weiße kurze kniehöschen mit Stickerei Einsatz zu tragen sein Töchterchen ein allerliebstes Baby hatte er auch mitgebracht die Mutter des Kindes musste wohl eine Deutsche sein denn das kleine war zwar schmutzig aber noch lange nicht so schwarz wie der Mohrenpapa was willst du denn essen mein Herzchen fragte der Afrikaner liebevoll sein Töchterchen Mohrenkopf mit Schlagsahne verlangte das kluge Baby obwohl es erst ein halbes Jahr alt war und der und der vielleicht eine Tasse Schokolade gefällig fragte der dicke kleine Konditor und machte drei Bücklinge auf einmal der Herr überlegte einen Augenblick nein bringen sie mir eine Portion Vanilleeis sicher war es in Afrika so heiß dass man dort nichts weiter als Eis aß der Herr Konditor lief mit einem kleinen Puppenteller in seinen Eiskeller das war die Küche Hanne ich muss ganz flink eine Portion Eis haben der Herr aus Afrika hat es bestellt bat er Hanne sah die Notwendigkeit ein sie schlug von dem Eis im Eisschrank ein kleines Stückchen ab und legte es auf den Puppenteller danke schön liebe Hanne und hopste dann in seinen mal vom Teller hopste aber der Konditor wischte es mit seiner Schürze wieder sauber ab und servierte es dem Afrikaner mit einer Verbeugung einmal Vanilleeis Fritze mit der Zipfelmütze der inzwischen die Schlagsahne zu dem Mohrenkopf für das Baby hatte schlagen sollen war wieder mal faul gewesen und hatte nichts getan er bekam von seinem Herren eine Backpfeife und wurde sofort aus dem Schlagsahne herbei irrte sich aber und tat sie statt über den Mohrenkopf auf den Teller über den Herrn Lolo's Mohrenkopf der schrie und schimpfte und lief aus der Konditorei fort ohne das Vanilleeis zu bezahlen sogar sein Baby vergaß er im Ärger Fritze aber hatte mit der Stellung auch seine Zipfelmütze abgelegt er erschien jetzt als niedlicher kleiner Junge mit einem Körbchen am Arm ein Brot mit Krümel aber kein altes forderte er und legte auch zugleich das Geld auf den Tisch der Herr Konditor sah sich ratlos in seinem Laden um Herr Gott das Brot war ja alle geworden einen Augenblick mein Söhnchen ich hole ganz frische aus meiner Backstube und wieder ging es in die Küche Hanne liebe Hanne aber die Küche war leer gegangen zu sein so lange konnte man einen Kunden unnötig warten lassen der kleine Konditor lief selbst an den Brotkasten in der Speisekammer und weil er kein Messer anfassen durfte bohrte er mit seinen Fingerchen ein großes Stück Krumme aus dem zum Glück schon durchgeschnittenen Brot dann legte er es sorgfältig wieder fort Kurt hatte es sauber in Papier eingeschlagen Brot gerade in seinem Körbchen untergebracht da erschienen ein vierfüßiger Kunde in der offen gebliebenen Ladentür er lief sofort an den Ladentisch auf dem die schönen Sachen alle so verlockend aufgebaut standen und legte die Hände die in weißen Pelzhandschuhen steckten auf die Apfeltorte die Waren dürfen nicht berührt werden sagte der Konditor aufgebracht aber der Herr ließ sich nicht stören ja er hatte sogar die Unverschämtheit ein Stück Kuchen nach dem anderen zu beriechen was wünschen sie denn mein Herr fragte der Konditor nun schon zum dritten Mal die Wahl schien dem Herr schwer zu fallen schließlich war er mit sich im reinen aber anstatt sich die Torte an dem kleinen Tischlein servieren oder in Papier packen zu lassen machte er kurzen Prozess schwapp da hatte Herr Puck die große Schokoladentorte mit dem Mund vom Ladentisch wegstibitzt und lief damit eilig aus der Konditorei Mutti Mutti meine Schokolade meine schönste Schokoladentorte der Herr Konditor eilte schreiend hinter dem Diebher aber Mutti welche die Polizei war nicht in ihrem Zimmer die hatte Hanne soeben in die Speisekammer geholt um ihr zu zeigen dass unbedingt eine Maus dort sein müsste sie habe ein großes Loch ins Brot gefressen ja wirklich Hanne das beste ist sie stellen eine Mausefalle auf meinte Frau Dr. Braun nee erst mache ich selber Yacht auf die Maus die ist sicher noch hier in der Speisekammer denn heute Nachmittag war das Brot noch ganz heil damit begann Hanne voll Yacht eifer die Vorrats tonnen und die gläser mit eingemachten früchten auszuräumen da erschien Nestäkchen mit der Konditormütze aber vor lauter staunen vergaß sie den Diebuck bei der Polizei anzuzeigen na nu was ist denn hier los ziehen wir aus fragte sie neugierig nee aber wir haben eine Maus hier in der Speisekammer Hanne schleppte Wein und Bier flaschen heraus kein Stück ließ sie an seinem Platz eine Maus eine Maus jubelte Nestäkchen und sprang selig zwischen sämtlichen Flaschen und Vorratstüten herum vergessen war der Dieb vergessen die ganze Konditorei eine Maus eine Mausi das war ja wundervoll Annemie half geschäftigt beim Auskramen der Speisekammer zerschlug dabei den Deckel von der Reistonne ließ die Zwiebeln alle aus dem Zwiebelnetz rollen und unter den Küchenschrank und den Tisch trudeln tauchte heimlich das Fingerchen in die Zuckertonne und zeigte sich auf diese Weise äußerst nützlich wenn ich die Maus aber kriege der soll schlecht gehen mir solche Arbeit zu machen schimpfte Hanne was tun sie denn dann mit ihr Hanne fragte Annemarie neugierig die wird beide bändigem Leibe ersäuft sagte Hanne ingrimmig das arme Mäuschen eigentlich tat es Annemarie sehr leid heimlich wünschte sie dass es Hanne nicht erwischen sollte na Hanne haben sie ihre Maus schon gefunden Mutti trat wieder in die Küche ne aber ich krieg sie schon noch am helllichten tage so ein Loch ins Brot zu knabbern solche Frechheit sie hielt das Brot mit dem großen Loch in die Höhe klein Annemie wurde blass und dann purpurrot und schlüsslich sah sie von dem Brot auf Hanne und von dieser zu Mutti sie schwankte sie zauderte und dann schlange sie plötzlich beide Ärmelchen um Hannes breite Hüften und brach in bitterlichem Weinen aus sie sollen das arme Mäuschen nicht ersäufen es kann ja nichts dafür es hat das Brot doch gar nicht gefressen ich hab's genommen weil ich doch Konditor war und mein Puppenjunge Brot kaufen wollte so jammerte Nestekchen du warst die Maus na warte wenn du mir noch mal solche Arbeit machen wirst Mäuschen die Köchin drohte gutmütig und räumte ihre Speisekammer wieder ein aber als Annemie jetzt englisch fragte werde ich nun auch nicht bei lebendigem Leibe ersäuft da griff Hannem mit lustigem Lachen nach einem großen Eimer und schreiend nahm Nestekchen Reiß aus Kapitel 12 Schifferlenchen Annemies liebster Spaziergang im Tiergarten war die Uferpromenade am Kanal entlang da kamen die Entchen sobald die Kleine ihr Frühstücksbrot herauszog herangeschwommen und luden sich zu Gaste besonders eine Ente war Annemies Liebling die war viel schöner als all die anderen sie hatte ein Federkleid das war rot-grün und gelb und sah aus als ob es aus lauter Puppenlappen zusammengesetzt sei zuerst hatte Annemies geglaubt die Ente sei gar nicht lebendig sondern nur ein Spielzeug aber als sie den anderen Entchen die meisten Brocken fortgeschnappt hatte sie Proben ihrer Lebendigkeit gegeben Hanne musste jetzt immer ein Brötchen mehr zum Frühstück schneiden damit die Entchen auch satt wurden auch viele Schiffe konnte Annemies auf dem Kanal bewundern kleine und größere die hatten schrecklich viele Bausteine oder Kohlen in ihren großen Holzleib eingeladen als Nesthäkchen eines Tages an Fräuleins Hand wieder die Uferpromenade entlang spazierte sah sie ihre Entchen schon von Weitem sie bildeten einen großen Federkneuel im Wasser dicht neben einem Schiff mit Ziegelsteinen Annemie zog ein Brötchen heraus aber kein Entchen kam herangeschwommen nicht einmal ihre besondere Freundin die Bunte Quack 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 machte Annemie und schnallte dabei mit der Zauber aber auch auf diese Einladung hin kamen die Entchen nicht näher Entchen kennt ihr mich denn nicht mehr? ich bin ja die Annemie rief das kleine Mädchen ganz betrübt zur Belustigung der Vorübergehenden wirf ihnen nur ruhig ein Stückchen Brot ins Wasser du sollst mal sehen wie schnell sie da herbeikommen werden rät Fräulein Annemie tat wie ihr geheißen aber kein Entchen schwamm herzu ob die Kleine auch noch mit schnallender Stimme rief Entchen es ist ja Leberwurst drauf nicht einmal die Leberwurst konnte sie locken inzwischen war Fräulein mit Annemie dem Ziegelsteinsschiffe nahe gekommen ei jetzt weiß ich auch warum deine Entchen heute das Frühstück verschmähen lachte Fräulein ihr Tierschlein ist schon woanders gedeckt sieh nur Annemiechen drüben auf dem Schiff steht ein kleines Mädchen mit einem großen Musbrot in der Hand das füttert sie es sind aber meine Entchen Annemie fing beinahe an zu weinen das kleine Mädchen auf dem Schiff musste wohl Annemaries lauten Ausruf vernommen haben es hielt plötzlich damit inne Brotkrümchen ins Wasser zu werfen und staunte das feine kleine Mädchen am Ufer bewundernd an vor lauter Staunen vergaß es sogar sein Musbrot selbst weiter zu essen als die Entchen merkten dass es nichts mehr gab machte die undankbare Gesellschaft kehrt und schwamm ans Ufer zu Annemarie die hopste vor Freude na da seid ihr ja alle schämt ihr euch denn gar nicht mir ist jetzt guten Tag zu sagen wenn ich nur schon mein Frühstück allein aufgegessen hätte so plauderte die Kleine unbekümmert um die Vorübergehenden die Entchen antworteten Quack 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 und schnappten sich gegenseitig die besten Bissen fort sieh nur Annemie wie niedlich das Schiff ist auf dem das kleine Mädchen dort drüben steht wie ein grünes Häuschen sieht die Wohnung aus und was für saubere Gardinen an den kleinen Fensterchen hängen machte Fräulein Nestekchen aufmerksam ja und die hübschen Blumen die in dem großen grünen Kasten blühen das ist sicherlich ihr Gärtchen meinte die Kleine ach bitte liebes Fräulein wenn wir über die Brücke auf die andere Seite des Wassers gehen kann ich mir das Schiff ganz in der Nähe angucken Fräulein tat Annemie den Gefallen unterwegs während ihnen die Entchen Geleit gaben musste Fräulein eine Flut von Fragen über sich ergehen lassen wieso wohnt das kleine Mädchen auf einem Schiff und nicht in einem richtigen Haus Fräulein weil sein Vater Schiffer ist war die Antwort ich wollte mein Vater wäre auch Schiffer sagte Nestekchen mit einem tiefsten Seufzer aber Kind warum denn bloß dann dürfte ich auf dem Schiff herumklettern ohne dass du gleich Angst hättest dass ich ins Wasser falle und die Entchen würden dann den ganzen Tag um mich herumschwimmen und und das Allerschönste wäre dass ich dem niedlichen kleinen Häuschen wohnen könnte zählte Nestekchen sehnsüchtig sämtliche Vorzüge des Schifflebens auf in deiner Kinderstube ist es sicher viel schöner beruhigte sie Fräulein hat das kleine Mädchen auch eine Puppenküche ich glaube nicht meinte Fräulein aber eine Mutti hat sie doch ich denke ganz sicher fiel zu Annemies Erleichterung Fräuleins Antwort aus auch eine Großmama dies schien Fräulein zweifelhafter ob sie wohl so viele Puppen hat wie ich fragte das Plappermäulchen schon wieder bevor Fräulein sich von der vorhergehenden Frage verschnaufen konnte Annemie du bist ja heute ein lebendiges Fragezeichen auf zwei Beinen Frage das kleine Mädchen doch selbst danach wir sind ja nicht am Schiff angelangt Frage das kleine Mädchen doch selbst danach wir sind ja jetzt dicht am Schiff angelangt aber das brachte das schüchterne kleine Ding nicht fertig trotzdem Fräulein sich in der Nähe auf eine Bank setzte um Annemie Gelegenheit zu geben eingehenden Betrachtung des Schiffes und seiner kleinen Bewohnerin zu geben diese mochte wohl in Annemies Alter sein sie hatte ebenfalls zwei festgeflochtene Rattenschwänzchen aber die waren noch viel flachsblonder als Annemies Goldhärchen ein kurzes rotes Röckchen trug sie und darüber eine kleine blaue Küchenschürze ganz wie Hanne dachte Annemie voll Bewunderung aber als sie jetzt ihre Augen von dem sonnenverbrannten mußbeschmierten Gesichtchen der Kleinen weiter wandern ließ bis zu deren Füßen da hatte Annemies Bewunderung ihren Höhepunkt erreicht Holzpantin niedliche kleine Holzpantin gerade solche wie sie Hanne beim Scheuern und bei der Wäsche trug die steten Nestäckchens höchstes Entzücken hervorgerufen hatte das kleine Mädchen über ihren rot-blau geringelten Strümpfchen nie hätte Annemie gedacht dass ein Kind so glücklich sein könnte Holzpantin wie Hanne zu besitzen und während Annemie das kleine Schiffermädel so glühend beneidete wie ihr das nur bei ihrem guten Herzchen möglich war hegte diese ganz ähnliche Gefühle ach das feine weiße Stickereikleid welches die kleine Fremde trug und der weiße Hut mit dem rosa Gänseblümchen am schönsten aber fand Lenchen so hieß das kleine Schiffermädchen die weißen Stiefelchen und die weißen Wadenstrümpfchen sie schämte sich ordentlich ihrer hässlichen Holzpantin so schauten sich die zwei gegenseitig in stummer Bewunderung an aber als ihre Augen sich bei dieser Beschäftigung begegneten musste Annemie lachen da nickte ihr Lenchen freundlich zu nun traute sich Annemie endlich eine Unterhaltung zu beginnen wie heißt du fragte sie legte die Händchen an den Mund und schrie dabei als ob Lenchen Gott weiß wie weit von ihr fort gewesen wäre dabei lag das Schiff dicht am Ufer und die Kleine war bis an die Schiffsbrüstung herangekommen Lenchen klang es vom Schiff zurück und du ich heiße Annemarie aber Fräulein nennt mich Annemie und Vater und Mutti sagen Lotte zu mir wenn ich artig bin rief Annemie etwas weniger brüllend da sie sah dass man sich auch leiser verständigen konnte natürlich das feine kleine Mädchen hatte drei Namen das erschien Lenchen nur selbstverständlich wenn man so schöne weiße Stiefelchen besaß konnte man auch drei Namen haben warum wohnst du denn auf einem Schiff setzte Annemie das Examen weiter fort wo soll ich denn sonst wohnen Lenchen riss ihre blauen Augen erstaunt auf na in einem richtigen Hause mit Treppen belehrte sie das Landkind unser Schiff hat auch eine Treppe stolz wies das Flachköpfchen auf die kleine Stiege die zum Wohnraum hinab führte ach richtig nein war das niedlich wie eine Puppenwohnung kam Annemie alles vor habt ihr denn auch ein Portier erkundigte sie sich ein Portier Lenchen stotterte etwas bei dem Wort sie hatte es noch niemals gehört meinst du vielleicht ein Portemonnaie aber nein lachte Annemie weißt du nicht einmal was ein Portier ist denn weißt du wohl auch gar nicht was ein Kaiser ist doch Lenchen nickte dass die abstehenden Zöpfchen zum Himmel flogen den Kaiser kannte sie naja also ein Portier ist so etwas ähnliches der bewacht das Haus dass kein Dieb reinkommt belehrte sie Annemarie Nun weiß ich das Schiffer Lenchen sprang vor Freude in die Höhe und die kleinen Holzpantien klappten dazu ganz wundervoll solchen Portier der das Schiff vor Dieben bewacht haben wir auch aber bei uns heißt er Karo als 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 ob sie gerufen hätte erschien plötzlich ein gelbes Hündchen neben Lenchen Annemarie wollte sich ausschütten vor Lachen ein Hund ist doch im Leben kein Portier stieß sie immer vor neuem Lachen hervor wir haben auch einen Hund Puck heißt er und sechs Puppen habe ich hast du auch welche natürlich hatte Lenchen auch eine Puppe sie lief gleich mit den klabbernden Pantin hinab um sie Annemarie zu holen aber bis sie ihre Puppe vorgekramt hatte kam Fräulein und nahm Nestchen an die Hand um weiter zu gehen nur aus der Ferne konnte Annemarie dem kleinen Rotröckchen noch einen Gruß zu winken ich habe eine neue Freundin Lenchen heißt sie und wohnt auf einem richtigen Schiff es gab keinen in der ganzen Wohnung dem Annemarie diese Wichtigkeit nicht mitteilte sogar Puck und Mätzchen mussten davon Kenntnis nehmen Klaus interessierte sich sehr für die Sache er hatte viele Schulfreunde aber leider wohnte kein einziger auf einem Schiff Vater wenn du ein Schiffer wärst hätte ich dich noch mal so lieb sagt Nässtekchen beim Gute Nacht Kuss aber Lotte was soll denn das heißen ja dann brauche ich jetzt nicht in die olle Kinderstube und könnte wie Länchen in der niedlichen Stube auf dem Wasser schlafen na dann können wir ja tauschen Länchens Vater und ich er macht meine Kranken gesund und ich rudere sein Schiff das würde dir so gefallen was Lotte lachte der Doktor Braun am nächsten Tage kam Puppe Gerda mit in den Tiergarten um dem Schiffer Länchen vorgestellt zu werden denn Annemarie hatte am frühen Morgen noch kaum die Augen geöffnet da quälte sie ihr Fräulein auch schon nicht wahr wir gehen doch heute wieder zu Länchen als sie an die Uferpromenade einbogen leuchtete Länchens rotes Röckchen ihnen schon entgegen sie schien auf ihre neue kleine Freundin bereits gewartet zu haben Fräulein liebstes bestes Fräulein setz dich doch bitte auf dass ich mich mit Länchen wieder unterhalten kann auf der Bank ist heute zu sonnig da kriegt man einen Sonnenstich meinte Fräulein unschlüssig ach das schadet doch gar nichts wenn du auch einen Sonnenstich kriegst Fräulein treuherzig sah die kleine sie an ich hatte doch neulich so viele Mückenstiche Sonnenstiche werden auch nicht mehr jucken sie wies ihre nackten Ärmelchen Fräulein wenn du mir versprichst Annemie ganz brav zu sein und nicht etwa über das Gitter zu klettern dann will ich mich hier in den schattigen Seitenweg setzen aber wie werde ich denn über das Gitter klettern Fräulein dann kommt doch der Wächter und bringt mich zur Polizei flüsterte Annemie in scheuer Ehrfurcht da wusste Fräulein dass sie ganz beruhigt sein konnte denn vor dem Tiergartenwächter hatte die kleine eine Heidenangst Annemie durfte ihre Freundschaft mit dem Schifferlenchen fortsetzen diesmal kam auch die Mutter der Kleinen zum Vorschein sie hatte ebenso schöne Holzpantien wie Lenchen und hing Wäsche auf auf dem Schiff das sah so drollig aus dann ging sie wieder in die kleine Küche die neben dem Wohnraum lag der Rauch der bald aus dem dünsten Schornstein lustig zum Himmel aufwirbelte verriet dass sie für Lenchen Mittag kochte inzwischen hatten sich die kleinen Mädchen gegenseitig ihre Puppen gezeigt Lenchen sah voll Bewunderung auf die feine Gerda die heute ein rosanes Kleidchen trug diese aber blickte sehr stolz und von von oben herab auf das armselige Püppchen des Schifferkindes Sonne Olle Rieke die hat ja nicht mal Haare sondern eine schwarze angemalte Porzellan Tolle und und anständiges Kleid schien sie auch nicht zu besitzen bloß und alles zerlumptes Kartonkleid da war sie noch viel feiner ihre kleine Annemie aber war viel netter und viel weniger stolz die hochfertige Gerda die fragte freundlich wie heißt denn deine kleine Lenchen und als sie hörte dass Lenchens Puppe Gustl hieß und vom Jahrmarkt in Oldenburg stammte sagte sie siehst du die ist schon viel mehr in der Welt herumgekommen als du Gerda da schämte sich Puppe Gerda ihres dummen stolzes und blickte neugierig auf die weitgereiste Gustl mit der schwarzen Porzellan Tolle dann fütterten Annemie und Lenchen gemeinsam die Entchen und die Ente aus bunten Puppenlappen fraß den anderen wieder das meiste fort Annemie hatte heute Kirschen mit zum Frühstück Lenchen machte begehrliche Augen als sie sich zwei wunderschöne dunkelrote Zwillingskirschen als Ohrringe über jedes Ohr hing möchtest du auch welche fragte Annemie gutherzig Lenchen nickte da warf Annemie eine Kirsche vom Ufer auf das Schiff zu Bautz da flog die Kirsche in die Grasböschung ein frecher Spatz holte sie sich aber die zweite Kirsche die Annemie mit aller Kraft schleuderte traf schon besser ihr Ziel Lenchen fing sie jubelnd in ihrer kleinen blauen Küchenschürze auf das gab ein lustiges Spiel eine Kirsche Annemie eine Lenchen bis die Tüte zu Ende war dazwischen aber lief Annemie alle Minuten zu dem Seitenweg um Fräulein zu zeigen dass sie auch noch da war so sahen sich Annemie und das Schiffer Lenchen fast jeden Tag und immer mehr freuten sie sich aufeinander auch die Puppen hatten inzwischen Freundschaft geschlossen da sagte eines Tages Lenchen als Annemie wieder an dem Ufer erschien während Fräulein im Seitenweg Platz nahm ganz traurig heute geht es retour wo liegt denn das fragte Annemie und dachte nach diesmal lachte Lenchen ihre kleine Freundin aus retour das ist doch nach Oldenburg bei Großmuran wann fahrt ihr denn Annemie machte ein erschrockenes Gesichtchen bald vielleicht schon gleich Vater macht ja schon los richtig auf dem Schiff ließ sich ein lebhaftes hin und her bemerken kommst du bald wieder Lenchen Annemie fühlte zum ersten mal in ihrem jungen leben wie traurig abschied nehmen ist ich weiß nicht Lenchen sah ebenfalls betrübt auf die kleine Freundin ich möchte dir so gerne etwas schenken wenigstens einen Kuss aber wir können ja nicht zueinander Annemie warf zärtlich Lenchen einen Kuss hand zu ich hätte ja auch gar nichts was ich dir schenken könnte du hast ja alles viel feiner als ich sagte Lenchen welche die kleine Freundin in dem hübschen Mullkleidchen immer noch heimlich anstaunte etwas hast du was viel schöner ist als alles das was mir gehört Annemie warf dabei einen Blick auf Lenchens Füße deine süßen kleinen Holz Pantinen die Ollen Dinger die will ich dir gern schenken Annemarie in Oldenburg bei Großmuttern gibt's andere und da flog auch schon ein kleiner Holz Schuh auf das Ufer vor Annemarie Füße die traute ihren Augen nicht soll schlagte sie und streichelte den Schuh voller Seligkeit natürlich und da machte auch sein Bruder die Reise durch die Luft ans Ufer dann schenke ich dir dafür meine weißen Stiefelchen im Umsehen hatte klein Annemarie ihre schönen Leinen Stiefelchen ausgezogen und Heidi da flogen sie wie zwei weiße Täubchen zu Lenchen hinüber das machte ein ebenso glückliches Gesichtchen wie Annemie ganz versunken standen die beiden Kinder in den Anblick in ihrer neuen Schuhe sie merkten es gar nicht dass das Schiff langsam in Bewegung setzt erst als sie mehrere Meter vom Ufer entfernt waren rief Lenchen plötzlich wir fahren ja schon adieu annemarie adieu Lenchen leb wohl komm bald wieder schrie Annemarie hinter dem her fahrenden Schiff her und dann winkte sie mit ihren kleinen Pantin und Lenchen winkte mit ihren schönen weißen Stiefelchen zurück plötzlich fiel es Annemie ein dass sie ihrer Freundin Lenchen noch ein Stück das Geleit geben könnte sie fuhr in die ersehnten kleinen Holz Pantin klapp klapp da lag sie auf dem Näschen ja Annemie alles will gelernt seinem Leben selbst das Laufen in Holz Pantin als Annemie wieder in die Höhe gekrabbelt war und ihr Kleidchen abgeklopft hatte war Lenchen schon ein ganzes Ende fort da begann die kleine Gehübungen zu machen sie musste richtig wie Hanne und Lenchen in den Schuhen laufen können sonst ging es Fräulein am Ende nachher auf dem Nachhause Weg zu langsam klapp klapp hin und her erstaunt sahen die vorübergehenden auf das allerliebste kleine Mädchen im weißen Mullkleide mit der rosa Seidenscherpe und dem merkwürdigen Schuhwerk da blieb manch einer kopfschüttelnd stehen und sah den Gehversuchen zu nachdem Annemie noch mindestens ein halbes Dutzend Mal auf das Näschen geputzelt war konnte sie sich mit ihrer neuen Kunst sehen lassen jetzt ging es Spurenstreichs Fräulein klapp klapp was kam denn da Fräulein sah erstaunt auf Nanu Annemie wie kannst du nur so einherlaufen gleich gibst du Lenchen ihre Schuhe zurück der Spaß geht doch zu weit schalte Fräulein beim Anblick der Kleinen aber Fräulein die süßen Holzpantierchen bitte bitte lass sie mir doch da kann ich beim Reine machen noch mal so schön helfen bettelte die Kleine wo hast du denn meine weißen Stiefelchen hast du die etwa am Ufer stehen gelassen du unachtsames Mädchen bewahre Fräulein beteuerte Annemarie die habe ich doch Lenchen für die seinen Holzpantien geschenkt sie hat sich auch sehr darüber gefreut sofort bringst du die Holzpantien zurück und lässt dir dafür deine guten Stiefelchen wiedergeben bist du denn ganz und gar nicht gescheit du dummes Kind damit lief Fräulein auch schon dem Ufer zu klapp klapp Annemie hinter drein aber Fräulein Fräulein Lenchen ist doch gar nicht mehr da die ist ja schon längst in Oldenberg bei Großmuttern rief die Kleine stehenbleibend denn sie hatte beim eiligen Laufen einen Holzpantien verloren was und deine schönen Stiefelchen hat sie mitgenommen Fräulein machte ein entsetztes Gesicht ja natürlich aber ich habe doch dafür die feinen Pantien die sind ja tausendmal schöner liebevoll fing Annemie den Flüchtigen wieder ein Fräulein raste ohne Antwort zu geben weiter vielleicht konnte sie das Schiff noch einholen aber das war wenn auch noch nicht in Oldenberg gar nicht mehr zu sehen klapp klapp da kam Annemie endlich hinterher was fange ich denn nun bloß mit dir an ich kann doch nicht so mit dir nach Hause gehen Fräulein warf einen ratlosen Blick auf Nestekchens allerdings etwas seltsam aussehende Füßchen ach ich kann jetzt schon ganz schön darin laufen beruhigte sie Annemie die Kleine konnte sich begeistert sein sollte als sie selbst aber Fräulein schämte sich halbtot vor den Leuten nein so ging sie nicht mit Annemarie sie winkte eine Droschke herbei und fuhr mit ihr nach Hause Nestekchen war selig erstens die süßen Holzpantierchen und dann noch Droschke fahren obendrein das tröstete sie sogar über den Abschiedsschmerz vom Schifferlenchen Kapitel 13 Nestekchen geht auf Reisen was meine Lotte will mich morgen also wirklich allein lassen und in die weite Welt hinaus fliegen fragte Vater und nahm sein Nestekchen zärtlich auf den Schoß Mutti bleibt ja bei dir tröstete Annemie und du fährst doch dann auch selbst mit ihr fort in die Schweiz aber wenn du so schrecklich gern willst lasse ich Fräulein und Klaus alleine zu Onkel und Tante aufs Gut fahren und komm lieber mit euch mit möchtest du das denn so gern ja schrecklich gern Annemies schlang beide Ärmchen um Vaters Hals Dr. Braun war ganz gerührt so schwer wird dir die Trennung von uns Lotte ach bewahre Annemies lachendes Gesichtchen zeigte nichts von Abschiedsweh aber weißt du Vatian in der Schweiz da kann ich doch den ganzen Tag Schweizer Käse essen so viel ich nur will den esse ich doch so gerne am liebsten die Löcher damit sprang Nestikchen davon weil sie noch so furchtbar viel bis morgen zu tun hatte fräulein packte mit mutti im kinderzimmer den koffer annemie holte ihren kleinen puppenkorb herbei und begann die kleider ihre kinder hinein zu stopfen aber wer war im umsehen voll fräulein hast du noch viel platz ich kriege irentiens schulmappe gar nicht mehr hinein und babies socks let klemmt sich auch schon jammerte das puppenmütterchen voll eifer aber annemie was willst du denn bloß mit all dem zeug tante kädchen hat schon an euch beiden krabben genug lachte mutti ja aber meine kinder wollen doch auch aufs land irentien muss sich rote backen holen mariannchen soll mit ihren schlimmen augen viel ins grüne gucken und lolo will ich auch auf die bleiche negerkind mehr ist baby soll tüchtig im regen wachsen und kurter strick kann sich dort mal wenigstens ordentlich austoben gerderchen aber von der trenne ich mich überhaupt nicht und das halbe dutzend puppenjören willst du tante kädchen mit ins haus schleppen fragte mutti und versuchte vergeblich ernst zu bleiben ja natürlich sie wird sich sehr freuen und Cousine Elli auch wenn sie auch schon zwölf jahre alt ist die puppen bleiben hier nun suche dir eine aus sagte mutti in bestimmtem ton nestekchen machte ein enttäuschtes gesicht und die puppen saßen ebenfalls mit enttäuschten minen da sie hatten sich schon so auf die reise gefreut da ist eine schwere aufgabe für eine mutter die wahl unter ihren kindern die doch alle lieb hat ränchen die reise aufs land aber annemie wollte doch die schwarze lolo auf die bleiche legen denn wenn wäsche dort weiß wurde wie frida erzählte warum sollte lolo nicht auch weiß werden aber fiel ihr blick auf gerda die saß ganz still auf ihrem Stühlchen und schaute ihre kleine mama ängstlich an nein gerdachchen hab keine furcht du kommst mit wie werde ich mich denn von meinem süßen Nässthäkchen trennen rief die kleine und zog die lieblings puppe an ihr herz aber da fühlte sich annemie selbst ans herz gezogen und war an muttis die flüsterte und ich muss mein Nässthäkchen hergeben da hatte sie sogar tränen in den augen dafür kriegst du ja so viel schweizer käse ob nun annemies trost ihr einleuchtete oder ob mutti daran dachte dass vater der so angestrengt in seinem beruf war eine erholung ohne seine lebhaften sprösslinge durchaus nötig hatte sie wischte die tränen schnell wieder fort wusste sie doch auch die kinder bei ihrer schwester und unter fräuleins aufsicht vorzüglich aufgehoben hans der große machte inzwischen eine wandertour mit seinem turnlehrer und mehreren anderen jungen fräulein da hättest du bald etwas schönes gemacht den hättest du doch ganz sicher vergessen nicht keuchend brachte nästhäkchen als der koffer fast schon voll war ihren großen puppenwagen angeschleppt aber annemie das riesending können wir doch nicht mitnehmen und was bringst du denn jetzt noch herbei bist du denn ganz und gar nicht gescheit halb belustigt halb ärgerlich griff fräulein nach dem vogelbauer mit metzchen den annemarie bereits in den koffer mitten auf ihre schönen geplätteten sommerkleidchen befördert hatte ja aber meine gerda muss doch spazieren fahren und metzchen verhungert sicherlich wenn ich ihm nicht futter und wasser gebe behauptete die kleine und warf ihre kleinen holzpantinen noch hinter drein in den koffer fräulein hatte alle mühe sie davon zu überzeugen dass frieda metzchen gerade so gut versehen würde wie sie und dass gerda noch lieber in den kleinen leiterwagen der vettern ausfahren würde vielleicht fand sich auch noch in ahrensdorf ein alter puppenwagen von cousine ellie in der rumpelkammer auch die holzpantinen konnte sie entbehren da sie doch wohl nicht scheuern würde als aber klaus der zweite junge reisende nun ebenfalls erschien unter dem anderen die festung mit sämtlichen regimenten die er in den koffer zu packen wünschte da wurde es dem fräulein der noch zu bunt schmetterlinge festung und sämtliche regimenter wanderten ins kinderzimmer zurück und klaus dazu annemie aber wurde auf den besuch zu hanne geschickt weil die sich doch nun so lange entbehren musste jetzt hatte fräulein endlich ruhe zum packen nur die puppen durften zugucken eigentlich war es schon am tage vor der reise so schön dass man gar nicht erst zu verreisen brauchte vater und mutter waren noch zärtlicher als sonst hanne ließ die kleine über all ihre kästen gehen weil sie noch morgen nicht mehr da war und hans schenkte ihr sogar einen großen radier gummi das schwesterchen war so begeistert von dieser Giebigkeit dass es sich liebevoll an seinen rücken hängte und ausrief ich wollte dass du lieber mit nach ahrensdorf kämmst hänschen und klaus mit seinem lehrer reiste im nebenzimmer aber saß eine auf die all die anderen puppen neidisch blickten die wünschte das noch tausend mal mehr puppe gerda sah bereits im voraus ihre sommererholung durch den schien um den enkeln lebewohl zu sagen und ihnen eine große tüte keks für die reise mit brachte da war die seligkeit voll klein annemarie war gar nichts zu wendigen so aufgeregt war sie sie setzte mit klaus über hutkarton koffer und stühle und fräulein drohte sie nicht mitzunehmen und als sie dann endlich in ihrem bettchen lag da betete sie voll inbrunnen lieber gott mach doch bloß bitte das ganz schnell morgen ist das musste der liebe gott dann wohl auch getan haben denn als fräulein annemie eine stunde früher als sonst weckte war die kleine so müde als ob sie eben erst eingeschlafen wäre annemie der zucht geht ab rief fräulein hi wie war das nestekind da im schlafenden augen auch gerda sprang mit beiden füßen zur gleichen zeit heraus heute ging das anziehen noch mal so schnell wenn man reisen will ist das wasser nicht so nass wie sonst der kam zieht nicht die spur und selbst die zwei tassen kakao sind im umsehen leer wenn man auch gar keinen rechten appetit hat fräulein der zug geht ab annemie die fräulein drängte und der es nicht rasch genug gehen konnte lange bevor das auto geholt wurde stand sie bereits reisefertig da auf dem rechten arm die ebenfalls reisefertige gerda in dem linken ihren teddybären dem sie kurz mütze aufgesetzt und irenchens blaue kappe umgebunden hatte soll dieser junge her etwa auch mit fragte vater amüsiert sich den merkwürdigen reisenden anschauend annemie bejahte eifrig weil sie doch bloß eine puppe mitnehmen dürfte und tiere auf einem gut wo es doch so viel ochsen und kühe gibt sicher sehr willkommen sein würden ja aber bären gehören doch Auch die Eltern fuhren mit zur Bahn. Ach, wie herrlich ist verreisen, wenn Hanne und Frieda vom Balkon herunterwinken und der Herr Portier in höchst eigensinniger Person die Koffer aufladen hilft. Und das Auto so wundervoll tutet. Mit glänzenden Augen fuhr Nestekin zum Bahnhof. Dort gab es wieder eine Freude. Großmama hatte sich eingefunden, um ihrem Herzblatt Anemi noch einen Abschiedskuss zu geben. Der kleine Reisekorb mit Bonbons aber den Großmama Puppe Gerda überreichte, weil sie doch eher Pattchen wäre, war doch sicher, für ihre kleine Mama bestimmt. Vater und Mutter wollten ihr Nestekin gar nicht aus dem Arm lassen. Sei folgsam und achtig, Lotte. Klaus, Fräulein, schreibt mir alle Tage über den Betragen einen Brief. Daran denke, wenn du etwas Ungezogenes tun willst. Und grüßt Onkel Heinrich und Tante Käthe recht herzlich von uns. Da gab der Stationsvorsteher das Zeichen. »Tü, tü, abfahren!« schrie Annemarie, während Mutti mit tränendem Blick auf ihr Kleinchen blickte. Und seelensvergnügt fuhr Nestekien in die weite Welt hinaus. Die Reise wurde in den Kindern nicht lang. Auch Gerda sperrte den Mund und Nase auf. Nein, was gab's da draußen alles zu sehen? Zuerst einen großen, dunklen Wald, in dem sicherlich Rotkäppchen dem Wolf begegnet war, Dann ein Dorf mit vielen niedlichen Häuschen und einem roten Kirchlein, gerade solches, wie Annemie es daheim in ihrem Baukasten hatte. Nun kam eine Wiese mit wunderschönen roten, blauen, weißen und gelben Blümchen. Ei, wer da noch pflücken könnte! Aber die Eisenbahn ratterte unbekümmert um Klein Annemies Wunsch weiter. Ratter, 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 ratter. Immer weiter. Ach, die vielen Schäfe dort, dort drüben! Die Kleine klatschte vor Freude in die Hände. Das ist eine Hammelherde, belehrte sie Fräulein. Und der alte Mann mit dem langen Stab ist der Hirt. »Annemie, du bist ja selbst ein Schaf, es heißt doch nicht Schäfe, sondern Schafe«, hielt auch Klaus für nötig, das Schwesterchen zu belehren. Abgesehen von dieser Liebenswürdigkeit aber, verhielt er sich recht brav, da er fast die ganze Zeit über mit Futtern beschäftigt war. Aber Gerda, die zuerst ihres Lebens nicht recht froh wurde, weil Klaus ihr gegenüber saß und sie aus einem braunen Augen spitzbübisch anblinzelte, verlor allmählich ihr Misstrauen. Der Junge war ja heute gar nicht zum Wiedererkennen artig, aber die Puppe hatte sich zu früh gefreut. Als sie jetzt alle drei einträchtig miteinander aus dem Fenster schauten, fragte Klaus, dem die Äcker und Wälder allmählich langweilig wurden, das Schwesterchen mit treuherzigem Gesicht. »Du, Annemie, wollen wir mal Wind spielen?« »Au ja, Kläuschen!« Auch Annemie hatte genug von den Wiesen und Feldern, die alle ziemlich gleich aussahen. »Hui!«, machte Klaus pfeifend. »Und noch einmal.« »Hui!« Da flog Puppe Gerdas Strohhütchen aus dem Fenster, mitten in den roten Mohn hinein. »Mein Hütchen! Mein schöner Hut!«, schrie Gerda. Oder war es Annemie gewesen? »Der Zug soll halten! Du sollst nicht weiterfahren, du oller Zug!« Bitterlich weinte die Kleine. Die Eisenbahn aber rattete weiter, unbekümmert um Annemies und Gerdas Jammer. »Ratter, ratter, 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 pfut, pfut, pfut!« »Ratter, ratter«, immer weiter. Und es hörte sich sogar an, als ob sie, klein Annemie, noch obendrein auslachte. Oder war das etwa der ungezogene Klaus, der sich ins Fäustchen lachte? Als Fräulein ihn ausschallt, hatte er noch einen großen Mund. »Was plärrt denn das dumme Ding?« »Sie hat doch selbst gewollt, dass wir Wind spielen!« Der Fräulein mit ernstem Gesicht sagte, »Du, es geht heute noch ein Brief an Mutti ab, Klaus!« Da wurde er recht kleinlaut und mit einmal wieder ein wahrer Musterknabe. Gerda bekam eine Zipfelmütze aus Nestekens Taschentuch, weil sie doch nun unmöglich ohne Hut nach Ahrensdorf kommen konnte. Was hätten wohl die Kühe dazu gesagt? Annemie aber beschäftigte sich jetzt damit, eine in die Ecke sitzende Dame anlegendlich zu betrachten, welche die Augen geschlossen hatte. »Die Tante schläft!« teilte sie Fräulein mit lauter Stimme mit. »Tsch!« machte Fräulein und legte mahnend den Finger auf den Mund. Die Dame bewegte sich unruhig, machte aber die Augen nicht auf. »Die Tante schläft noch immer!« erklang es nach einem Weilchen zwar etwas gedämpfter, aber noch so laut, dass Fräulein aufs Neue den Finger auf den Mund legen musste. Die Schlafende hatte jetzt ihre Lippen geöffnet. Sanfte Schnarchtöne quollen aus ihnen. »Krsch!« 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 Das klang beinahe so schön wie die Eisenbahnmusik. Aber jetzt ein ganz anderes, grunzendes »Krsch!« 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 Da sahen sich Klaus und Annemie zuerst erschrocken an. Und dann lachten sie plötzlich beide lautlos. »Krsch!« 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 Die Dame fuhr zusammen und riss die Augen auf. »Seht ihr? Nun habt ihr die Dame gestört!« sagte Fräulein ärgerlich. »Verzeihen Sie, gnädige Fräulein«! »Das macht ja nichts!« lächelte die Dame freundlich und schloss aufs Neue die Augen. »Weißt du was, Annemiechen? Schlafe du auch ein bisschen!« schlug Fräulein vor und nahm Nestekchen, das sich die Augen rieb, auf den Schoß. Nein, ich kann nicht schlafen, sonst kommt der alte Wind wieder und wählt am Ende meine Gerda aus dem Fenster. Die Kleine warf einen vielsagenden Blick auf den gerade mit Großmamas Bonbonkorb liegeugelnden Klaus. Ich passe schon auf, beruhigte Fräulein, das von der Reise ermüdete Kind. Da klappten Annemies Augenlider zu und nach einem Weilchen auch die von Fräulein. Nur Puppe Gerda schlief nicht, die saß aufrecht in ihrer Ecke und hielt Wache. Da sah sie denn, wie der unnütze Klaus vor sich die Goldschnur von dem Bonbonkörbchen, das Großmama doch ihr geschenkt hatte, löste und einen Bonbon nach dem anderen in seinem Mund spazieren ließ. Du, der Maust, mir meine Bonbons! Weinerlich zupfte die Puppe ihre schlafende kleine Mama an dem einen Rattenschwänzchen. Annemies fuhr erschreckt hoch, wie vorhin die Dame, und weckte weinend Fräulein. Klaus bekam einen Klaps auf die Hände und Annemies ein Stück Schokolade von der Dame, die inzwischen ausgeschlafen hatte. Und nun war man auch gleich da. Endlich! Fräulein setzte Annemies das Hütchen auf, und Annemies zog Gerda ihre Zipfelmütze kleidsamer. Der Zug hielt. Onkel Heinrich stand da, auf dem Bahnsteig, und hob Annemies und Gerda mit lachendem »Na, du drei Käse hoch? Bist du da?« aus dem Abteil. Dann gab er Klaus einen zärtlichen Nasenstipser. »Immer noch solch Bandit wie früher, Junge?« Und dann nahm Fräulein die Reisetasche ab. Nun ging es zu dem Wagen, denn man hatte noch über eine Stunde bis zum Gut Ahrensdorf zu fahren. Auf dem Bock saß stramm in seinem blauen Rock mit blanken Knöpfen August, der Kutscher, und legte die Hand an die Mütze. Nesteigchen knickste in tiefer Ehrfurcht vor ihm. Der sah ja noch viel vornehmer aus, als ihr Portier in Berlin. Klaus aber klopfte die beiden Braunen, an die klein Annemie sich nicht recht herantraute. Freundschaftlich auf den Rücken. Schwang sich zu dem feinen August auf den Bock und bettelte ihm seine Peitsche ab. Damit knallte er lustig, während der Wagen den Landweg entlang holperte. »Siehst du, Kleinchen, das ist eine Windmühle. Da mahlt der Müller sein Korn, und von dem Gasberg dort kann man fein heruntertrudeln. Hier sind schon unsere Wiesen, da fahren wir nächstens ins Heu.« Unterhielt Onkel Heinrich sein kleines Nichtchen, das er liebevoll auf den Schoß genommen. Aber als das Plappermäulchen zu all den verlockenden Aussichten schwieg und Fräulein ihm lächelnd zuwinkte, da sah sich Onkel Annemie näher an. »Holla!« Das Fräulein schlief ja. Den Blondkopf hatte es fest an Onkels Ärmeln eingekuschelt. Die Bäckchen waren gerötet und das München leis geöffnet. Die lange Reise hatte die Kleine allzu sehr ermüdet. Auch Puppe Gerda hatte die Augen zugeklappt. Fest schlafend, so hielten die beiden kleinen Reisenden ihren Einzug in Ahrensdorf. Kapitel 14 Kikiriki, der Hahn ist schon wach. Über die taufrischen Wiesen von Ahrensdorf kam der Morgenwind daher. Er schaute in den Gutshof hinein. Dort lag noch alles in tiefstem Schlaf. Nur der goldrote Hahn, der auf dem Misthafen schlief, machte ein halbes Auge auf und blinzelte den Morgenwind verschlafen an. Da pustete ihn dieser übermütig ins Gesicht, dass er sogleich beide Augen aufriss und mit den goldroten Flügeln schlug. Dann aber erklang es plötzlich in höchsten Tönen. Kikiriki, 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 dabei kniffte Hahn die Augen wieder zu, denn er konnte sein Lied schon auswendig. So, den Langschläfer hätten wir geweckt, dachte der Morgenwind und klirrte gegen die Fensterscheibe des fremden Zimmers, das nach dem Hof zulag. Darinnen bewegte es sich. Ein Kinderbeinchen streckte sich zum Himmel empor und verschwand dann wieder unter der Decke. Der Morgenwind machte ein erstauntes Gesicht. Na nun, wer lag denn heute darin im Kinderbettchen? Ein fremdes kleines Mädchen und eine fremde Puppe, die er noch niemals hier auf dem Gut gesehen hatte. Das Gesicht hatte die Kleine noch tief in den Kissen vergraben. Aber das Wecken verstand der Morgenwind, das war ja sein Amt hier auf dem Gut. Er nahm eine Weidenranke, die da gerade an der Mauer hing, und schlug damit lustig gegen die Fensterscheibe. Das fremde kleine Mädchen steckte das zweite Beinchen heraus und die Ärmchen dazu, aber es schlief weiter. Da gab der Morgenwind seinem Freund dem Hahn ein Zeichen, und er ließ sich nicht lange bitten. Aufs Neue klang es, Kikiriki, Kikiriki. Das kleine Mädchen droben im fremden Zimmer aber träumte, der Hahn aus seiner Spielzeugschachte sei lebendig geworden und habe laut gekräht. Doch als der Hahn auf dem Misthaufen zum dritten Mal Kikiriki, Kikiriki sang, da setzte sich die Kleine plötzlich im Bette hoch. Ei, das war ja ein süßes kleines Ding, wie erstaunt sie da in der neuen Umgebung umguckte. Die gefiel dem Morgenwind ganz ausnehmend gut. Jetzt, endlich, wusste Annemarie, denn sie und kein anderer war das fremde kleine Mädchen. Wo sie war? Richtig, in Ahrensdorf. Aber wie sie hierher ins Bett gekommen, darauf konnte sie sich gar nicht mehr besinnen. Auch Tante Kärtchen und Cousine Elli und die Vettern hatte sie gestern Abend in ihrer Müdigkeit kaum noch begrüßen können. Kikiriki, rief der Hahn unten wieder und Kikiriki schalte es auch oben aus dem Kinderbett in hellen Tönen, das Puppe Gerda und Fräulein entsetzt hochfuhren. Aber Annemarie, Kind, was fällt dir denn ein? Gleich legst du dich hin und schläfst weiter, rief Fräulein. Kikiriki, der Hahn ist schon wach, dann müssen wir auch aufstehen. Auf dem Gut schläft man überhaupt nicht so lange, sagte Frida. Annemarie, die gestern besonders früh ins Bett gekommen war, war bereits ganz ausgeschlafen. Leider, denn Fräulein war noch sehr müde. Sei ruhig, Herzchen, und störe mich nicht, bat sie. Das versprach Annemarie, denn sie hatte doch ihr Fräulein sehr lieb. Sie begann eine halblaute Unterhaltung mit Gerda. Gefällt es dir hier, Gerdachen? Die Puppe zuckte mit den Schultern. Sie konnte in der kurzen Zeit noch nicht recht urteilen. Inzwischen hatte der Morgenwind die Täubchen im Taubenhaus geweckt. Grrrr, 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 machten die und hoben die Köpfchen. Und grrrr, 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 die Täubchen sind auch schon auf, gierte es ebenfalls aus dem Kinderbettchen. Aber Annemarie, du hast mir doch versprochen, still zu sein, stöhnte Fräulein. Ja, richtig, das hatte sie wirklich bloß vergessen. Hast du Angst vor den Muckühen, Gerda? Die beißen nicht, setzte Annemarie inzwischen im Flüsterton ihre Unterhaltung mit Puppe Gerda fort. Gerda schüttelte den Lockenkopf, aber als es jetzt aus dem Stall, ganz dumpf, Muuu, Muuu, brüllte, denn der Morgenwind hatte gerade die Kühe geweckt. Da verkroch sich die Puppe furchtsam unter den Kissen. Ihre kleine Mama aber lachte und meinte noch viel schöner Muuu, Muuu, nicht gerade zur Freude ihres Fräuleins. Eine Weile blieb es jetzt ruhig. Fräulein glaubte, der kleine Störenfried sei endlich wieder eingeschlafen und legte sich ebenfalls auf die andere Seite. Mä, 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 klang es zum Fremdenzimmer hinauf. Diesmal dachte Annemarie daran, dass sie Fräulein nicht wieder wecken durfte, so gern sie auch mitgeblükt hätte. Sie machte fest ihren kleinen Mund zu. Aber als das Mä da unten gar kein Ende nehmen wollte, hielt es Annemarie nicht länger im Bett aus. Eins, zwei, drei, war sie mit Gerda am Fenster. Ach, sind das aber viele Schäfe! Und wie lustig sie durcheinander sprangen. Hops, hops! Denn sie wurden gerade auf die Weide getrieben. Auch die Knechte waren schon auf. Sie spannten bereits die Leiterwagen ein, um aufs Feld zu fahren. Mitten auf dem Hof aber stand Onkel Heinrich und sah nach dem Rechten. Was? Alle waren schon auf? Die Täubchen, die Mucküchen, die Schäfchen, die Knechte und sogar Onkel Heinrich! Nein, da blieb Annemarie auch nicht länger oben. Ein schneller Blick zu Fräuleins Bett. Keine Sorge, Fräulein schlief fest. Wie der Wind war die Kleine aus der Tür. Ihr Puppenkind im Arm sprang sie seelenvergnügt die Treppe hinab. Guten Morgen, Onkel Heinrich! Bitte schenke mir doch eins von den süßen, kleinen Schafen. Du hast ja so viele! Er klang es plötzlich hinter dem Gutsherrn. Der wandte sich erstaunt um. Da standen zwei allerliebste kleine Hemdenmetze vor ihm. Denn auch Gerda hatte noch keine Toilette gemacht. Krabbe, bist du etwa Fräulein ausgekniffen und wirst dich erkälten? Nun, Onkel zog seine London-Juppe aus und wickelte klein Annemarie und Gerda da hinein. Dann nahm er sie beide auf den Arm. Die Knechte ringsum lachten und auch das Mäh der immer noch vorübergehenden Schäfe hörte sich an, als ob sie die beiden Hemdenmetze auslachten. Onkel trug die zwei ins Haus zurück. Nicht wieder in die fremden Stube, bettelte Annemarie. Bitte, bitte, lieber Onkel, Fräulein ist doch so schrecklich müde und ich störe sie bloß. Setzte der kleine Schlaukopf hinzu. Ja, wo lasse ich dich denn bloß, Krabbe? Ich muss jetzt aufs Feld reuten. Da kannst du mich ganz ruhig mitnehmen, Onkel Heinrich. Auf dem großen Schaukelpferd von Klaus bin ich schon oft geritten. Und auf Vaters Schultern auch. Du sollst mal sehen, ich falle nicht runter. Aber der Onkel schien doch mit dem Vorschlag nicht so recht einverstanden zu sein. Wollen wir mal sehen, ob Tante Käthchen schon soweit ist? Ja, Tante Käthchen war schon fertig. Sie lachte über das ganze Gesicht, als der Onkel ihr das lebendige Paket in den Arm legte. Na, ausgeschlafen, Herzchen? Aber Annemie gab keine Antwort. Die musste erst Tante Käthchens Gesicht studieren. Ach, so siehst du aus. Tante Käthchen? Genau wie Mutti. Bloß schimpfen musst du noch, dass ich Fräulein fortgelaufen bin. Das tat aber Tante Käthchen nicht, sondern sie lachte noch viel mehr. Ha, was ziehe ich denn dir bloß an? Herzchen, so kannst du doch nicht herumlaufen. Und Fräulein wollen wir nicht stören. Halt, ich hab's. Da ist doch ein ausgewaschener Waschanzug von Peter. Der wird dir gerade passen. Au fein! Jauchzend ließ sich Annemie in Tante Käthchens Schlafzimmer tragen und ganz artig waschen und kämmen. Sie wollte doch so schnell wie möglich in fetter Peters Höschen schlüpfen. Als Fräulein mit ängstlichem Gesicht unten erschien, denn sie hatte die Pflegling überall vergeblich gesucht, stand ein niedlicher kleiner Junge mit zwei blonden Rattenschwätzchen vor ihr und lachte sie schelmisch an. Da konnte Fräulein nicht böse sein. Annemie sah zu süß aus und sie bat so zärtlich, Fräulein mochte sie doch ein bisschen als kleiner Junge rumlaufen lassen, dass Fräulein es ihr nicht abschlagen konnte. Die zwölfjährige Elli kam nun auch zum Vorschein. Sie gab Annemie einen Klaps auf die Höschen und sagte, Na, Peter? Da hing sich statt des Bruders klein Annemie lachend an ihren Hals. Auch die Jungen, die zusammen schliefen, erkannten die Kleinen nicht. Das gab einen lauten Hallo! Wo gehen wir nachher zuerst hin? Fragte der zwölfjährige Herbert beim Frühstück. Natürlich in die Stelle. Wir müssen doch Klaus und Annemie erst die Pferde, Kühe und Schweine vorstellen, rief sein jüngerer Bruder Peter. Nein, ich muss erst in die Rumpelkammer, erklärte Kallein Annemarie wichtig. Was? Wo willst du hin? Was willst du denn in der Rumpelkammer? So fragte man. Ja, ich muss doch erst Ellies alten Puppenwagen für meine Gerda vorkramen, meinte das Puppenmütterchen. Aber die gute Elli hatte bereits ihren Puppenwagen für das kleine Cousinchen zurechtgestellt und ihre große Kochmaschine dazu. Von diesem Augenblick an liebte Annemie die große Cousine über alle Maßen. Nachdem auch Gerda sich aus einem Hemdenmatz wieder in eine anständig gekleidete Puppe verwandelt hatte, zog die ganze Gesellschaft in die Stallungen. Fräulein konnte inzwischen in Ruhe auspacken. Zuerst ging es zu den Pferden. Der kecke Klaus ließ sich von einem Knecht gleich auf einen der braunen setzen und schrie dazu. Hüüüü und hot! Annemie aber stand ängstlich von Weitem. Sie traute sich nicht einmal an das niedliche Füllen, das niedliche Babypferdchen heran, das Elli mit Zucker fütterte. Und als sie sich schließlich überreden ließ, dem Tierchen selbst ein Stückchen Zucker zu reichen, da zog sie lautstreiend das Händchen zurück, welches das Füllen beschnuppert hatte. Ganz genau zählte sie nach, ob auch kein Fingerchen fehlte. Der Zucker aber lag auf der Erde. Bei den Kühen erging es klein Annemie nicht viel besser, trotzdem sie ihrer Gerda so mutig versichert hatte. Die beißen nicht, fragte sie sich nicht näher. Warum schlugen sie denn auch so ärgerlich mit der Schwanzquaste? Und vier Beine zum Stoßen hatten sie ja auch, an jeder Ecke eins. Plötzlich aber rief die Kleine erfreut, auf eine wunderhübsche weißbraune Kuh zeigend. Das ist ja die Kuh aus meinem Bilderbuch! Quatsch! Lachte Vetter Peter. Das ist doch eins Lebendige! Na denn ist es eben ihre Schwester. Sie sieht ihr genauso ähnlich wie Tante Kärtchen meiner Mutter, erklärte Annemie mit Bestimmtheit. Onkel Heinrich, der zu meinem Morgenritt zurückgekehrt war und den schmeichelhaften Vergleich gerade mit angehört hatte, lachte dröhnend. Ha 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 ha! Weißt du denn auch, was die Kuh gibt? fragte er. Aber das weiß doch sogar schon meine Gerda, dass man die Milch von der Kuh kriegt, rief Annemarie stolz. Na, und der Kaffee, wo kommt der her? neckte der Onkel. Die Kleine besann sich einen kleinen Augenblick. Natürlich vom Pferd, denn der ist ebenso braun. Schallendes Gelächter folgte auf Klein Annemies Ausbruch. Selbst die Kühe lachten, dass ihr langer Schwanz hin und her wackelte. Annemie aber lief aus dem Kuhstall und teilte Elli heimlich mit, dass sie sich ganz schrecklich schornierte. Die Schweinchen fanden auch nicht den Beifall der kleinen Cousine. Sie meinte geringschätzig, Die sind ja gar nicht richtig. Die Ferkelchen in meinem Bilderbuch sehen rosenrot aus und riechen auch gar nicht so abscheulich. Aber von der Geflügelkinderstube war Annemie nicht vorzubringen. Ach Gott, wie niedlich! Die kleinen Entchen, die noch ganz gelbe Pflaumenfedern hatten, die winzigen Gänzchen und die süßen kleinen Küken, die so unbeholfen hinter ihrer Hennenmutter hertrappten. Auch der Kaninchenstall mit seinen übermütigen Bewohnern, die sich gar lustig überputzelten, machte den Stadtkindern große Freude. Nun wollen wir in den Garten gehen, meinte Elli. Ach, war es schön! Lauter Stiefmütterchen und Vergissmeinicht und die vielen Gänseblümchen, die da alle auf dem Rasen wuchsen. Pflück dir doch welche! Wir wollen für deine Gerda einen Kranz machen, Annemiechen! Nein, schlug Elli vor. Die Kleine zögerte. Ja? Darf ich denn auf den Rasen treten? fragte sie erstaunt. Aber natürlich! Hihihi! lachte Elli. Gibt's denn hier keinen Tiergartenwächter? Scheu sah sich die kleine Berlinerin um. Nein, Annemie, hier darfst du laufen, wohin du willst. Hier tut dir keiner was, beruhigte sie die Cousine. Ach, das ist schön bei euch! Ich will nie wieder in den ollen Tiergarten! Das klang wie wieder jubelaut eines Vögelchens, das zum ersten Mal aus dem engen Bauer in die weite Luft hineinfliegt. Klaus aber hatte seine ländliche Freiheit schneller begriffen. Der war bereits mit einem Satz in die Hängematte und mit dem nächsten wieder heraus und in die Schaukel. Jetzt strampelte er am Reck. Und dann ging es mit dem Vetterchen in die Johannisbeeren und in die Stachelbeersträucher. Und am nächsten Tag hatte er bereits einen verdorbenen Magen. Kapitel 15 Kommt ein Vogel geflogen Herrliche Wochen verlebten die Berliner Kinder auf dem Gute. Viel schneller als zu Hause gingen die Tage dahin. Mit beiden Händen hatten Klaus und Annemie sie festhalten mögen, denn jeder Tag brachte etwas Neues Schönes. Klaus sah aus wie ein richtiger Bandit, sonnenverbrannt und meistens zerfetzt. Kein Baum war ihm zu hoch und kein Graben zu tief. Fräuleins Sommererholung bestand im täglichen Höschenflecken. Auch Annemie war ein tüchtiger Wildschrank geworden. Allenthalben trieb sie sich mit den drei Jungen herum. Ihre Angst vor Pferden, Kühen und Schweinen hatte sie längst gegeben. Selbst der große Trutand konnte sich nur bei ihr in Respekt setzen. Denn er seinen Koller bekam. Aber wie hatte Nestekin sich auch erholt? Ihre Bäckchen waren so rot wie ihr Musselinkleidchen und ihre Beinchen so braun wie ihre braunen Strümpfe. Auch die sanfte Gerda war hier ganz außer Rand und Band. Sie blieb mit ihren hübschen Kleidern an allen Zäunen und Sträuchern hängen, schlug sich Beulen in den Kopf, tauchte mit zerkratztem Gesicht aus den Dornenhecken auf und kam meistens barfuß nach Hause. Wenn sie sich trotzdem nicht so gut erholt hatte wie ihre kleine Mama, so lag das nicht an der Ahrensdorfer Luft, sondern einzig und allein an Klaus. Klaus brachte die Puppe um ihre ganze Erholung. Ewig musste sie vor dem Schlingel zittern. Durften die Kinder mit dem Leiterwagen mit aufs Feld hinausfahren? Drängelte und schubste Klaus so lange, bis die Puppe Gerda durch eine Leitersprosse durchkugelte und am Wege liegen blieb. Nicht einmal ihr Mütterchen hatte es gemerkt. Erst bei der Rückfahrt konnte die ganze verstaubte Puppe wieder aufgelesen werden. Spielte man im Heu, so war Gerda sicher dem Erstickungstode nahe. Der böse Klaus vergrub sie unter einem riesen Heuberg bei lebendigem Leibe. Wo der Bengel sie erblickte, bombardierte er die arme Gerda mit unreifen, vom Wind abgeschlagenen Äpfelchen, sodass ihre Nase schon ganz platt gedrückt war. Ließen die Kinder am Entenpfuhl Schiffchen schwimmen, schwamm auch sicherlich Gerda plötzlich auf dem grünlichen Wasser. Und wenn Herbert auf Annemies Gebrüll die Puppe nicht errettet, hätte der schlechte Klaus sie elendig ersaufen oder von einem Frosch verspeisen lassen. Ach, was Gerda für eine Angst vor diesem quarkenden grünen Scheusalen hatte. Wieder mal war Puppe Gerda plötzlich verschwunden. Eben noch hatte sie mit Annemie und allen anderen Kindern im Wäldchen Räuber und Prinzessin gespielt. Da war sie mit einem Male auf und davon. Klein Annemie durchsuchte Vollsorge, jedes Brombeckestrüpp, jeden Malwurfshügel. Gerda kam nicht zum Vorschein. Es ist schrecklich mit dem Kinde. Sie ist hier in Ahrensdorf total verwildert, klagte sie Elli, Gerdas Tante. Wer weiß, wo sie sich jetzt wieder herumtreiben mag. Aber als die jungen Herbert und Peter, welche die Räuber waren, ihre Taschentücher als Friedensfahne wehen ließen und herankamen, um zu fragen, ob die Mädchen ihren Räuberhauptmann Klaus gesehen hätten, da wusste Annemie gleich, wo sie Gerda zu suchen hatte. Mein Kind ist geraubt worden. Der Räuberhauptmann hat meine Gerda gestohlen. Jammernd machte sich Annemie mit den anderen an die Verfolgung. Nirgends eine Spur, weder von Klaus noch von Gerda. Man durchstöberte die Rosenhecken, die Lauben, Hof und Haus. Nirgends war der Puppenräuber zu entdecken. Der saß oben auf dem obersten Kornboden und spähte durch eine Dachluke, hohenlachend, auf seine Verfolger herab. Wo hatte er Puppe Gerda gelassen? Denn die befand sich nicht mehr in seiner Gesellschaft. Als der Räuberhauptmann das arme Puppenkind plötzlich beim Wickel hatte, glaubte Gerda, ihr letztes Stündlein habe geschlagen. Lieber Gott, betete sie, lass mich wenigstens eines sanften Todes sterben. Sorge dafür, dass der schlimme Klaus mich nicht in den Entenpfuhl bei den grünen Froschscheusalen ersäuft. Klaus raste mit dem entführten Kinde über Stock und Stein. Der Puppe verschwand in Sinne. Sie schloss die Augen. Sie wollte gar nicht sehen, was der Bösebicht mit ihr vorhatte. Als sie die Augenglieder endlich wieder zu öffnen wagte, kniff sie sich mit der Zellulodienhand die Nase, um zu sehen, ob sie überhaupt noch am Leben sei. Wo war sie denn bloß? Etwa gar schon im Himmel? Nein, so sah es im Himmel ganz sicher nicht aus. Ein mattes Dämmerlicht herrschte im Raum und eine merkwürdige, warme Luft umwehte sie. Auch ließ sie ab und zu ein seltsames Brummen vernehmen. Dann pochte der Puppe das Herz vor Schreck bis in den Hals hinein. Mit ihrem Lager konnte Puppe Gerda eigentlich ganz zufrieden sein. Sie ruhte in einer bequemen Holzwiege, auf weichem grünen Gras, aber sie hätte gern gewusst, wo sie sich denn eigentlich befand. Da wurde das Brummen neben ihr stärker. Gerda hielt den Atem an. Barmherziger Himmel! Über ihr tauchte ein fürchterliches Ungeheuer auf. Mit blotzenden Augen und weit aufgerissenem Maul. Eine Kuh! Du guter Gott! Die würde sie im nächsten Augenblick mit Haut und Haar verschlingen. Jetzt wusste die arme Gerda mit einem Male, wohin der arge Klaus sie geschleppt hatte. In die Futterkrippe des Kuhstalls hatte er sie gelegt. Warum wartete denn das Ungetüm bloß noch? Warum fraß die Kuh sie nicht lieber gleich? Dann hatte wenigstens das Elend ein Ende. Aber die Kuh dachte gar nicht daran, Gerda zu fressen. Die hatte genauso große Furcht vor der Puppe, wie die vor ihr. Mit angstvoll glotzenden Augen starrte sie auf das merkwürdige Futter an ihrer Krippe. Plötzlich fühlte Puppe Gerda sich ergriffen. Sie traute sich nicht, die Augen aufzuklappen. Sicher hatte das Ungetüm sie bereits zwischen den Zähnen. Leb wohl, Annemiechen. Ich danke dir auch schön, dass du mich so lieb gehabt hast und stets gut für mich gesorgt hast, dachte die Puppe noch. Da vernahm sie eine menschliche Stimme. Protzwetter, nicht nochmal! Was haben die Knechte denn hier zwischen das Futter geschüttet? Und dann dröhnendes Lachen. Ja, ei! Ist das nicht kein Annemies Püppchen? Das hätte sich die Bläs bald zum Abendrot schmecken lassen! Es war der Gutze, der das Futter des Viehs in Augenschein nahm. Gerda blinzelte durch die Bimpern. Nein, sie befand sich nicht, wie sie gefürchtet. Zwischen den Zähnen der Kuh. Die Kuh, Onkel Heinrich hatte sie in den Fingern und jetzt steckte er sie in die Innentasche seiner Joppe. Ach, wie geborgen fühlte sich die halbtot geängstigte Puppe an Onkels Brust. Hinter den beiden brüllte es laut her. Vor Freude! Die Kuh ließ sich jetzt endlich ihr Abendrot schmecken. Als auch die Familie aus der Rosenumranken, Veranda beim Abendessen zusammensaß, fand sich endlich auch der Räuberhauptmann Klaus ein. Mie ließ ihre Erdbeermilch in Stich und packte ihn am Jackenzipfel. Klaus, wo hast du meine Gerda gelassen? Der Junge machte ein verschmitztes Gesicht. Die Prinzessin sitzt in einer Höhle gefangen, antwortete er. Du sollst sie aber wiedergeben, du alter Räuber! Meine süße Gerda, grault sich doch so alleine, jammerte das Puppenmütterchen. Was zahlst du Lösegeld? leitete der Räuberhauptmann die Verhandlungen ein. Mein neun Kreisel! Und meine Marienkäferchen! Und dann noch meine ganze Erdbeermilch! rief Annemie weinend, da Klaus immer noch den Kopf schüttelte. Puppe Gerda, die alles in Onkel Heinrichs Tasche mit anhörte, war ordentlich gerührt, vor der opferfreudigen Liebe ihrer kleinen Mama. Onkel aber legte sich ins Mittel. Nichts da! Bandit, du schaffst die Puppe sofort, ohne jedes Lösegeld her! Sonst bekommst du überhaupt keine Erdbeermilch! Klaus gehorchte. Er hatte großen Respekt vor Onkel Heinrich. Und außerdem Erdbeermilch aß er für sein Leben gern. Aber mit entsetztem Gesicht erschienen, einige Minuten später, wieder Klaus. Es ist etwas Schreckliches passiert, stieß er hervor. Was denn? Alles rief durcheinander. Die Kuh hat die Puppe aufgefressen. Ich hatte sie in der Futterkrippe versteckt. Und jetzt ist sie leer. Meine arme Gerda! Annemies Tränen flossen in Strömen und auch Klaus fing an zu heulen. Und daran war nicht die Erdbeermilch, die er nun sicher nicht bekam, schuld, sondern Gerda. Und das Schwesterchen taten ihm ganz schrecklich leid. Er hatte ja kein schlechtes Herz. Er war ja nur ein ausgelassener Strick. Und während Annemies und Klaus die aufgefressene Gerda beweinten, hätte man deutlich ein feines, feines Lachen aus Onkels Rocktasche vernehmen können. Aber keiner hörte darauf. Da, als klein Annemies wieder besonders schmerzlich aufschluchzte, fühlte sie plötzlich einen weichen Lockenkopf an ihrer nassen Wange. Zärtlich schmiegte sich ein kleines, kaltes Gesicht an ihr heißes. Gerda, du lebst! Die hell aufjubelnde Annemie hielt ihr total totgeglaubtes Kind unversehrt in den Armen. Onkel Heinrich hatte aber den weinenden Räuberhauptmann am Schlabittchen. Diesmal habe ich die Puppe noch errettet. Aber wehe dir, du Bengel, wenn du ihr noch mal nur ein Härchen krümmst! Klaus versprach hoch und heilig, Puppe Gerda von nun an in Frieden zu lassen und machte sich erleichtert an seine Erdbeermilch. Wirklich, der Schreck hatte was genützt. Klaus ließ die Puppe jetzt ungeschoren. Aber seine wilden Streiche unterblieben trotz allem nicht. Sogar das Schwesterchen verführte er dazu. Es war am Tage vor der Heimreise. Da hatte Tante Käthchen ihr Damenkränzchen bei sich. Das war eine Kaffeegesellschaft von zwölf Damen, die jede Woche woanders stattfand. Mehrere Damen von benachbarten Gütern und verschiedene aus dem Städtchen gehörten dazu. Da das Wetter so wunderschön war, hatte Tante Käthchen die Kaffeetafel im Freien unter dem großen Nussbaum gedeckt. Elli hatte fleißig dabei geholfen und auch Anemi eifrig Teelöffel und Servietten herumgelegt. Ihr Kinder könnt heute Nachmittag im Wäldchen spielen. Da hören wir euer Toben wenigstens nicht, sagte Tante Käthchen zu den drei Jungen. Aber passt mir auf Anemi auf. Elli geht in die Stadt zur Karolierstunde und Fräulein will packen. Schade, dass wir nicht beim Kaffeekränzchen sein dürfen, sagte Herbert mit einem bedauernden Blick auf die rosengeschmückte Tafel. Ja, Momsell hat Kuchen gebacken und Schlagsahne geschlagen. Fiel auch Peter betrübt ein. Nee, das meine ich nicht, ließ sich der ältere Herbert wieder vernehmen. Aber sie lachen immer so toll beim Kaffeekränzchen. Man hört es, Gott weiß wie weit. Wenn ich bloß mal dabei sein könnte. Das kannst du ja, fiel Klaus mit Gemütsruhe ein. Nee, Mutter hat gesagt, wir sollen im Wäldchen spielen. Du musst dich eben nicht sehen lassen, meinte Klaus, der kleinste, aber durchtriebenste von den dreien. Wir können uns vielleicht unterm Tisch verstecken, überlegte Herbert. Nee, da erwischt man uns. Das Tischtuch reicht nicht weit genug runter. Peter schüttelte den Kopf. Aber hier oben im Nussbaum sieht uns kein Mensch. Der ist ja so dicht, flüsterte Klaus. Der Nussbaum vom Moos. Ja, das ging. Aber was machen wir mit Annemie? Herbert zog nachdenklich die Stirn entfalten. Die nehmen wir mit. Die hat ja hier wunderschön auf Bäume klettern gelernt. In die niedrige... Klaus wusste Rat. Annemie war natürlich sofort für den Vorschlag zu haben und kurz vor vier sah man eine Rangel nach der anderen erst auf die Bank und von da aus in das niedrige Geäst des großen, dichten Nussbaums klettern. Selbst Annemie brachte das Kunststück mit Herbert's Hilfe zu Wege. Nun noch meine Gerda. Auch die musste die Reise auf den Nussbaum mit antreten. Die Kleine klatschte vor Freude in die Hände. Fein ist's hier oben. Ich sitze wie in einer grünen Laube, rief Annemarie. Aber psst! machte Herbert über ihr, denn da kamen schon die ersten Damen. Klein Annemie hielt Gerda vorsorglich den Mund zu. Es dauerte den Vögeleinen in den grünen Zweigen recht lange, bis alle vollzählig waren und manseln mit der großen Kaffeekanne erschien. Die Riesenschale Schlagsahne stellte sie in die Mitte des Tisches, gerade unter den Nussbaum. Peter das Schleckermäulchen leckte sich die Lippen und auch Herbert, Klaus und Annemie, die anderen Vögel machten lange Hälse und sperrten begehrlich die Schnäbel auf. Eigentlich war es schrecklich mopsig bei solchem Damenkränzchen. Die taten ja nichts weiter als Essen, Trinken und Reden. Hin und wieder lachten sie auch, aber gar nicht so toll, wie Herbert gesagt hatte. Ach, wie viel schöner wäre es jetzt im Wäldchen zu spielen und zu toben als hier auf dem Nussbaum zu sitzen, mäusestill zu sein und sich halbtot zu langweilen. Jeder einzelne von den fünf Vögeln, Puppe Gerda mit einbegriffen, wünschte, dass Klaus niemals auf den Gedanken gekommen wäre und er selbst am meisten. Ja, er überlegte an allen Ernstes, ob man nicht heimlich hinter dem Baum herunterrutschen könnte. Nun reisen ihre kleinen Gäste auch schon wieder ab. Es wird ihnen wohl ordentlich schwer, sich von ihnen zu trennen, wandte sich die dicke Frau Bürgermeister an Tante Kädchen. Oh ja, antwortete die. Klein Annemie wird mir sehr fehlen. Klaus der Unband allerdings weniger. Ich bin jeden Tag froh, wenn er mit heilen Gliedern heimkommt. Siehst du Klaus, da hast du's. Der Horcher an der Wand hört seine eigene Schand. Annemie konnte nicht mehr still sitzen. Der Ast, auf dem sie saß, begann bedenklich zu knacken. Auch Puppe Gerda hatte es nun über, sich ruhig zu verhalten. Sie baumelte zum Zeitvertreib ein bisschen mit ihren Beinchen. Holla, was ist denn das? Auf Frau Apothekers Nase war plötzlich etwas vom Baum herabgesprungen und zur Erde gefallen. Was Kleines, Braunes. Es wird eine Nuss gewesen sein, beruhigte Tante Kädchen, die erschreckte Dame. Gerda aber reckte den Hals hinter ihrem ausgerückten Goldkäferschühchen her. Baut's! Da verlor sie selbst das Gleichgewicht. Kopfüber stürzte sie vom Baum herab, mitten hinein in die Schlagsahne. Laut aufkreischte das Damenkränzchen vor Schreck. Nur die dicke Frau Bürgermeister behielt ihren Humor. Was kommt denn da für ein Vogel angeflogen? lachte sie und fischte Gerda aus der Schlagsahne. Das das ist ja Anemies Puppe. Na da wird ihr Mütterchen wohl auch nicht weit sein, rief Tante Kädchen und sperrte in den Nussbaum. Richtig, da wuchsen ein paar braune Kinderbeinchen. Ein wehrliches Stürmchen rief herunter. Bitte, Tante Kädchen, hole mich doch. Unter allgemeinem Lachen kam auch das zweite Vögelchen zum Vorschein. Aber Anemi, was wolltest du denn da oben? fragte Tante Kädchen. als die Kleine endlich wieder glücklich auf ihren Füßchen stand. Wir wollten doch so schrecklich gern bei einem Damen Kränzchen dabei sein, aber es war mächtig langweilig. Da lachten die Damen wieder über die schmeichelhafte Kritik. Tante Kädchen aber fragte erstaunt Wir? Wen meinst du denn noch? Na die drei Jungs, Gerda und ich. Aufs Neue lugte Tante Kädchen in den Nussbaum, aber kein Vogel ließ sich weiter sehen. Die drei waren längst in dem allgemeinen Tumult ausgeflogen. Das Nest war leer. Das war Klaus und Annemies letzter Streich in Ahrensdorf und am nächsten Tage ging's nach Hause. Kapitel 16 Im Kindergarten Eigentlich hatte Nestekchen zu Oktober in die Schule kommen sollen. Sie war auch bereits angemeldet worden, aber die städtische Mädchenschule in der Nähe war überfüllt und in eine Privatschule wollten die Eltern die Kleine nicht schicken. So wurde Annemie denn für Ostern vorgemerkt und Mutti war froh, ihr Nestekchen noch den Winter über zu Hause zu behalten. Aber es kamen Tage, an denen Mutti doch wünschte, Annemie wäre zu Oktober in der Schule angenommen worden. So erfreut die Eltern auch waren, ihre Kinder sonnenverbrannt und rotbäckig wiederzusehen. So wenig erfreut waren sie über die Verwilderung, die mit ihnen bei dem ungebundenen Land leben, vor sich gegangen war. Für Klaus war ja die Schule die beste Medizin, da musste er wieder still sitzen. Lernen aber Nestekin war schwer daheim zu bändigen. Sie konnte sich gar nicht wieder an das Städteleben gewöhnen. Die Korridortür musste fest verschlossen bleiben, damit es Annemie nicht einfiel, plötzlich ohne Hut und Mantel auf und davon zu gehen. Sie hatte es ja in Ahrensdorf auch so gemacht. Auf dem Balkon konnte man sie schon gar nicht mehr allein lassen. Denn sie kletterte dort an dem Gitter ebenso gut hoch wie in Ahrensdorf an den Bäumen. Selbst während der Sprechstunde musste Fatih seine Zimmer fest verschlossen halten, seitdem sein Fräulein Tochter plötzlich bei ihm erschienen war und ohne Scheu vor den Patienten erklärt hatte, sie wollte ihm ein bisschen kurieren helfen. Auch im Tiergarten war der Wächter keine gefürchtete Persönlichkeit mehr. Annemie sprang übers Gitter und lief auf den Rasen hinter ihrem Ball her, ob Fräulein auch noch so viel warnte. Fräulein hatte es jetzt recht schwer mit dem Wildfang. Sehr erstaunt und recht wenig erfreut waren die Puppen über die Verwandlung, die mit ihrer kleinen Mama vor sich gegangen war. Nur ganz selten mochte sich Annemie noch mit ihnen abgeben. Viel lieber tollte und tobte sie. Kurt musste jetzt eine ganze Woche mit einem Loch im Strumpf gehen. Irenchen bekam nur höchstens alle acht Tage noch ihre echten Haare ausgekämmt. Mariannchens Augen blieben verklebt. Lolo war noch schmutziger als früher und Baby wollte gar nicht mehr recht gedeihen. Es fehlte allen die Mutterliebe. Annemie zog die Puppen nicht mehr an und aus. Sie ließ nicht mehr in ihrem Gärtchen spazieren gehen. Ja, nicht einmal ins Bett kamen die armen Würmer. Meistens lagen sie verstreut auf der harten Erde herum. Das arme Irenchen hatte neulich sogar die ganze Nacht unter dem Kleidersprang zubringen müssen. Auch hungern ließ das schlechte Puppenmütterchen ihre Kinder. Sie hatte ja keine Zeit mehr für sie zu kochen. Sie musste auf jeden Tisch klettern, von den Die war bei allen Dummheiten ihrer treuen Genossen. Noch schlimmer wurde es, noch schlimmer wurde es, als das schöne Sommerwetter ein Ende hatte und hässliches graues Regenwetter kam. Animi konnte nicht mehr in den Tiergarten gehen und musste zu Hause bleiben. Aber das kleine Mädchen, das früher niemals Langeweile gekannt, das sich stundenlang alleine beschäftigte, hatte das Stillsitzen verlernt. Fräulein, was soll ich denn bloß sagen? Mutti, ich langweile mich ja so schrecklich. So ging es den ganzen Tag. Du müsstest mal wieder Puppenwäsche halten, Annemiechen, schlug Fräulein vor. Sieh nur, wie unsauber deine Kinder aussehen. Ach, die ollen Puppen, murrte Annemarie, unlustig und quengelte weiter. Spiel doch mit deinem hübschen Kaufmannsladen, du hast dich doch sonst so gern damit beschäftigt, sagte Mutti kopfschüttelnd. Dann lief Annemie wohl zur Hanne und bettelte ihr allerlei für ihren Laden ab. Aber wenn es endlich so weit war, dass das Spielen beginnen sollte, hatte sie auch schon wieder über. Fräulein, ich langweile mich so, klagte es aufs Neue. Vorwurfsvoll sahen die Puppen auf den kleinen Quälgeist, sie hätten Annemie nur zu gern die Zeit vertrieben. Aber die mochte ja nichts mehr wollte, du wärst in der Schule angenommen worden, Lotte, sagte Mutti mit einem tiefen Seufzer. Nestikchen war derselben Meinung. Dann brauchte sie sich wenigstens hier zu Hause nicht so zu langweilen. Aber eines Tages, als es mit Annemie mal wieder gar nicht auszuhalten war, als sie mit keinem Spielzeug spielen wollte, hatte Mutti die Sache satt. Du kommst in einen Kindergarten, mein Kind, da bist du wenigstens vormittags beschäftigt, sagte sie mit Bestimmtheit. Ein Kindergarten? Was war denn das? Das Wort Garten erweckte in Nestikchen Vorstellungen von dem schönen Amsdorfer Gutsgarten, wo man nach Herzenslust auf dem Rasen herumtollen durfte, wo man auf Bäume klettern konnte und sich Obst pflückte, so viel man nur wollte. Und dass noch mehr Kinder in diesem Garten waren, erschien Annemie nur umso verlockender. war mit einmal wieder wie ausgetauscht. Das weinerliche Mauzen war verstummt, jubelnd klang es bei Doktors durchs Haus. Morgen komme ich in den Kindergarten, morgen komme ich in den Kindergarten. Mutti brachte ihr Nestikchen selbst hin. Es war ein Privatkindergarten von zehn Kindern in der Nähe, der ihr empfohlen worden war. Wo ist denn der Garten? fragte Annemie, sich vergeblich umschauend, als sie in dem Kindergarten ankamen. Aber Mutti konnte nicht mehr antworten, denn es wurde bereits auf ihr Klingeln geöffnet. Eine liebenswürdige junge Dame kam ihnen entgegen. Ich möchte meine kleine für Fräulein Gebhardt, sagte Mutti, sie ist in der Schule wegen Überfüllung nicht angenommen und kann sich nicht mehr zu Hause beschäftigen. Annemie wurde rot. Nun wusste das fremde Fräulein gleich, wie unartig sie zu Hause gewesen. Aber die junge Dame beugte sich freundlich zu der kleinen herab, streichelte ihr die Wangen und meinte, wir werden sicherlich gute Freunde werden. Ich bin Tante Martha und wir werden schön zusammen spielen. Dann öffnete sie die Tür zum Nebenzimmer. Siehst du, hier ist unser Kindergarten, da sind noch mehr kleine Mädchen und Jungen, willst du ihnen mal guten Tag sagen? Aber das wollte Annemie ganz und gar nicht. Scheu stand sie auf der Türschwelle, den Zeigefinger im Munde und warf einen schüchternen Blick in das Nebenzimmer. Das sollte vielleicht ein Garten sein. Da drin in der Stube spielten zwei kleine Mädchen mit Puppen. Mehrere kleine Krabben hatten sich aus Stühlen eine Eisenbahn zusammen gekoppelt und riefen Abfahrt während zwei andere Jungen einen großen Turm aus Bausteinen bauten. Am Tisch aber saßen ebenfalls kleine Kinder, die Köpfchen eifrig über bunte Flechtarbeiten gebeugt. Das Beste ist, sie lassen mir ihre kleine gewöhnt sich dann am schnellsten sagte das Fräulein. Mutti war durchaus damit einverstanden. Sie beugte sich zu Annemie herab, küsste sie und sagte in mahnendem Ton Nun sei brav meine Lotte heute Nachmittag holt dich Fräulein wieder ab. Frau Dr. Braun war noch nicht aus dem Zimmer heraus als ein ohrenbetäubendes Geheul hinter ihr erklang. Mutti Mutti du sollst nicht weggehen da hatte Annemie auch schon die Ärmchen um Mutti geschlungen und sich an sie gehängt aber Lotte sei doch nicht so dumm die anderen Kinder sind doch alle ohne ihre Mutti hier und weinen nicht beruhigte Frau Doktor ihr Nesthekchen komm ich zeige dir was ganz wunderschön ist tröstete Tante Martha und schob Annemie ein Stückchen Schokolade in den zum Weinen geöffneten Mund Wunderschöne da holte die junge Dame eine Glaskugel herbei in der ein niedliches Puppenhäuschen stand Annemie sah neugierig zu wie sie nun die Kugel umkehrte ach was war das fein es schneite große dicke Flocken flogen in der Glaskugel umher und machten im Umsehen das niedliche Häuschen schloh weiß Annemie klatschte in die Hände vor Freude und ihr ganzer Jammer war vergessen Fräulein Gebhardt Mutti ein Zeichen gegeben das Zimmer zu verlassen als Annemarie sich umdrehte um Mutti das reizende Schneehäuschen zu zeigen war keine Mutti mehr da schreiend wollte Nesthäkchen Spornstreichs hinter ihr her aber Tante Marta hatte den Arm um sie geschlungen bist du denn nicht gern zu uns in den Kindergarten gekommen fragte sie ja aber hier ist ja gar kein Garten hier ist ja bloß eine olle Stube rief Annemarie ungezogen da sah sie Tante Marta traurig an und die Kinder ringsrum machten erstrockene Gesichter ach wie schämte sich klein Annemarie nun wollen wir mal alle zusammen Kreis spielen sagte Tante Marta als ob sie die Vergangenheit des kleinen Mädchens gar nicht sehe kannst du etwas vorschlagen Lotte ich heiße nicht Lotte sagte sie noch immer weinerlich wie denn sonst deine Mutti hat doch vorhin Lotte zu dir gesagt verwunderte sich Tante Marta ja Vater und Mutti nennen mich Lotte aber auch nur wenn ich artig bin sonst heiße ich Annemie erklärte die Kleine dann sei nur recht brav dass ich dich auch bald Lotte nennen kann und nun wollen wir schwesterchen komm mitspielen fast den kleinen jungen an annemarie fünf minuten später hätte keiner mehr gedacht dass annemie überhaupt je geweint hätte ihr ganzes gesichtchen lachte vor vergnügen selig sprang sie mit den anderen kindern im kreis herum sah gar nicht mehr dass es ein zimmer war und kein garten in dem man spielte Marta war aber auch zu nett was wusste die für hübsche spiele faules ei und stummes winken und das ulkige spiel vom mima mausemann sind das alles deine kinder tante martha fragte annemie mitten beim spiel nein das wäre ein bisschen viel lachte tante martha die habe ich mir nur geborgt ach ich habe auch zu hause sechs kinder erzählte die kleine eifrig aber gerda ist mein liebstes mein nestekchen die ist so groß annemie stellte sich auf zehn und streckte und regte ihre ärmchen und zeigte ungefähr die größe von tante martha bring uns doch deine gerda morgen mit dass wir sie auch kennenlernen sagte tante martha lächelnd was gerda darf mit in glückseligkeit leuchtete aus klein annemies blau augen freilich nickte tante martha siehst du hier die kleine erna hat auch ihren bubi mit gebracht und millie ihren toni mit den schwarzen zöpfen heute kannst du ihr kinder fräulein sein und morgen bist du dann auch eine mutti und stellst uns dein kind vor das wurde ein lustiges spiel nestekchen das zu hause gar nicht stolz als fräulein mit millies toni und ernas bubi in den tiergarten und alle paar minuten sagte sie zu toni aber du bist ja wirklich ein schrecklicher quälgeist mädchen spiele doch wie die anderen kinder und sage nicht immer ich langweile mich als das richtige fräulein erschien um annemi abzuholen machte die kleine ein betroffenes ges was schon wir spielen doch gerade so schön morgen spielt ihr weiter jetzt muss ich doch auch mittagbrot essen nicht wahr tante martha strich der kleinen zärtelig über den blondkopf da schlang annemi eins zwei drei die ärmchen um den hals der jungen dame und flüsterte ich hab dich lieb tante martha ich dich auch mein herzchen weil du so artig gewesen bist adieu lotte sagte tante martha selig hopste annemarie an fräuleins hand durch die straßen tante martha hat mich lieb und sie nennt mich lotte weil ich so schrecklich artig bin und morgen darf ich meine gerda mitbringen eines war immer schöner als das andere na annemarie wie war es denn im kindergarten fragte bruder hans zu hause wunder wunderschön rief die kleine begeistert hat wichse gegeben fragte klaus interessiert wichse jawoll schokolade hat's gegeben frohlockte das schwesterchen mutti war glücklich dass es ihrem nestekchen das die schweren herzens dort oben jammernd zurückgelassen hatte so gut im kindergarten gefiel auch fräulein war erfreut denn annemie hatte heute den ganzen nachmittag keine lange weine ein einziges mal quälte sie sie hatte ja auch viel zu viel zu tun galt es doch ihre gerda zum morgen für den kindergarten fein zu machen da mussten noch ganz flink höschen in die kleinen waschfass ausgewaschen und mit dem niedlichen plätteisen geplättet werden was hätten wohl erna booby und booby und und booby und höschen in den kinder garten erschienen wäre auch die kleine schulschürze von irenchen wurde für gerda hervorgesucht und dann mussten dem kinde vor allem die wirren locken gebürstet werden denn als strubel peter konnte sie sich unmöglich tante martha vorstellen freust du dich auf morgen gerda jen fragte annemie beim guten nacht kuss ihr kind das machte ein strahlendes gesicht aber nest täglichen strahlte noch viel mehr du brauchst nicht etwa so dämlich zu sein und zu heulen wenn fräulein nachher fort geht wandte sich annemie am nächsten morgen auf dem heimweg zu der erwartungsvollen puppe nein gerda war lange nicht so dämlich wie ihre kleine mama gestern die weinte kein bisschen als annemie sie tante martha mit den worten hinhielt ich möchte meine kleine gerda gerne im kindergarten anmelden weil er sich zu hause gar nicht mehr beschäftigen kann da machte gerda einen artigen knicks und reichte jedem kinde ihre zellulodien hand zum guten tag heute wo gerda dabei war wurde es noch schöner als gestern annemie baute ein haus für gerda und die krabbe warf es mit dem fuß wieder um auch ein lesezeichen aus rotem und goldenem glanzpapier lernte klein annemie bei tante martha flechten das sollte großmama haben und das zweite aus hellblauem und silbernem papier war für tante albertinchen bestimmt vorläufig aber kam es erste noch gar nicht zustande das papier hatte die unartige eigenschaft immer aus der flechtnadel heraus zu springen und sogar zu reißen ungeduldig warf es nestikchen hin aber als sie sah dass all die kleinen mädchen ja sogar die kleinen jungen die viel jünger waren als sie die flechtarbeit so geschickt zu wege brachten griff sie wieder beschämt danach tante martha sollte doch auch heute wieder lotte zu ihr sagen können und allmählich sprang der bunte streifen nicht mehr aus der nadel und das papier ärgerte nestikchen auch nicht mehr und riss ach wie stolz war die kleine als das erste lesezeichen für großmama fertig war und gerda war fast ebenso stolz auf ihre geschickte kleine mama dann kam die Belohnung für den fleiß tante martha setzte sich ans klavier und sang mit den kleinen lustige kinder lieder vom spannenlangen hansel von der nudeldicken dirn und vom esel und dem kuckuck viel zu früh kam fräulein wieder annemi und gerda abzuholen am dritten tage erschien nestikchen und puppe gerda noch einer im kindergarten der angemeldet werden sollte puck aber statt höflich mit dem schwanz zu wedeln blaffte er tante martha feindselig an einen mäxchen sprang er hoch dass er laut zu schreien begann und der kleinen härter schnappte er frech ein schenken vom frühstücks brot nein solch einen unmanierlichen gesellen konnte tante martha nicht in ihrem kindergarten brauchen fräulein musste ihn gleich wieder mit nach hause nehmen nestikchen aber lernte bei tante martha wieder sich selbst zu beschäftigen niemals klagte sie mehr über lange weile auch daheim nicht denn noch eins hatte annemie gelernt wieder als rechtes echtes puppenmütterchen für ihre kinder zu sorgen die brauchten sich jetzt nicht mehr über ihr mütterchen zu beklagen annemie hätte sich ja vor erna und millie halb tot geschämt der kinder noch weiter so verwahrlost hätte einher gehen lassen das schönsten es die drei vormittage im kinder garten wenn es auch eigentlich kein richtiger garten war kapitel 17 knecht ruprecht kommt es war die zeit da knecht ruprecht abends an den türen der kinderstuben herumhorcht ob die kleinen am tage auch brav gewesen sind und schöne weihnachtsgaben verdienen oder ob er ihnen nur eine rute bringen soll da wurde manch kleiner wildfang zahm der knecht ruprecht notierte alles in seinem büchlein jede unart wurde gebucht und die weihnachtsgaben danach bemessen nestekchen war in diesen wochen vor weihnachten ganz besonders artig selbst mit klaus vertrug sie sich einigermaßen damit bloß alle weihnachtswünsche in erfüllung gehen sollten fräulein saß mit einem großen bogen papier und einem langen bleistift am kinderstubentisch und schrieb alle wünsche auf die annemie ihr diktierte damit knecht ruprecht nur ja keinen vergaß also also erst mal eine kleine sprechstunde wie vater hat begann nestekchen ihren wunschzettel aber annemie das kann dir der knecht ruprecht doch nicht bringen sowas gibt es doch gar nicht für kinder lachte fräulein doch eine kleine puppensprechstunde und ich bin der herr doktor bitte bitte schreibe es doch auf fräulein knecht ruprecht der ist doch so klug der wird schon wissen was ich meine bat die kleine voller zärtlichkeit also oben auf dem zettel prangte eine kleine sprechstunde dann möchte ich so schrecklich gern ein kleines wahrenhaus wertheim haben aber mit einem richtigen fahrstuhl und mit einem erfrischungsraum für meine puppen und ein spielzeug lager muss da auch drin sein wünschte sich annemie nein kind wenn du keine anderen wünsche hast da lacht uns ja knecht ruprecht aus wandte sich fräulein kopfschüttelnd ein na die anderen kommen auch gleich tröstete annemie einen niedlichen kleinen puppen portier brauche ich furchtbar notwendig einen kleinen springbrunnen zum aufziehen dazu und dann möchte knecht ruprecht mir doch bitte einen puppen kindergarten schenken wie tante marthas nestekin zog die stirn kraus und überlegte angestrengt weiter und für deine kinder wünschte dir gar nichts du bist ja eine recht selbstsüchtige kleine mutter half fräulein weiter ach für meine puppenjöhren brauche ich noch ganz schrecklich viel für irenchen bestelle ich mir rote backen und ein korsett für mariannchen ein paar neue augen braun sollen sie sein und einen kleinen regenschirm lolo könnte vielleicht zwei neue däume gebrauchen denn ihre sind abgeschlagen und einen weißen federhut dazu meinst du nicht auch fräulein dass der ihr zu gut zu dem schwarzen gesicht stehen wird und mein kurt braucht zwei neue beine einen rechten arm und schlafaugen er ist doch kein hase dass er immer mit offenen augen schlafen muss einer kleinen botanisiert trommel so wie hans und klaus sie haben würde sich der junge auch freuen auch babychen soll kurze kleider kriegen und beißerchen diesen weihnachten wird es doch schon drei jahr und immer noch liegt es im steckkissen und hat noch keinen einzigen zahn und nun noch mein nest häckchen komm gerdach wanz witz du denn sag es mir mal ins ohr annemie griff nach ihrer gerda die sie vor kurzem gebadet und mit einem bademantel in den puppenwagen gesteckt hatte damit sie ihr jahr nicht erkälten sollte aber entsetzt ließ die kleine ihren liebling in die kissen zurückleiten fräulein fräulein ganz blass war annemie vor schreck komm doch bloß mal her gerdach ist ja ein kaltkopf geworden unaufhaltsam flossen jetzt die tränen über klein annemaries bäckchen fräulein schlug die weiße wagengardine zurück wirklich gerda lag total verändert da drin und sah ihre entsetzte mama mit verständnislosen augen an ganz klein und elend war ihr gesicht geworden die lockenperücke fehlte neben ihr auf dem kopfkissen gerda aber hatte ein großes loch auf dem kopf es ist ja nicht so schlimm annemie die perücke ist durch das badewasser bloß abgeweicht beruhigte fräulein das aufgeregte kind meine arme gerda wie weh muss ihr das tun man sieht ja das ganze gehirn und alle gedanken in ihrem kopf jammerte nesthekchen vater macht ihr einen verband tröstete fräulein liebevoll weiter und knecht ruprecht bringt ihr neue haare ob sie sich vielleicht mit zöpfen freuen würde nein lieber schnecken weil sie doch jetzt schon groß ist und in den kinder garten geht schluchzte annemie noch immer betrübt also schön dann schreibe ich auf haare schnecken für puppe gerda was meinst du zu einer roten sportjacke solche wie groß mama dir gestrickt hat annemie fragte fräulein um die kleine von ihrem kummer abzulenken nein lieber eine grüne überlegte die bekümmerte puppen mama und weinte weiter aber wenn knete rubrecht nun die haarschnecken vergisst dann muss meine arme gerda ihr leben lang als kahlkopf durch die welt laufen jammerte annemie aufs neue das wird er schon nicht vergessen herzchen ich hab sie mir aufgeschrieben und zum überfluss kann ich ihn ja noch mal daran erinnern beruhigte sie fräulein sprichst du ihnen denn fräulein annemie horchte auf und ihre tränen begannen langsamer zu fließen freilich nickte fräulein vier wochen vor weihnachten da fragt er jeden abend bei mir an ob du artig oder unartig am tage gewesen bist erzählst du ihm immer alles ganz genau fräulein jedes mal wenn ich geheult habe erkundigte sich nest etwas klein laut natürlich ich muss ihm doch die wahrheit sagen meinte fräulein auch dass ich heute über gerdas kahlkopf geweint habe sagst du ihm ja aber darüber wird er nicht böse sein du hast ja nicht aus ungezogenheit sondern nur aus mitleid mit deinem kinde geweint war die beruhigende antwort lass dich bloß nicht mal aus versehen von ihm in den sack stecken fräulein nestekien machte ein halb ängstliches halb schelmisches gesicht bei dieser vorstellung ich werde mich schon vorsehen lachte fräulein wolltest du denn nicht deine schuhe abends für knecht ruprecht vor die tür setzen wie ellie herbert und peter in ahrensdorf das vor weihnachten stets zu machen pflegten annemie ja weißt du fräulein ich wollte es ja so schrecklich gern denn wenn die kinder am artigsten gewesen sind legte ihr knecht ruprecht immer einen goldenen faden unter die pfeffernüsse in die schuhe und wenn sie unartig waren einen silber faden und weiter gar nichts aber klaus sagt das macht knecht ruprecht nur in schlesien unser berliner knecht ruprecht tut das nicht weil es aber herzchen es gibt doch nur einen knecht ruprecht für die ganze welt das ist doch ein und derselbe in schlesien und in berlin belehrte sie fräulein auch für amerika nestekin schüttelte ungläubig den kopf aber natürlich sogar für afrika na dann möchte ich aber nicht wissen wieder in einem abend in berlin und in amerika und in schlesien und in afrika nach all den vielen kindern herum fragen kann ereiferte sich annemie dann hat er sicher sieben meilen stiefel oder wenigstens ein luftschiff es wird wohl ein luftschiff sein entschied fräulein die schwierige frage ich habe es schon manchmal abends surren hören aber ich würde es doch jedenfalls mal probieren annemie und die schuhe vor die tür setzen dann siehst du gleich ob knecht ruprecht die sitte kennt oder nicht das war einleuchtend und mit hinsicht darauf nahm nestekchen sich heute noch viel mehr zusammen als sonst ja als klaus die verwandelte gerda entdeckte und jubelnd mit dem kleinen kahlkopf im zimmer herum tanzte und dazu sang die gerda hat den zopf verloren sieht jetzt aus wie abgeschoren ihm annemie nicht in ihrer empörung zwei pfüffe wie sie es erst gewollt sondern nur einen das war doch entschieden sehr artig vater machte dem puppenkinder einen kunstgerechten verband das ist auch aussah wie araber aus tausend und eine nacht mutti aber legte gerda ein großes schück stokolade als schlaster auf das heilte den schmerz ihrer kleinen mama gleich mit am abend stellte annemie sorgsam ihre roten hausschüchen für knecht ruprecht vor schulern auf denn ihre kinder wollten doch auch ein gold fädchen und pfeffernüsse haben gerdas gold käfer schulchen iren schul marian schul 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 lolos weiße leder schuhe baddies gestrickte woll schul und von dem wilden kurt nur ein zerstörter stiefel der andere trieb sich gott wo weiß herum klein annemie aber lag mit verhaltenem atem im bett neben gerda beide horchten kam denn knecht ruprecht noch immer nicht annemie wollte ihn noch so schrecklich gern mal belauschen deutlich vernahmen die zwei ein lautes surren draußen im hof du gerda hörst du das ist knecht ruprechts luftschiff flüsterte annemie aufgeregt aber gerda schüttelte den verbundenen kopf ach unsinn doch war doch bloß der fahrstuhl nein sicher das war das luftschiff gewesen denn jetzt kam es tapp tapp mit schweren stiefeln den korridor entlang bis zur kinderstubentür hörst du ihn fragte annemarie und wagte kaum zu atmen aber gerda war wieder anderer meinung als ihre kleine mama das konnte doch ebenso gut frida sein die sich alle puppenschulchen zum putzen holte vergeblich sperrte annemie ihre kleinen ohren auf nichts ließ sich mehr vernehmen weder knecht ruprecht noch fräuleins stimme die ihm doch bescheid sagen wollte ach gott wenn fräulein nun vergnas knecht ruprecht zu bestellen dass gerda neue haare brauchte wenn das arme ding zeit ihres lebens so entstellt einher gehen musste diese vorstellung brach annemie fast das weiche herz nein mein gerda kind flüsterte sie zärtlich während ihr schon wieder die tränen in die augen stiegen so sollst du nicht herumlaufen als kahlkopf mit ohne frisur kannst du dich doch gar nicht im kindergarten sehen lassen sonst lachen dich die anderen puppen ja aus nein ich gebe dir einen von meinen zöpfen ab ich habe ja zwei und ehepuppe gerda die zurückhalten konnte war annemie hast du nicht gesehen aus dem bettchen und tappte zum kinderstubentisch dort hatte fräulein ihren nähkasten mit der großen schere stehlen lassen ritsch ratsch schnipp schnapp machte die schere war war das kleine rattenschwänzchen ab selig sprang die kleine damit ins bett zurück so gerda nun brauchst du nicht mehr traurig zu sein nun hast du eben solch schönes zöpfchen wie ich damit band nästikchen ihr abgeschnittenes rattenschwänzchen mit einem Haarband an Puppe gerdas verband fest gerda schmiegte sich dankbar an ihre jeder von ihnen mit einem rattenschwänzchen glückselig ein am anderen morgen aber verwandelte sich das glück in tränen als fräulein an annemies bett trat um sie anzuziehen war sie nicht weniger entsetzt als die kleine gestern abend beim anblick ihrer puppe annemie um himmels willen was hast du denn bloß gemacht nästikchen sah fräulein mit ihrer halben jungs ihrer halben mädchentolle groß an sie dachte im augenblick gar nicht an das abgeschnitten rattenschwänzchen wo hast du denn bloß dein zöpfchen gelassen fräulein traute ihren augen nicht das ist meiner gerda über nacht angewachsen mit strahlendem gesicht hielt annemie die puppe in die höhe aber gerda war nichts vom zöpfchen zu sehen nur der verbannt saß auf dem kopf ja wo war denn das rattenschwänzchen denn nur bloß geblieben annemie begann in hast zu suchen während fräulein noch immer ganz erstarrt dastand da ist es ja unter dem kopfkissen zog die kleine ihr abgeschnittenes zöpfchen das gerda im schlafe verloren hatte vor und hopste damit seelenvergnügt im bett herum bei diesem anblick kam wieder leben in fräulein schämst du dich denn gar nicht du unart dir deine haare abzuschneiden ach was wird mutti bloß sagen damit war fräulein aus dem zimmer und frau dr braun von der merkwürdigen verwandlung ihres nestekchen in kenntnis zu setzen ich wollte doch man bloß meiner gerda ein zöpfchen abschenken weil sie doch nicht als hässlicher kahlkopf rumlaufen kann beinerlich verzog annemie das noch eben lachende gesicht als mutti in höchster aufregung in die kinderstube trat lotte lotte wie siehst du denn aus mutti war noch entsetzter als fräulein weißt du nicht dass du keine schere anfassen darfst du ungezogenes kind nun muss ich dir doch das andere zöpfchen auch noch abschneiden lassen so kann es nicht bleiben aber 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 ging annemies leises weinen in lautes jammergeheul über nein nein ein zöpfchen muss ich behalten ich will nicht als hässlicher kahlkopf in den kindergarten gehen sie schrie so laut dass auch vater erschien um zu sehen was denn seiner lotte fehlte als vater die schreckliche geschichte von dem abgeschnittenen ratzenschwänzchen vernommen hatte lachte er laut ganz erstaunt richtete nestekchen die tränen lassen augen auf ihn war vater denn nicht böse wie die anderen nein vater nahm sein kleines auf den arm trocknete ihm die tränen und sagte begütigend zu mutti unsere lotte hat es doch nicht böse gemeint sie wollte ihrem kinde doch nur helfen mutterliebe denkt eben niemals an sich selbst und die haare wachsen ja wieder aber vor dem friseur mit der großen schere vermochte auch vater seinen lieblingen nicht zu retten denn so konnte ihr köpfchen wirklich nicht bleiben ritschratsch schnippschnapp da musste auch das andere rattenschwätzchen runter so bitterlich die kleine auch im friseurladen weinte dann packte das zöpfchen sorgsam ein und klein annemie warf einen blick in den großen spiegel wie klaus sehe ich aus abscheulich schluchzte sie wenn kneld ruprecht jetzt bloß nicht denkt dass ich ein junge bin und mir lauter olle soldaten zu weihnachten bringt eine rute wird er dir bringen und nichts weiter denn was anderes hast du doch wohl nicht verdient sagte fräulein sehr bestimmt hat er mir denn was in meine schuhe reingelegt jetzt erst dachte annemie an dieselben über all der aufregung waren sie in vergessenheit geraten oh weh in annemies roten schuhchen lag kein goldfaden und keine pfeffermuss nicht mal ein silberner faden und die puppen hatten doch alle ein goldenes pfädchen und eine pfeffernuss in ihren schuhchen gefunden sogar der wilde kurt aber von annemie schien knett rubrecht überhaupt nichts wissen zu wollen nein lotte ich kann dich nicht mehr lieb haben mutti hielt sich die augen zu als ihr nest hielchen mit einem kurz geschorenen jungskopf wieder bei ihr erschien und ich habe meine gerda doch lieb gehabt wenn sie auch ein kahlkopf war sagte die kleine halb weinerlich halb vorwurfsvoll da siegte auch bei frau dr braun die mutter liebe nahm ihre lotte auf den schoß und gab ihr einen kuss zur verzeihung das kleine mädchen aber versprach hoch und heilig es niemals wieder zu tun ja annemie das soll dir wohl auch schwer werden denn so schnell wie sie abgeschnitten sind wachsen die zöpfchen nicht wieder fräulein brachte hut und mäntelchen herbei denn es war Zeit ich schorniere mich so toll nachher denkt tante martha noch ich bin ein fremder kleiner junge flüsterte sie fräulein ins ohr die aber sagte das schadet gar nichts dass du dich schämst das ist deine strafe denn soll mir vater wenigstens einen verband um den kopf machen wie gerda war annemie flehentlich aber vater war fort auf praxis und so taten zwei kleine kahlköpfe annemie und gerda zu tante marthas und aller kinder größtem erstaunen heute im kindergarten an ach annemie musste sich wirklich schämen denn jeder fragte sie doch wo sie denn ihre hübschen zöpfchen gelassen habe trotzdem die kinder jetzt so nette weihnachts arbeit bei tante martha anfertigten und dazu mit hellen stimmen weihnachtslieder sangen war klein annemie lange nicht so vernünftig wie sonst das lied morgen kinder kommt der weihnachtsmann traute sie sich gar nicht mitzusingen weil doch knech ruprecht nichts von ihr wissen wollte tage später war der eine kleine kahlkopf verschwunden und zwar puppe gerda trotz annemies ängstlichem forschen kam sie nicht wieder kapitel 18 puppen weihnachten schneller als gedacht war heiligabend der wichtigste tag im ganzen jahre da knecht ruprecht wusste nicht wo ihm der kopf stand war das eine hetze um nur rechtzeitig mit allen puppen soldaten den baukästen und geschichten büchern auf der erde einzutreffen sein schlitten raste durch den verschneiten wald denn knecht ruprecht ist ein altmodischer man wenn schnee liegt kommt er am heiligabend nicht im luftschiff sondern wie er es von jeher gewohnt in dem riesen wolkenschlitten zur erde herab hinten auf dem schlittensitz waren die säcke voll spielzeug verladen zwei kleine engelchen mit silberweißen schwanpelzen und rotgefrorene näschen hielten daneben wache dass bei der eiligen fahrt keine puppe zu schaden kam und kein soldat die flucht ergriff da hörten denn die beiden engelchen ganz deutlich wie das in dem einen sack flüsterte und wisperte natürlich die puppen waren es damen haben ja immer was zu schwatzen ich komme gewiss in ein schloss zu einer kleinen prinzessin sagte die eine puppe die fast so groß war wie ein kind und ein rosa seidenkleid trug stolz die kocht mir jeden tag meine lieblingsgerichte schokoladensuppe und rosinenbraten mit parzipankartoffeln ich möchte nicht in ein schloss kommen meinte eine andere puppe die nur ein einfaches karton kleidchen besaß eine kleine prinzessin die hat ja so viele kreuzigt gar nicht so sehr mit einer neuen nein ich möchte zu einem armen kleinen mädchen deren einzige ich bin die hat mich dann wirklich lieb so sprach jede der puppen ihre hoffnungen aus wohin knick ruprecht sie wohl bringen würde die einen wollten aufs land weil es dort gesünder war die anderen fanden es in der stadt interessanter die wünschten in eine kinderstube zu vielen kindern zu kommen um jene nur zu einem einzigen das waren die nervösen jungen damen die keinen kinderlärm vertragen konnten nur eine puppe schwieg und sagte keinen ton und sie fräulein gerda wohin gedenken sie ihre schritte zu richten fragte man sie von allen seiten ich möchte nur wieder zu meiner früheren puppen mama zurück von der knecht ruprecht mich geholt hat um mir neue haare wachsen zu lassen ich habe solche sehnsucht nach klein annemie und die auch ganz sicher nach mir ich war ja in nästikchen und wir haben uns so lieb gehabt so lieb flüsterte die puppe innig aber wenn knecht ruprecht sie nur woanders abgibt fragte die stolze puppe in dem roter seidenkleid dann sterbe ich sicherlich vor sehnsucht nach annemie seufzte die puppe bang die engelchen draußen auf dem schlittensitz hatten das gespräch der puppen deutlich gehört und es wurde ihnen trotz der schneiden winterkälte warm ums herz bei den liebevollen worten der letzten puppe wir werden schon dafür sorgen dass knecht ruprecht dich richtig wieder zu deiner annemie bringt braves puppenkind sagte das eine knecht ruprecht aber ließ jetzt halten zog ein grauses fernglas aus dem pelz und lugte durch dasselbe potze element wir müssen uns eilen in allen kinderstuben hackt schon die kleine gesellschaft an den fenstern und schaut nach mir aus himmel da schlägt es ja auch schon drei viertel auf weihnachten nun aber vorwärts aufs neue brauste der wolken schlitten durch das schneeland ja in allen kinderstuben pressten sich kleine näschen erwartungsvoll gegen die fensterscheiben nur dr brauns nästikchen hatte keine zeit dazu das kleine puppenmütterchen hatte selbst noch alle hände voll zu tun um die bescherung für ihre kinder herzurichten waren heute sämtlich aus der kinderstube ausgesperrt bei hanne draußen auf dem fenster küchenschrank hockten sie kurt und lolo hauchten kucklöcher in das vereiste blumenmüster des fensterglases irenchen und mariannchen tauschten ihre meinungen darüber aus was wohl aus schwester gerda geworden war und klein babychen überlegte aufgeregt ob es wohl zu weihnachten kurze kleider erhalten würde darin in der kinderstube aber tappelte ihr mütterchen mit heißen wangen geschäftigt hin und her mitten auf den weißen kleinen tisch stellte annemie das niedliche puppen weihnachtsbäumchen darin hangen sie bunte zuckerringe essen weihnachtsstreichhölzer die prächtige weihnachtslichte abgaben hatte fräulein schon auf den grünen zweigen befestigt dann holte annemie sechs teller aus ihrer kinder küche herbei auf jeden legte sie eine winzige kleine puppenstolle die gute hanne hatte sie auf nestikens bitten für ihre kinder mitgebacken dazu kamen kleine scheibchen pfefferkuchen eine haselnuss ein stückchen marzipan und die bunten schüsseln für die puppen waren fertig rings auf den tisch baute annemie die teller auf eins zwei drei vier fünf sechs ja für wen sollte denn der sechste sein draußen an dem küchenfenster saßen doch nur fünf puppen kinder und warteten auf die bescherung mit besonderer liebe stellte nestikken den sechsten teller bereit mütterlich strich sie über die kleine marzipan bretsel so mein gerderchen der ist für dich du sollst nicht leer ausgehen wenn du doch vielleicht heute zu mir zurück kommst ich habe den lieben gott ja jeden abend gebeten dich mir wieder zu schicken und fräulein sagt weihnachten kehren alle puppen zurück wenn ihre kleinen mamas gut zu ihnen gewesen sind und ich war doch nicht schlecht zu dir mein gerderchen ich habe mir ja sogar für dich mein zöpfchen abgeschnitten deine fuhr sich über den zu kurz gelockten blond schopf dann aber lief annemie eilig zu ihrem kleinen schränkchen und kramte allerliebste schälchen heraus hervor die sie im kindergarten bei tante martha für ihre puppen gearbeitet hatte ach wie fleißig war nästik gewesen da gab es einen geschmackvollen teppich für die bändern geflochten den sollte ihren haben marianchen bekam ein kleines perltäschchen zum anhängen für ihre taschentuch kurt einen kleinen silbernen papierpantoffel nur einen weil er den zweiten ja doch bloß verlor für lolo hatte das puppenmütterchen eine blaue perlhalskette aufgezogen und für baby eine aus roten korallen auf gerdas platz aber legte annemie eine kette aus goldenen perlen und ein silbernes nun war der puppenaufbau fertig doch nestekchen war noch nicht zu ende mit ihren liebesgaben für alle hatte sie ihre emsigen fingerchen geregt aber auch für alle den großen kinderstubentisch kamen die geschenke für die großen das rot und gold gestreifte lesezeichen für großmama oben an und das blau silbern karierte für tante albertinchen daneben denn auch die fehlte am weihnachtsabend nicht für mutti hatte nestekchen ein niedliches fusselkörbchen geflochten und für fräulein einen serviettenring vater bekam einen kalender in leder den annemie mit roter seide ausgestickt hatte bruder hans einen tintenwischer mit schwarzer seide damit man die kleckse nicht sah selbst für klaus hatte das gute schwesterchen gearbeitet trotzdem er sie noch immer ärgerte eine prächtige pferdeleine aus bunter wolle hatte sie bei tante martha für ihn durch einen ausgehöhlten korken knüpfen gelernt auch hanne und frida die immer so nett zu der kleinen waren durften nicht leer ausgehen kamen pappbilder für ihr zimmer in durchstecharbeit frida den zappel philipp aus dem struvel peter und hanne den suppen kasper weil der doch gerade so kugelrund war wie sie selbst dann aber brachte annemie ihr letztes geschenk herbei ein halsband war es aus bunten perlen das sollte sicherlich puck bekommen nun wurde das schränkchen endlich leer und das war gut denn jetzt schien es auch die höchste zeit draußen vor dem haus an dem beschneiten vorgarten hielt bereits knecht ruprechts schlitten geschäftigt luden die kleinen engel allerlei ab und trugen es ins Haus das bis über die nase vermummte engelchen das als kutscher auf dem bock thronte knallte ungeduldig mit der silberpeitsche herrgott war man denn noch nicht fertig sie mussten doch weiter habt ihr mir auch die puppe für klein annemarie richtig bei doktors abgegeben ihr engelchen brummte knecht ruprecht als haben wir zu aller erst abgebracht weil die doch solche sehnsucht nach ihrer kleinen mama hatte sagte das engelchen eifrig und klingeling sauste knecht ruprechts schlitten davon klingeling da sprangen droben bei doktors die türen die den ganzen tag verschlossen gewesen auf klingeling da sprangen hans und klaus und nest hickchen in weihnacht zimmer der große tannenbaum flammte blitzte und vielen lichtern klein annemarie war so geblendet und benommen dass sie vorläufig überhaupt noch nichts unterscheiden konnte aber als jetzt klaus der seit kurzem klavierstunde hatte sich ans klavier setzte und hans zur geige griff als die beiden jungen nun als weihnachts überraschung stille nacht heilige nacht zu spielen begannen da sang auch annemie hell mit den anderen mit plötzlich jedoch schockte sie durch die zweige des weihnachtsbaumes winkte ein puppenarm eines bekannten gesichtchen lugte schelmisch herüber gerda mein süßes gerda mitten in das weihnachtslied hinein schallte es jubelnd und jetzt war kein halten mehr das puppenmütterchen hatte bereits ihr so lang entbehrtes kind an das herz gepresst und bedeckte sein ebenfalls freudiges gesicht mit heißen küssen während der weihnachtsgesang ohne anime zu ende ging bist du denn wieder da meine kleine wo hast du denn bloß so lange gesteckt hast du dich denn gar nicht nach deinem mütterchen gebangt flüsterte nestekchen gerda machte ein geheimnisvolles gesicht wo sie so lang gewesen war das erzählte sie ihrer kleinen mama erst abends im traum stille nacht heilige nacht war verklungen und fräulein schließ annemie an ihr gedicht das sie im kindergarten für die eltern gelernt nun heraus zu tragen aber nestekchen hatte ihr weihnachts gedicht und alles um sich herum vergessen gerda war wieder weiter wusste sie nichts na lotte gefällt dir dein kind denn jetzt du hast auch schon gesehen dass ihr deine rattenschwänzchen an den kopf gewachsen sind fragte mutti lächelnd über das wiedersehensglück der beiden nein das hatte annemie noch nicht bemerkt richtig gerda war kein kahlkopf mehr zwei stattliche blondzähpfchen hingen ihr den rücken entlang dieselben die sich ihre mama für sie abgeschnitten hatte so war das opfer doch nicht umsonst gewesen und ein neues kleid aus rosa batist trug sie dazu eine grüne sportjacke und mütze ach die hat mir sicherlich großmütterchen geschickt voll ungestümer dankbarkeit hingen sich annemie und gerda an großmutters hals dass der alten dame fast die luft ausging ich habe etwa noch etwas was mir knecht ruprecht für dich abgegeben hat herzchen sagte großmama als sie wieder zu atem gekommen war und wies auf nestik jens geschenketisch da stand er der herr leutnant ein großer puppensoldat eine feine uniform trug er und das gewehr präsentierte er strammt vor annemie ei fein da hat knecht ruprecht doch gedacht dass ich jetzt ein junge bin weil ich keine zöpfe mehr habe jauchzte die kleine nahm den herrn leutnant auf den linken arm da auf dem rechten bereits gerda platz genommen hatte und gab ihm einen zärtlichen kuss na ein halber junge bist du doch jetzt auch lotte neckte vater nun endlich fand annemie zeit auch ihre anderen geschenkte zu bewundern und den eltern von herzen zu danken wenn auch keine kleine sprechstunde und kein kleines warenhaus dabei war sie konnte mit den wunderschönen geschenken zufrieden sein sogar eine neue ausstattung von kurzen kleidern für babychen hat fräulein ihr geschneidert das schönste war und blieb doch gerda und der herr leutnant der soll meine puppen verteidigen wenn klaus mal wieder kriech gegen sie führt sagte annemie eifrig puppe gerda nickte erfreut nun hatte sie doch einen ritter der sie gegen ihren feind klaus beschützte noch dazu einen mit gewehr freilich hanne machte ihr den kavalier streitig denn sie wollte durchaus nächsten sonntag mit dem schmuckensoldaten ausgehen aber als die gute hanne jetzt eine niedliche blaue küchenschürze für nestäckchen herbeibrachte die sie selbst für sie genäht eine küchenschürze doch unbedingt zu den kleinen holzpantien gehörte sagte annemarie dankbar ich borge ihnen meinen herr leutnant sehr gern zum ausgehen hanne sie müssen sich nur vorsehen dass sie ihn nicht zerschlagen weil sie doch so viele tassen kaputt machen auch tante albertinchen holte jetzt aus ihrem großen perlpompadour ein geschenk für annemie heraus etwas enttäuscht blickte die kleine darauf es war ein weißes garnknäuel mit kleinen stricknadeln soll das vielleicht für großmama sein fragte nestäckchen denn großmama war die einzige die annemie bisher einen strickstrumpf gesehen hatte am ende hatte sich tante albertinchen geirrt und ihr aus versehen das für großmama bestimmte geschenke geben weil sie doch schon so alt war aber tante albertinchen schüttelte den kopf mit den grauen löckchen nein mein kind das ist für dich ein wunderknäuel ist es an dem sollst du stricken lernen ist das knäuel abgestrickt kommt zur belohnung etwas ganz wunderschönes zum vorschein erzählte die tante der aufhorchenden kleinen ei da will ich gleich morgen damit anfangen ich stricke dir ein paar schöne strümpfe tante albertinchen versprach annemie warte nur bis du in die schule kommst da lernst du stricken annemiechen meinte fräulein oder nestäckchen lernt es bei großmama was herzchen fiel diese ein ich kann es ja auch im kindergarten lernen tante martin hat mir doch auch das flechten beigebracht ach meine bescherung wie ein wirbelwind war die kleine zur tür hinaus sie hatte ja über die eigenen weihnachtsgaben ganz ihre kinder vergessen die armen puppen saßen noch immer im dunkeln in der küche und warteten dass knechte ruprecht nun endlich kommen sollte fräulein zündete die weihnachtskerzen auf dem kleinen weihnachtsbaum an und das puppenmütterchen klingelte so laut dass irenchen vor schreck auf den rücken fiel dann holte sie all ihre kinder herein marianchen riss ihre so lang verklebten augen wieder auf denn sie wollte doch wenigstens sehen was annemie für sie gearbeitet hatte babychen probierte die neue korallenkette gleich um und gerda schmiegte sich voll dankbarkeit an ihr fleißiges mütterchen nur lolo blickte neidisch auf gerda weil die eine goldene kette bekommen hatte aber zur strafe kamen sie zu dicht an den weihnachtsbaum heran und versenkte sich ihren schwarzen krauskopf nun waren die großen an der reihe alle bewunderten nestekchens fleiß und am meisten großmama denn das tun großmütter immer nur puck und klaus hatten leider ihre geschenke verwechselt klaus band sich das perlenhalsband um den linken arm weil er geimpft aussehen wollte wie hans und puck zerbiss vergnügt annemies so schön gearbeitete pferdeleine jetzt wusste auch nestekchen wieder ihr weihnachtsgedicht sie sagte es mit lauter stimme klar und deutlich auf und bekam von vater dafür einen kuss und von mutti auch einen und von großmama aber zwei die weihnachtslichter brannten herunter sie wurden kleiner und kleiner und nestekchens augen wurden ebenfalls klein und kleiner da brachte fräulein das müde kind ins bett vorher gab es jedoch noch eine überraschung das gute fräulein hatte ihr aus einem körbchen ein reizendes bettchen für gerda gearbeitet heute aber trennte sich annemie nicht von ihrem heimgekehrten kinde gerda wanderte mit ihr ins bett und erzählte ihrer kleinen mama im traum von knechts ruprechts schönem puppenland in dem sie so lange gewesen der herr leutnant aber stand die ganze nacht posten und hielt wache kapitel 19 die neue schulmappe die liebe sonne hatte den schnee geschmolzen der steinerne springbrunnen junge drunten im hof hatte sich aus einem weißen schneepelz den er im winter getragen herausgestrampelt und stand wieder als kleiner nacketei da aus der erde lupten schon die ersten grünen spitzen heraus bald konnte annemie wieder in dem tiergarten spielen aber vorläufig gefiel es ihr jetzt zu hause besonders gut drüben waren neue mieter eingezogen annemie konnte gerade in die kinderstube sehen da hielten drei niedliche kinder mit puppen und pferdchen ihren einzug das größte mädchen mochte ungefähr in annemies alter sein zugelegt hatten sich die kleinen mädchen schon oft auch sich gegenseitig bereits ihre puppen am fenster gezeigt aber gesprochen hatten sie noch nie miteinander war hatte nestekchen öfters mutti gebeten ob sie sich die kleine nicht zu besuch herüberholen dürfte aber mutti wollte vorläufig nichts davon wissen da sie die eltern des kleinen mädchens noch nicht kannte lass dich von fräulein fertig machen lotte ich will dich mitnehmen sagte mutti eines tages gehe ich denn heute nicht zu tante martha in den kindergarten wunderte sich annemie nein lotte wir haben heute etwas viel wichtigeres vor mutti machte ein geheimnisvolles gesicht ach bitte bitte liebe einzige mutti sage mir doch was das ist quälte das neugierige kleine fräulein aber mutti lachte nur und verriet nichts so viel nestekchen sie auf dem wege auch mit fragen bestürmte durch den tiergarten ging es ein stück dann eine lange straße entlang und nun standen sie vor einem großen roten haus mit einer hohen mauer ist hier das gefängnis nestekchen griff ängstlich nach muttis hand und versuchte sie zurückzuziehen nein ganz so schlimm ist es nicht lachte mutti das ist eine neue schule ich will dich beim direktor anmelden lotte immer noch misstrauischen blickes betrat nestekchen zum ersten mal die schule es war gerade zwischenpause auf dem großen hof spazierten viele kleine und große mädchen herum lustig schwatzend und lachen und dabei ihr frühstücksbrot verzehrend die kleinsten aber hatten sich zu einem kreis zusammengetan und spielten katze und maus das bange gefühl das klein anemi beim anblick der hohen mauer beschlichen verschwand ach wie hübsch war es hier fast so schön wie bei tante martha im kindergarten ich will mitspielen nestekchen machte sich plötzlich von muttis handlos und lief auf den kinderkreis zu aber mutti fing die kleine ausreißerin widert ein später wenn du erst ein richtiges schulmädchen bist darfst du mitspielen jetzt müssen wir dich beim herrn direktor anmelden sei nur nicht schüchtern lotte und gib antwort wenn er dich etwas fragt ich werde doch nicht so dumm sein und mich schonieren meinte das töchterchen eifrig der herr direktor war ein freundlicher herr mit einem grau schwarzen vollbart er sah eigentlich ein bisschen wie vater aus und gefiel der kleinen deshalb sofort freundlich sagte er also das ist die neue kleine schülerin wie heißt du denn mein kind annemie antwortete nestekchen laut und machte dabei ihren schönsten knicks aber wenn ich artig bin heiße ich lotte hm für uns genügt annemarie lächelte herr direktor und wie ist der vaters name er wandte sich an die mutter annemarie braun antwortete diese geburtsdatum aber ehe mutti noch antworten konnte hatte nestekchen schon mit strahlendem gesicht ausgerufen am 9 april habe ich geburtstag und da wünsche ich mir von großmama eine schulmappe und ein rasierzeug für meinen herrn leutnant weil klaus ihm einen bad gemalt hat und nachmittags gibt es schokolade mit schlagsahne das ist ja wunderschön jetzt lachte der herr direktor dann notierte er das geburtsjahr den stand des vaters und die wohnung inzwischen hatte annemie mutter etwas bittend zugeflüstert aber die schüttelte abwehrend den kopf möchtest du noch etwas mein kind fragte der herr direktor da schlug nestekchen die großen blauen augen treuherzig zu ihm auf ich möchte so schrecklich gern auch gleich meine gerda mit in der schule anmelden sie hat schon zwei lange zöpfe und eine schulschürze na dein schwesterchen ist wohl noch etwas zu klein zum schulbesuch lass sie nur erst so groß werden wie du bist der herr direktor klopfte ihr freundlich die wange aber gerda ist doch nicht mein schwesterchen lachte annemie laut auf trotz muttis versuche das kleine plappermäulchen zum schweigen zu bringen gerda ist doch mein jüngstes mein nestekchen aber im kindergarten war sie auch aufgenommen ja für puppen haben wir hier aber keinen platz dazu ist die klasse zu sehr überfüllt meinte der herr direktor gut gelaunt nun finde dich pünktlich am 10 april um 10 uhr in der 10 klasse ein und sei recht fleißig adieu gnädige frau adieu mein kind wieder knickste annemie und dann standen sie draußen in dem langen korridor mit vielen türen du warst gar nicht artig begann mutti als sie wieder auf der straße waren unzufrieden wie konntest du bloß so vorlaut sein aber der herr direktor hat mich noch gefragt nestekchen verzog weinerlich den mund und wenn er meine gerda nicht will dann gehe ich überhaupt nicht auch nicht in die olle schule ohne gerda macht mir keinen spaß spaß soll dir die schule auch nicht machen da wirst du eifrig lernen damit du kein kleines dummerchen bleibst sagte mutti ernsthaft aber als der 9 april nun erschienen war als auf nestekchens geburtstagstisch sieben lichte und ein großes lebenslicht flammten als in der mitte die neue braune schulmappe von großmama prangte da freute sich annemie doch wieder auf die schule ach die hübsche viel mit den bildern der feine federkasten der so lustig zuknipste und eine federbüchse waren drin genau wie klaus sie hatte ein kleiner schwarzer kater als tintenwischer und dazu noch federhalter und lange rote bleistifte annemie ruhte nicht eher als bis sie das neue grünschottische schulkleidchen anprobieren durfte dazu band sie die schulschürze um die noch viel feiner war als gerdas auch die lederne frühstücksbüchse oder wie klaus sie nannte die futtertrommel wurde umgehangen und zu guter letzt noch die neue schulmappe aufgeschnallt so nun war das kleine schulmädchen fertig zuerst ging es zu vater ins sprechzimmer das zum glück leer von patienten war vater ich bin jetzt ein richtiges schulmädchen und da saß das richtige schulmädchen mit ihrer mappe auch schon auf vaters knie ach da kann ich dich ja nicht mehr auf meinen schultern reiten lassen lotte das tut mir aber leid ein schulmädchen ist schon zu groß dazu meinte vater lächelnd das geburtstagskind machte ein nachdenkliches gesicht ach weißt du was vaterchen heute kannst du mich ruhig reiten lassen denn ein ganz richtiges schulmädchen bin ich doch erst morgen annemie die für ihr leben gern auf vaters schultern ritt war froh einen ausweg gefunden zu haben einige sekunden später konnte man etwas merkwürdiges sehen dr braun sprang im trapp und galopp durch die ganze wohnung und auf seinen Schultern ritt ein kleines Schulmädel mit der aufgeschnallten Mappe und schrie jauchzend so, das war die Abschiedsvorstellung. Vater blieb schweratmend stehen und ließ die kleine Reiterin absteigen. Von heute ab ist es aus mit dem Vergnügen. Aber meine Gerda kannst du doch noch reiten lassen. Die ist doch noch in der Schule nicht angenommen worden, war die kleine. Das versprach Vater denn auch. Mutti, wer wird denn die Krümelchen vom Kaffeetisch abfegen und sie für die Vögelchen aufs Blumenbrett streuen, wenn ich nun jeden Tag in die Schule muss? Erkundigte sich Annemie stolz mit ihrer Schulmappe auf- und abmarschierend. Ja, du wirst mir sehr fehlen, meine Lotte. Mutti zog Annemies Blondkopf zu sich heran, ganz dicht, damit Nestekchen nicht sehen sollte, wie schwer es Mutti wurde, ihr kleinstes Sohn auch in die Schule zu geben. Aber das jagte schon zur Küche hinaus. Frieda, Hanne, haben Sie schon meine neue Schulmappe gesehen? Ei, der Tausend, machte Hanne und vergaß vor lauter Bewunderung den Mund wieder zuzumachen. Da muss ich wohl die Brezel. Auf deiner Geburtstagstorte heute noch mal so groß backen wie sonst? Was, Annemiechen? Ja, Schulmädchen haben doppelten Hunger, stimmte die Kleine ernsthaft zu. Aber Annemie, du kannst doch gar nicht in die Schule gehen, neckte Frieda. Wer soll mir denn morgens beim Aufräumen helfen? Die Teppichmaschine läuft doch überhaupt nicht ohne dich. Und zum Einholen brauche ich dich doch auch, fiel Hanne ein. Wenn du nicht mehr mitkommst, wem soll der Kaufmann dann wohl den Bonbon schenken? Ganz betroffen stand Klein Annemie da. Ja, wirklich, sie konnte nicht in die Schule gehen. Sie hatte zu Hause zu viel zu tun. Sie wurde zu notwendig gebraucht. Und als sie nun in ihre Kinderstube trat und die Puppen alle da saßen, mit Blumensträußen in den Händen, die Fräulein für sie besorgt hatte, um ihrer kleinen Mama zu gratulieren, fühlte Nesticchen noch viel mehr. Wie unentbehrlich sie war. Was sollte denn bloß aus ihren Kindern werden, wenn sie in die Schule ging? Es ist ja schade um die schöne neue Schulmappe, sagte sie nach reiflicher Überlegung. Aber ich kann dem Herrn Direktor nicht den Gefallen tun und morgen zur Schule kommen. Mutti, Hanne und Frieda brauchen mich zu nötig. Und meine Kinderchen wären dann ja auch ganz verlassen. Puck und du, Fräulein, ihr beide wisst ja auch sicher nicht, was ihr ohne mich anfangen sollt. Na, für deine Kinderchen könnte ich ja sorgen, Annemie. Da habe ich gleich was zu tun, lachte Fräulein. Und Mutti, Hanne und Frieda müssten eben sehen, dass sie ohne dich fertig werden. Jeder Mensch muss in die Schule gehen und was lernen. Sonst bleibt er dumm und alle Leute lachen ihn aus. Nein, ausgelacht wollte Nesticchen nicht werden. Ja, dann hilft es nicht. Mein Gerdachen, ich muss morgen in die Schule, seufzte sie, ihren Liebling auf den Arm nehmend. Mit unverholender Bewunderung schaute die Puppe Gerda auf die neue Schulmappe. Und auch die anderen Puppen staunten ihre kleine Mama als Schulmädel an. Was wirst du denn ohne mich anfangen, Gerdachen? Flüsterte Annemie weiter der Puppe ins Ohr. Die machte ein trauriges Gesicht. Du könntest ja vielleicht mit Hanne einholen gehen und statt meiner den Bonbon vom Kaufmann kriegen, überlegte Nesticchen weiter. Puppe Gerdas Gesicht heiterte sich auf. Oder aber du gehst allein zu Tante Martha in den Kindergarten. Die war doch immer so nett zu dir. Und ich habe auch versprochen, sie recht oft zu besuchen, überlegte die Kleine weiter. Da fiel der Blick auf den Herrn Leutnant mit dem stattlichen Schnurrbart, der anliegendlich zu den beiden herüberblickte. Halt! Ich hab's! Du machst noch heute mit dem Herrn Leutnant Hochzeit. Gerda, dein Bräutigam ist er ja schon lange. Dann hast du einen Mann und bist nicht mehr allein, wenn ich in die Schule muss, rief Nesticchen plötzlich erfreut. Gerda lachte über das ganze Gesicht. Einen schöneren Mann konnte sie sich nicht wünschen. Aber auch der Herr Leutnant strahlte und stand noch strammer da als sonst. Denn Gerda war ein allerliebstes Puppenmädchen. Irenchen aber blickte neidisch auf die beiden. Sie hätte auch gern den schmucken Herrn Leutnant zum Mann gehabt. Ja, Irenchen, du sollst auch Hochzeit machen, weil du doch meine Älteste bist, sagte da die vorsorgliche kleine Puppenmutter, der Irenchens weinerliche Minen nicht entging. Einen Herrn Leutnant habe ich ja nicht mehr für dich. Bloß meinen Kurt. Aber dann hast du doch wenigstens auch einen Mann, wenn er auch kaputtige Beine hat. Irenchen nickte tröstend, weil sie sah, dass Mariannchen jetzt auf ihren Kurt neidisch war. Aber für Mariannchen konnte Nesticchen beim besten Willen keinen Mann mehr beschaffen. Höchstens Puck kam noch in Frage, aber den wollte Mariannchen nicht, weil er solch Krakeler war und immer blaffte und seiner Frau auch sicherlich die besten Happen fortschnappen würde. So wurde am Nachmittag, als die Geburtstagsschokolade mit Schlagsahne getrunken war, Hochzeit gehalten. Die beiden Bräute bekamen ihre weißen Kleider an. Gerda das mit der rosa Scherpe und Irenchen das mit der blauen. Als Schleppe aber steckte Animi, jeder ein Taschentuch an das Kleid. Denn eine Braut muss eine Schleppe haben. Von Mutter hatte sich Nesticchen einen alten weißen Schleier erbettelt und wurde getreulich zwischen Gerda und Irenchen als Brautschleier geteilt. Frieda hatte ihr zwei kleine Kränzchen geflochten und da gereinigt keine Myrte da war, hatte sie grüne Petersilie dazu genommen. Aber es sah genauso eben schön aus. Auch der Herr Leutnant und Kurt trugen ein Petersiliensträußchen in ihrem Knopfloch. Kurt sah zwar für einen Bräutigam etwas zerfetzt aus, aber dafür hat ihm Animi einen tadellosen Helm aus Zeitungspapier gemacht, da der Herr Leutnant doch auch eine Soldatenmütze trug. Nun fuhr die Brautkutsche vor. Das war der weiße Puppenwagen, vor den Animi das Schaukelpferd von Klaus gespannt hatte. Freilich ging es so zur Kirche. Auf dem Vordersitz saß der Herr Leutnant mit seiner Gerda, auf dem Rücksitz das zweite Brautpaar, Irenchen und Kurt. Letzterer Sicht sah recht betrübt rein. Es schien ihm schwer zu werden, sein lustiges Leben aufzugeben und ein gesetzter Ehemann zu werden. Mariannchen und Lolo trugen den Bräuten die Schleppe und Baby streute Blumen. Nesthäkchen aber hielt die Traurede. Wollt ihr euch alle vier verheiraten? fragte sie die Brautpaare. Und da keiner von ihnen Nein sagte, fuhr sie fort. Den Mann los. Darauf zog sie ihnen Gardinenringe als Eheringe über die Hände und damit war die Trauung zu Ende. Nun kam die Hochzeitstafel. Die kleine Brautmutter deckte sie selbst mit ihrem schönsten Puppenservice. Alle zur Hochzeit geladenen Puppen nahmen daran Platz und ließen sich die übrig gebliebene Schlagsahne schmecken. Kurt, der wilde Bräutigam, sprang zwar mit einem abgeschlagenen Bein in die Schlagsahne hinein, aber Irenchen, die jetzt seine Frau war, trocknete ihn sogleich mit ihrem Taschentuchschleppe ab. Dann brachte Annemie mit Gänsewein das Wohl der Brautpaare aus. Und alle stießen mit Kaffeetassen an, da keine Gläser vorhanden waren. Klaus aber schleppste jetzt seinen Leierkasten herbei und begann lustig darauf loszududeln. Dann fingen sie alle an zu tanzen. Jeder Bräutigam hopste mit seiner Braut herum und Annemie tanzte mit Puck. Und dann war die Hochzeit aus und das jetzt siebenjährige Nestäkchen lag müde von dem schönen Tag im Bettchen. Morgen geht's in die Schule, dachte sie. Und ach, wie freue ich mich, dass meine Kinder so gut versorgt habe. Dann schlief Nestäkchen. Aber im Traum hörte klein Annemie ganz deutlich, wie der Leierkasten plötzlich von selbst zu dudeln anfing. Und jetzt? Na nun? Was war denn das? Der Herr Leutnant legte die Hand an die Mütze und salutierte vor seiner Frau Gerda. Und dann hüpften sie beide zusammen und galopp davon. Auch Kurt machte vor ihr Rähnchen einen Diener und begann sich mit ihr zu drehen. Er tanzte trotz seiner abgeschlagenen Beine mit ihr Tango. Und nun erwachten auch die anderen Puppen und nahmen am Hochzeitstanz teil. Mariannchen und die schwarze Lolo, sogar Baby, alle hopsten sie durch die Kinderstube. Und mit einem Mal wurde auch Nestäkchens neue Schulmappe, die schon zu morgen bereit lag und die den ganzen Tag über ein so ernstes Gesicht gemacht hatte, von der allgemeinen Lustigkeit angesteckt. Sie sprang vom Tisch herunter, mitten unter die tanzenden Puppen. Ganz deutlich sah die Kleine es im Traum. Sie begann sich zu drehen, sie tänzelte und schließlich hopste sie am höchsten von allen, dass auch der Federkasten hin und her sprang. Ja, selbst die neue Federbüchse tanzte mit dem kleinen, schwarzen Tintenwaschkater. So drehte sich die ganze übermütige Gesellschaft im Mondenschein, während Klein Annemie ihren ersten Schultag entgegenschlummerte. Ja, noch schläft unser Nestäkchen. Und wenn es aufwacht, dann hat es nicht mehr viel Zeit für die Puppen. Dann ist es ein kleines Schulmädel geworden. Doch davon erzähle ich euch erst im nächsten Band. Sie hörten Nestäkchen, Band 1. Nestäkchen und ihre Puppen von Else Uri 2. Nestäkchen und ihre Puppen von Else Uri 2. Nestäkchen und ihre Puppen von Else Uri Vielen Dank.